Hallöchen und herzlich willkommen zurück zum RP. Ich weiß nicht, wie lange ich jetzt online bleiben würde. Gut, die Verhandlungen haben wir verpasst. Ähm, ja nun, oh Gott. Ähm, ja, ich weiß. Ja, sorry, ich hab's verpissen. San Vitus Boulevard. Süß, ich mag ihn. Ich habe Anrufe bekommen von Haruharu. Hat er sich nochmal gemeldet? Pascal Wines war da. Ähm, nee, gut, dann umso besser. Wann war das? 22.07.20 Uhr. Ich trage es mir mal ein. Die Wahrscheinlichkeit ist leider sehr gering. Auch. Amen. Weißt du was, wir gehen erstmal uns einstempeln und so weiter. Pascal Wine Threader. Glaubst du gar nicht, ne? Na gut, wenn du so was zu essen darfst. Wir müssen Wein holen. Das ist heute auch so ein Ding. Die Aufnahme läuft, ich hab schon gedacht. Ja, übrigens zum Streamen. Ja gut, muss ich gar nicht sagen, weil die Folge wird definitiv erst im August rauskommen. Punkt ist, ich werde wahrscheinlich erst im August streamen. Hat ein bisschen, ja, hat ein bisschen organisatorischen Grund bei mir. So. Ähm, sorry. Ich musste gerade jemanden zurückschreiben, deswegen bin ich auch so komisch gelaufen. Ja, ähm. Mal gucken, wie es sein wird. Die nächsten Tage. Wie sich das hier alles verhalten wird und so. Ich werde gleich mal bei der Leitstelle anrufen. Ich werde, glaube ich, das Wochenende über nicht da sein. Ja, das ist halt so. Er hatte mich auch vergessen, bei Weaselnyus abzumelden. Das war ein bisschen kacke. Ich habe es einfach nicht auf dem Schirm. Ich werde mich gerade nochmal entschuldigen müssen. Aber das wird schon. Ich rufe mir schon mal die 919-919 an. 1, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 6, 5, 6, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 11, 11, 11, 12, 12, 13, 13. Gut. Gott. Ich habe keinen Bock auf die andere Leitstelle. Ich sage es, wie es ist. Ich habe gerade einfach keinen Bock. Ich kann nicht immer beide übernehmen. Ich habe zwar heute keine Gespräche, nichts, aber naja. Öh. Öh. Okay, ich muss noch Wein holen. Ach, es sind Zäulen die wieder rum, Alter. Ich kann einen Bock drauf rumgeheulen, wenn ich ehrlich bin. Oh, wir sind angemeldet, ne? Ich bin manchmal ein bisschen doof, paranoid. Ich will das Geld verdienen, halt, ne? Jo. Entschuldigung, Mitarbeiter, ich krieg's kurz nochmal. Ach, schon vor, man sollte mal gucken nach Mails. MacGill Olsen sucht dich. Na, Mann. Wo habe ich... Muss ich ja nicht folgen. Hm. Im Grunde genommen nur die... Hier. Ich gucke gleich mal richtig nach. Ähm. So. Öh. Predigt hat er schon geschrieben. Also, weil... Naja, es macht für mich halt einfach keinen Sinn. So geil. Sind das neue Leute dabei? Okay, nein. Greenwood wird verkauft. Das wird verkauft. Ein Schaman, okay. Was? Spectre Custom. Also, hier werden so einige Sachen verkauft, ne? Santa Muerte, Taro. Man kann unter Santa Muerte wohl alles verkaufen. Hm? Okay, ach so. Ähm. Ähm. Wo ist denn? Ja. 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 Keine Ahnung, persönlich noch mal machen, aber naja, Wein, wir brauchen Wein, eine Flasche hellen Wein, dann hol ich mir mal was anständiges zu trinken und so weiter und dann ja, das Auto muss echt nochmal zur Reparatur, Alter, das ist ja echt alles kaputt, zum ACLS mit dem scheiß Ding, naja, 3PDF, oh, ich muss mal gucken, nicht dass meins kaputt ist, aus LP Gründen, weil das ist immer so das Problem mit Rotation Rockets, naja, naja, das wird sich klären. So, öh, hier ist auch einer, aber das mach ich gleich, wenn ich wieder bei der Kirche bin, mit den Rotations, ja, es gab so ein, zwei neue Sachen, die wichtig waren, was hier Dings anging, ach, guck mal, hier kann man ja parken, es gibt ja keine Parkwohnen, es gab ein, zwei Probleme, diesbezüglich, ähm, bezüglich der, der, äh, Wanddinger da, Wandtotten, äh, Wandbemalungen, ihr wisst, was ich meine. 21 Dollar, ich guck mal, wie viel es kostet, äh, ich esse kein Alkohol. Tatsächlich sollen die die Performance mittlerweile killen, ist halt schade, aber da kannst du halt null gegen machen, das fällt mir aber grundsätzlich auf, also auch an den Blumen und so, das ist halt gut gemeint, aber, ähm, ja. Sag mal, haben die kein Alkohol mehr? Oder ist der hier hin? Ich bin einfach nur zu doof dafür. Ne, hier, warte. Eine Weinflasche, äh, nein, Tequila, Tequila, Wodka, Flasche Tequila, Flasche Rum, Bier, muss ich wohl den Norden, ha? Oh, da gibt's auch nochmal Getränke, aber vielleicht noch was? Blumensträuße, Schokolade, Kippen, Chrysanthemenstraße, Haus, Haus Rosen. Na ja, gut, da müssen wir wohl hoch. Ich guck gleich nochmal neben dem Auto. 3 BDFV oder 3 8 BDFV. 3 BDFV. 1. 1. Äh. 1. 1. 2. 1. 2. 2. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Okay. So, haben wir den Haarer kurz eingetragen. Ich hab's einfach gestern nicht geschafft, ne? Gut, da ist nichts los. Dann hab ne Pelido. Seesorge. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Und los geht's. Also man merkt halt einfach so ein bisschen... Wir haben ja nicht die... Die Friedhofsdingen haben wir ja nicht. Also wir müssen ja nicht am Friedhof... Alter, das Auto... Moment. Wir müssen ja nicht dem Friedhof uns drum kümmern, sondern uns gehören ja nur die Kirchen. Mottischens machen ja die Friedhöfe. Also Pascal war gestern da, das wusste John halt nicht. Hat auch nicht wirklich was angezeigt. Apropos, wo wir grad beim nicht angezeigt sind. Ich hatte eine Sache vergessen zu machen. So. Jetzt müssen sie den Gottesdienst eintragen. Ne. Falsch. So. So, dann bereiten wir alles vor. Ich weiß nämlich nicht, wie es weiter aussehen wird. Ist dann auch ne gute Möglichkeit, um mal zu gucken, wie das mit dem Kochen aussieht. Mit dem Kochen aussieht. Oh. Oh. Ich... Ich... Ich schreibe gerade mit jemandem wegen Essen heute. Und das ist halt so... Oh. Es ist einfach so nervig. Manchmal die Orga. So. Also bedeutet... Jo. Warten wir bitte mal selber zu essen. Oder... Keine Ahnung. Also... Nicht, dass ich jemanden zum Essen kochen verdonnen will. Sondern... Es ist mehr so ein... Äh... Ja... Können wir nicht einfach Essen machen und dann ist gut? So. Nicht immer einfach. Dementsprechend muss ich gleich nochmal ran fahren. Und bin dann gleich... Alter, dieses Fahren heute! Ich kann nicht langsam sein heute irgendwie. Merkt ihr das? Ich schau mal kurz auf den großen Parkplatz. Der ist ja nicht unser, ne? So. So. Okay. Ich hoffe es ist jetzt geklärt. Ja, ich bin gespannt wegen... Wie das jetzt auch hier weitergehen wird im Faith and Social Center, weil... Pascal ist lange nicht da und so. Und... Ja. Es bleibt halt spannend. Ich muss nochmal ganz kurz ran fahren. Sorry, ey. Wo ist denn mein Controller da? Ich brauche den Controller für das Auto. Sonst wird das heute nix mehr. Angenehmer. Ich kann heute nicht mit Tastatur fahren, sonst flippe ich aus. Ja, ich bin gespannt, ob Pascal bleibt oder ob er gehen wird oder wie das auch immer jetzt ablaufen wird. Weil... Wir merken ja, Pascal ist nicht mehr so häufig da. Er ist auch nicht immer so häufig im Dienst und so. Und... Es deutet ja schon sehr darauf hin, auf das, was er nämlich ganz zu Anfang sagte. Nämlich so nach dem Motto. Jupp. Äh... Bis bald. Ciao. Ähm... Du übernimmst den Rotz halt so ein bisschen. Und das ist halt... Das wäre jetzt nämlich sehr spannend zu wissen. So... John wird sich mal bei niemandem melden im Moment. Ich bin eher jetzt grad mal mit John so ein bisschen defensiver unterwegs. Also... Natürlich, ne... Wenn man LP halten will, dann kann man sich bei allen Leuten melden und so, ne? Ja, John will halt auch mal so ein bisschen wissen, wer so die guten Freunde sind grade, ne? Wem kann man vertrauen und wem nicht? Verlässlich. Also... Wer... Wer... Ähm... Würde mit ihm durch... Ja... Durch... Alles gehen, so. Durch Feuer und was auch immer. Wer ist verlässlich? Haru ist verlässlich. Apropos Haru, ich sollte ihn mal anrufen. Naja. Machen wir noch. Die Ma'am sind verlässlich, so traurig es ist. Das ist halt wirklich ne Gruppe. Wenn man die braucht, sind sie da. Und das ist genau der Punkt. John hat großes Vertrauen in sie. Traurig ist, jemand hat mich leider mit ner Geschichte gespoilert. Ich... Also wenn... Ich sag mal so, äh... Ich weiß nicht warum diese Person mich überhaupt gespoilert hat. Das fand ich super traurig, weil hätte ich das im LP rausgefunden, das wär ja... Puh... Das wär so krass, aber... Naja. Aber wir werden sehen, ob wir irgendwann drauf kommen. Das könnte alles verändern. Das ist das Traurige dran. Aber leider ist nicht immer alle Tage. John wollte noch jemanden zurückschreiben. Alles klar. Alles klar. Ich bin mal gespannt, was draus wird, wenn ähm... Wenn wir dann halt wirklich nur noch alleine im Faith-Bereich sind. Wäre sehr schade, wenn ich ehrlich bin. Aber vielleicht kriegen wir noch Leute ran. Und man merkt ja schon so ein bisschen zwischen Hayley und John und Gabby ist ja schon so ein bisschen dieses Verständnis von... Ähm... Beziehungsweise Hayley macht das ja auch so. Ja kommst du mit John, wir brauchen jemanden aus dem Faith-Bereich. Und das zeigt halt einfach, dass sie... Äh... Ne... John schon gut vertrauen kann. Und das... Ja... Könnte uns Tür und Tor öffnen. Wenn Pascal demnächst mal gehen sollte. Weiß nicht, ob er gehen wird. Ob er sich vielleicht sogar an den Stuhl festkommt. Oder vielleicht, dass er jetzt erst... Alles... Gefressen hat und sagt, ja ich würde gerne auf den Sonder. Gott. Ok, do, ok. Ab rüber in die Stadt. Abba bam. Ich bin diese Woche relativ wenig da, ne. Und noch relativ kurz. Ist halt auch so ne Sache, ne. Gucken wir erstmal, ob hier alles in Ordnung ist. Ähm... Beim Rückwärtsfahren... Nein. Gut. Dann ist das halt so. Uh... Hab ich gar nicht gedrückt. Ich muss zugeben... Was ich halt wirklich nice finde... Sind halt auch wirklich die Sachen wie... Ähm... M16 Uhr. Ich liebe es. Es sind halt auch wirklich die schönen Sachen wie diese... Ähm... Dieses Sprayn und so. Das finde ich echt cool. Blumen hinlegen finde ich schön. Muss aber auch zugeben. Es ist halt auch... Sehr fressend. Also es frisst sehr, sehr viel Leistung leider. Das finde ich sehr, sehr schade. Ja. Noch mal kurz... Reingucken. Jetzt hab ich auszusehen ein Foto gemacht. Sorry. Ähm... Ach, ich kauf mir Nudelsalat. Ich... Gönne mir hier das Getränk. Also ich werde heute das noch brauchen. Ah ok. Aber ansonsten ist ja alles Taco hier. Das sollte ich noch Hayley sagen, wenn sie wieder kommt. Und... Das schreibe ich mal hier hinlegen. vstippchen. Vstippchen. arios Vstippchen. Stimy. K مت 열� comparative ohne Rad. So, welche uit? So, einfach nur damit das geklärt ist, weil Hayley kann das sich dann drum kümmern. Ich hab Angst in die Kirche zu gehen, also sonst kann ich gleich wieder nach Palito hochpingeln. Ey, ich hätte so keinen Bock drauf, ich sag's dir wieso es ist. Ich geh jetzt rein, ich trau mich in die Höhle des Löwen. Ich meine, ich will die Kirche ja auch von innen nutzen. Im Moment kann ich das halt nicht, weil es halt verbuggt ist. Und das ist nicht mal böse, weil du kannst einfach nicht immer alles perfekt machen. Das ist halt ein Bug, ja, und der kommt halt auf eine riesengroße Liste und der wird halt... Ja, sowas wie hier auch, sowas würde ich super gerne zumachen können. Gerade mit den Zetteln... Oh Gott. Ich guck mal, welche Kiste das ist. Äh, warte mal. Ja, wobei die kann auch offen bleiben. Ähm... Also, ich sag mal so, ich hab paar Ideen, was wir machen könnten. Die Heizungen müssen raus. So Heizungen hast du nie in Kirchen. Das ist gegen den Deckwallenschutz. Ähm... Ja, ich würde den super gerne zu nem Volks... Ich würde hier super gerne ein Volksaltar reinbasteln. Ähm... Also wirklich... Also... Ich meine, das ist ja schon sehr gut gebaut, ne? Also in vielen Teilen sehr gut gebaut. Ich würde tatsächlich die Bänke... Ne? Und die Bänke da hinten rausnehmen. So. Also, ich sag mal so, ich würde gerne unterschiedliche Kirchen, ähm, haben wollen auf Dauer. Ähm, das ist so etwas, was ich gerne in so einem Fahrgemeinderat besprechen wollen würde. Bedeutet, erstmal müssen alle Kirchen bis auf Pascalskirchen und Altar rein. Das ist für mich 100 pro. Und dann würde ich grundsätzlich hier und da die Bänke rausnehmen. Weil es reicht, wenn wir sie hier haben. Ich glaube nicht, dass du eines... Ja, wobei... Pass auf, ich würde es ganz anders machen. Ich würde auch die beiden Bänke hier rausnehmen. Weil die ergeben gar keinen Sinn, merke ich gerade. Das ist nämlich der Nartex. So gesehen. Eigentlich müsste ich hier einen Erker drüber. Könnte einen Erker drüber, ne? Beziehungsweise so einen Spitzbogen. Die müssen dementsprechend raus, weil das noch der Nartex ist. Eigentlich könnte man die Türen auch weg machen, weil die braucht man nicht. Aber die sind wahrscheinlich eher für die Toiletten. Wenn man jetzt guckt... Also wenn ich in der Mitte der Kirche stehe, erreiche ich gerade alle. Bedeutet, es wäre schön, wenn da... Ich würde es eigentlich... Das ist schwierig. Eigentlich müsste man die ganzen Bögen hier rausklamüsern, die Empore weg. Ich würde halt so alles verändern. Ich würde die Empore rausreißen. Du brauchst hier keine Empore. Für was denn? Du brauchst keinen niedrigeren. Also du kannst ja... Das Problem ist, das sieht ja schön aus, aber das würde sich zum Beispiel etablieren... Also... Ich würde auf niemanden meckern. Bitte nicht. Aber... Das Problem ist ja hier, links und rechts, das verkleinert den Raum. Und da die Empore eh nicht funktional ist, würde ich die rausnehmen. Ist ja kein Kloster hier. Ich würde grundsätzlich sagen, dass man rechts und links die Bänke rausnimmt. Ich würde sagen auch grundsätzlich, wenn die Empore weg ist, kannst du die Stützbalken wegnehmen. Bedeutet, du hast eine relativ hohe Hallenkirche. Ich würde vielleicht sagen, dass hier und hier die Säulen bleiben. Und vielleicht hier und hier. Sodass zumindest die Decke gehalten wird. Das ist schwierig. Ich würde am liebsten alles rausnehmen und das nochmal neu bauen. Ich würde sie auch gar nicht so hoch machen wollen. Ich würde sie relativ niedrig halten. Ich würde quasi diesen Teil, wo dieses Relief drin ist, das würde ich rausnehmen. Und dann die Fenster runtersitzen und somit auch die Decke runtersitzen. Und so wäre meine Idee. Erstmal. Boah. Und dann müsste man die Empore rausnehmen. Dann hätte man aber eine sehr merkwürdige Empore. Das Problem ist, der Raum ist relativ schmal. Ich würde am liebsten den Altar hier reinpacken. In die Mitte. Und die Sitzbänke in... Ich würde es sich vielleicht sogar anbieten, wenn man einen Halbkreis dreht. Aber wenn die Balken Stützbalken bleiben, dann geht das schlecht. Dementsprechend würde ich das so machen. Hier die raus. Hier die raus. Grundsätzlich die dann quer einsetzen. Also dass sie quasi längs sind. Also dass du quasi, wenn du sitzt, so sitzt. Ich würde eigentlich fast schon Bestuhlung machen. Weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall umdrehen. Altar in die Mitte setzen. Vielleicht, wenn es geht, farblich absetzen. Bedeutet diesen Bodengangsfliese, die dann halt letztendlich wie der Art Teppich halt bis zum Altar läuft. Rausnehmen. Tabernakel würde ich da lassen. Das Ding würde ich abnehmen. Ich meine, die Empore brauchst du nicht. Ich würde sogar das alles hier wegnehmen. Also die ganze Empore. Weil es ist zwar schön und gut, aber du musst halt so oder so näher ran. Dementsprechend würde... Ja, man hat das wahrscheinlich wegen dem Tabernakel gemacht. Und man hat Stufen hinten im Tabernakel. Deswegen würde ich das alles rausnehmen. Einfach komplett. Tabernakel würde ich runtersetzen, wenn das geht. Um halben Zentimeter gefühlt. Und dann die Sitzgelegenheiten links und rechts platzieren. So. Und dann hast du halt so einen ganz anderen Blick. Man könnte es in zwei Reihen teilen. Aber dafür, das ist jetzt der Punkt, müsste... Ich sehe das rot nicht so gut, ne? Müsste tatsächlich die Wand weg. Das ginge nicht anders. Also die Stützbalken weg. Ähm... Was man machen könnte wäre, die dünnen Stützbalken raus. Und den einen dünnen hier mit einem dicken ersetzen. Würde statisch ein bisschen komisch aussehen. Aber... Ist schwierig sonst. Weil dann hast du wirklich einen großen Gottesdienstraum. Und kannst quasi zwischen den Erkern den Gottesdienstraum einbetten. Und dann hast du einen guten Gottesdienstraum. Die Leute sitzen drumherum. Man hat ein Volksaltar. Man hat tatsächlich wirklich ein Gemeindealtar dann. Ja. Und dann würde ich halt die Schränke links und rechts und die Heizung rausnehmen. Weil die Heizung ist eben... Ich würde die Tische rausnehmen. Ich würde ähm... Ah, ich würde... Wobei... Da links würde ich es lassen. Die Kerzen. Aber den Rest an Schränken würde ich erstmal rausnehmen. Den Opferstock würde ich versuchen zu einem Opferstock wirklich zu machen. Also ein paar Ideen sind halt da. Aber man müsste halt... Ich schütze mich auf... Jesus. Ähm... Man müsste halt tatsächlich super viel rumoperieren noch. Und das ist ein Problem. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Das war's. Ich bin halt sehr unentschlossen. Oder man macht halt so ein ähnliches MLO wie drüben in Morningwood. Das finde ich schön. Aber man braucht dringend einen Altar. Ist ja schon das Mindeste. So doof es auch immer klingt. Aber warum halt so ein Altar wichtig ist, sonst kannst du halt nix machen. Oh, ich würde mich so freuen, übrigens, wenn es Messdiener-Gewänder gäbe. Oh, dann könnte man die Leute sogar noch richtig schön ausstatten hier. So ein paar Sachen werden schon schön. Oh, ich müsste mir halt so ein komplettes Konzept vorstellen. Oh, der kostet 70 Tonnen. Ich hasse es. Ich hasse es manchmal so sehr, ne? Aber John wird das machen, weil sonst läuft hier gar nicht. Kochweine. Ich würde gerne so gerne ein bisschen... Oh, woher kommt das Geld? Oh. Witzig. Okay, gut. Ich beschwere mich nicht. Wir kommen langsam auf die Zehn. Überweisungen dauerhaft Geld abheben. In dem 100. Tut's weh ums Konto, aber was willst du machen? 70 Dollar. Was haben wir denn hier? Flywheels-Gutschein. Schön. Aber noch was zu essen. Was nahrhaftes. Ich glaube, ich nehme in der Rüppchenbox mit. Sind's hunger ich? John hat nie nach Spenden gefragt. Das ist so... Eigentlich sollte er es mal tun, aber... Er macht's halt nie, ne? Ah. Warte mal. Zwei Rüppchenboxen, das ist okay. Dann verhungert er uns. Nicht der Arme. Ja, heute ist halt... Bein angesagt, ne? Ich nehme nochmal so 30 Dollar mit. Wie viel hat er denn jetzt? Puh, Alter. Wenn wir mal wieder Geld auf den Kopf gehauen. Und John hat nie gefragt. Er sagt so... Ja, ich bräuchte hier mal Geld oder so. Nee, 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 nee. Aber ich will's halt auch ausspielen, ne? Ach, ne. Und das bedeutet, dass John halt auch mal ein bisschen Geld da lassen muss bei sowas, ne? Aber ich glaube, John fährt mal die lange Runde heute. So leh. So leh. Ich muss heute posten. Also vielleicht noch so eine kleine Erklärung, warum ich mich für Morningwood entschieden habe und nicht für Rockford. Pater Kalle ist ja ein sehr lieber Typ. Aber John will ja auch ein Stück weit Kalle die Leute wegnehmen. Bewusst wegnehmen. Und das bedeutet auch, dass er dementsprechend Pater Kalle dann halt auch sagt, hör mal zu Kollege. Ich weiß, dass du deine Gemeinde da hast, aber ich nehme dir jetzt so ein bisschen, er markiert ein bisschen sein Revier gerade. So, ne? Und Pater Kalle checkt das halt nicht, was ja auch okay ist und vielleicht klappt das auch alles nicht. Aber John hat damit, er hätte ja auch nach Rockford gehen können. Niemand hat ihn gefragt, warum gehst du nicht nach Rockford? Ne? So, in Rockford ist ja nichts. Und er markiert damit so ein bisschen auch sein Revier und sagt, ja, Moment mal, also ich bin der neue Sheriff hier im Dorf, so nach dem Motto, ne? Und es gefällt denen halt Null. Es gefällt denen Null. Wenn sie das rausbekommen würden. Aber sie bekommen es nicht raus, weil John halt John ist, ne? John ist halt ein Arsch. Der markiert sein Revier, der will halt der Beste, der will der Chef sein, ne? So nach dem Motto, er will nicht Chef des Fashion Social Center sein, aber er will Chef der kirchlichen Abteilung sein und dann wird er machen, was er will. Und das ist der Punkt. Das ist das, worauf er hinarbeitet gerade. Mit Mühe und Not. Das heißt, wir pinkeln den nochmal so richtig schön auf den Tisch und Kalle wird dann nicht mehr sagen, oh, wie toll, sondern er will seine Gläubigen bekommen. Und ich glaube, das gelingt ihm auch gerade ganz gut. Also, John ist halt anders als Kalle, ne? Aber, ja. John versucht halt, an das zu bekommen, was halt entscheidet. Das ist Human Resources, die wir hier im Gottesdienst so haben, ne? Und die Human Resources sind eigentlich das Entscheidende. Je mehr Gläubiger zu seinem Gottesdienst kommt, desto besser. Ei, 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 ei. Hello, wait. Nope. Ja, so transparent wäre eigentlich ganz cool für John. Und dickes, fettes Transparent. Ich bin noch immer drauf und dran, also was ich mir überlege, ist, dass John sich bei den, ähm, Aztecas mit Santa Muerta und so nochmal ein bisschen reinschleust. er möchte so ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, möchte so ein bisschen vielleicht denen einen Ort geben. Also er will sich ja so ein bisschen, er ist kein Freund der ganzen Leute, aber er will halt ein Stück auf sie zukommen. Mehr als nur, ja, ist ja alles schön und gut und ja, wir sind ja hier alle, ne, so, so, ich will euch ja irgendwie reinkriegen, sondern er will ja auch wirklich bewusst an die Leute ringend rankommen. Und damit er sie halt vielleicht von schlechten Taten bewahren kann oder dem, was sie tun könnten. Er will so ein bisschen denen ins Gewissen reden, ne? Weil, seien wir ehrlich, einem Napier muss er nicht ins Gewissen reden. Ach ne, verdammt, ich muss gerade aus. ein Napier ist halt ein Napier so, aber, ähm, anderen Leuten kann er ins Gewissen reden und das ist ja sein Vorteil. Ja, also die, die keine Führung haben, die, die arm sind und so weiter, die will er ja rankriegen. Er will sich nicht mit denen verbünden, er will nicht besser Freund sein, er wird sich mit den Mayhems vielleicht verbünden, das könnte passieren. Sag ich ganz ehrlich, wie es ist. Weil die ihm einfach eine Perspektive bieten, auch so ein bisschen, ne? Aber so mit den Gangs wird er sich nicht verbinden. Und im schlimmsten Falle wird er auch gegen die Gangs dann operieren. Also es bleibt spannend, wie ihr seht. Also John macht halt wirklich nur so seinen frohen Dienst, mehr oder weniger. Der macht sein Ding und alles ist gut. Und das liebe ich an ihm. Der ist halt so ein recht einfach gestrickter Typ erstmal mit vielen, 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 vielen Geheimnissen, aber ein sehr, sehr, sehr strikter Typ. Einfach gestrickter Typ. Strickter Typ. Einfach gestrickter Typ. Zul. Das, was Hayley aber auch erzählt hat mit dem mit dem CEO eintragen und so das finde ich, das dürfte es nicht geben Also einfach deswegen, weil ja Warum auch? Also ich verstehe noch einmal nicht den Sinn dahinter, warum man jemanden, der CEO wird einfach Geldblechen, also die Umtragung so viel Geld kosten soll, aber vielleicht ist es im echten Leben auch so, ich weiß es dahingehend jetzt nicht habe ich mich nie mit beschäftigt Eieie So Vorbereiten Vorform Gottesdienst Vorform Gottesdienst nimmt er mit Er braucht ein Tablett Das braucht er halt auch noch So Ja gut, dann nimmt er das jetzt halt mit Achso, und ein Tablett Ne, Tablett hatten wir da wahrscheinlich Oder? Ich gehe mal davon aus Meine Güte Ja, wobei Weine Jetzt schon rein Ist das nicht Gegenlaufendes Küchenricht, Hammer? Ja, ist ein Blümchen schön Na, da guckt sich schon Okay Schade Ich würde es gerne zumachen Dann muss ich das halt echt mit mir rumtragen Gibt es nicht mal ein Tabernakel, hör mal Ich würde es gerne Gießen, oder? Ah ja. Das habe ich ganz vergessen, dass man das jetzt so machen muss. So. Zum Glück haben wir es nicht gegossen. Uh. Okay, für drei Gottesdienste reicht das. Okay. Ein bisschen da rein. Und den Rest der Flasche nehmen wir mit. Also immer der, der assistiert, bekommt auch immer ein Gläser, ein Gläser, ein Gläser, ein Wein. Ich weiß gar nicht, wie viel Wein hat. Also wie viel, ja, wie schlimm es dann wird. Mit dem Alkohol. Das Problem ist, die Leute nehmen das und das ist ein bisschen schwer. ausgespielt wird. Das ist ein Problemchen dann. Ne, weil, weil John würde ja im Grunde genommen alles abschließen. Oder es so zu machen, die Leute würden sich nicht rantrauen. Das ist so ein bisschen so die, ah, ich weiß nicht, wie man das am besten macht. Ich würde vielleicht sagen, eigentlich hätte er es dort machen sollen, aber wir nehmen das jetzt dann mit und, ja. Das ist irgendwie doof. Könnte man anders ausspielen, glaube ich. Dass er es kurz vorm Gottesdienst macht oder so. Ja, wir können es sich ja noch immer abholen dann. Ja, wir können es nur Und gönnen wir uns das Und halt eine Kühlkompresse rein Ich mag Palito am meisten Ich sag's wie es ist Einfach auch vom Ort her Ich mag Palito super So jetzt wird John aber mal Maria Anständig zurückschreiben Aber er muss auch zugeben Das was hier passiert ist Würde ich sagen Ist ein Fehler der Bindung vielleicht sowas Ich weiß es nicht Sie haben halt einen gewissen Abstand zu allem So mein Gefühl Sie leben in ihrem eigenen Kosmos Vielleicht sogar noch Und das wird zu etwa Süß Und ich weiß nicht Vielleicht liegt es ein bisschen daran Weil es kommt ja wenig von denen Oh ne nicht Advertisement Aber wo wir gerade dabei sind Wir müssen noch einmal Kirchen Unser Hübsches Ding 14.5 150.000 Boah Respekt da Na ja gut Man muss hier immer ein bisschen Einfacher spielen Kommt so ein bisschen mit der Zeit Und hat man hier und das mal möglich Und sowas Kommt ja alles Ich brauche Äh stopp Ach ich kann mich direkt abmelden Und dann Das hier Die Info Dann gehe ich damit Rein So Bis Ah Habe ich mich ververtippt Logo vom Kiwab Haus Blablabla Okay Ja telefonisch Erreichbar würde ich nicht machen Weil ich Hab sie ja nur für den Die Dienste Downton Cap Just ride Medical Department Und mein Observer Ich bin gleich da Ich muss ganz kurz Fenster aufmachen Sonst wird es zu warm Just ride Aber die Also Diamond hat immer offen Ne Das ist echt verrückt So Klammer zu Ich brauche Nein Nicht Adventure Center Sondern dein Profil Das sind schon ein paar Reingekommen Ne Ich muss mal ganz kurz Auf den Ordner Das ist das hier Yes Yes Das ist es Mh... So, etwa 1000 So, messen, messen, messen Ja, hab ich jetzt anders geschrieben Gut, passt Kann ich zumachen Dieses Unternehmen ist aktuell geschlossen Telefonisch erreichbar Können wir tatsächlich machen, ne? Das kommt sehr komisch, wenn wir unser Telefonisch erreichbar Oh, das wird schön Hilfen, Social Center hat Zumindest telefonische So, ähm Jetzt würde ich noch ein, zwei Sachen gucken Rein geht's raus, nicht? Okay Okay Ich würde was im Gottesdienst Handbuch gucken Nein, falsch Ich würde was Untertitelung des ZDF, 2020 Okay, diesmal kommt tatsächlich ein großer Teil dazu. Eben, lasst uns beten zu unserem Gott, dass er die Gaben der Kirche annehme zu seinem Lob und zum Heil der ganzen Welt. Du bist heilig, großer Gott. Du bist der Quell der Heiligkeit. Darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche. Deswegen bitten wir durch dich, sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden Leib und Blut deines Leibes. Denn der Herr sprach, denn der Herr sprach, nehmt und esst alle davon. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Er nahm den Kelch und sprach. Er nahm danach den Kelch und sprach. Muss ich da mal korrigieren. Es wirkt noch so ein bisschen zusammengekleistert. Er nahm danach den Kelch und sprach. Nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch und so weiter. Mach deine Kirche zum Zeichen der Einheit unter den Menschen und zum Werkzeug deines Friedens. Wie du uns hier an deinem Tisch versammelst. Sammle die Menschen, aller Völker und Sprachen, alle Schichten und Gruppen zu deinem Gast mal der ewigen Versöhnung in der neuen Welt deines immerwährenden Friedens. Lasst uns beten, wie der Herr uns zu beten gelehrt hat. Der Vater uns im Himmel, der Lein ist das Reich. Der Herr hat zu seinen Aposteln gesagt, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Seht das Lamm Gottes, das hinwegnehmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingest unter meinem Dach, aber sprich nur ein Wort, das wird meine selten sind. Wer von diesem Brot isst, wird in Ewigkeit leben. Und wir sind dann die Ersten vorne. Was haben wir denn heute für ein Evangelium? Heute eine Predigt auch noch. Irgendwie finde ich das noch ein bisschen. Lass uns beten. Du bist heilig, großer Gott. Und du bist der Quell der Heiligkeit. Darum kommen wir vor dein Angesicht. Ja, wobei, wenn man das so sieht. Das Problem ist, ich kenne die liturgischen Texte. Das hört sich für mich halt an, wie nacheinander rangekleistert. Ich glaube, in Lein fällt das nicht auf. Ja, wobei, darum kommen wir. Das ist auch ein richtiger Satz. Und dann, denn der Herr sprach. Der Herr sprach, nicht denn der Herr sprach. Das passt sonst nicht mehr. Deine Kirche zum Zeichen deiner Einheit unter den Menschen und zum Werkzeug deines Friedens. Wie du uns hier an deinem Tisch versammelst, so sammle die Menschen, alle Völker und Sprachen, alle Schichten und Gruppen zu deinem Gast mal. Gott, da kommt ein Vaterunser. Ich hoffe, die Leute kriegen das hin. Ich brauche liturgische Texte, Alter. Aber die meisten kennen sie halt nicht. Ah, das ist so schlimm. Der Togespelten! Und das Sündenbekenntnis. Das kriegen wir hin. Die Predigt ist heute etwas länger tatsächlich. Ich spreche so, ich versuche ja so, also John versucht ja so ein bisschen was abzufedern, was er da gezaubert hat. Und das Evangelium ist heute tatsächlich, ich nehme es heute aus dem Stundenbuch tatsächlich. Ähm, genau, in jener Zeit. Oh, ich habe keine Fürbitten. Was habe ich hier fürbitten? Bitten. Drei. Die Seite davor. Gut. Oh, wir sind auch schon wieder eine Stunde unterwegs. Ich habe diesmal nur drei fürbitten. Ist okay. Die Leute sollen was machen. So, jetzt schreibe ich erst mal Maria zurück. Ah. Also, jetzt schreibe ich O'er Tempeneig. Untertitelung. BR 2018 Ein bisschen Smalltalk mit ihr. Haru. Ich ruf mal Haru an. Der alte Backenzahn. Justin Broke. Name ist Programm. Das ist schon faszinierend. Wir hatten am 19. Mal 9 Minuten. Vom letzten Tag über haben wir mal 2 Tage nicht gearbeitet. Nee. Wir waren am 17. und am 19. Mal nicht da. Das ist auch gut. Dann habe ich hier mal so ein bisschen hier. Also nicht so viel. Immer mal wieder so ein bisschen. Aber ich kann mich halt aufgrund der Arbeit der letzten... ...Burnaswerte... ...hier. ...der letzten Monate. Ja, also 25, 18, 18, 17 und dann auch mal 7. Ich kann mich nicht beklagen. Also hier... ...KW24. Da sind wir neu dazugekommen. Dann hier. Hier, hier. Das war ja das Beste. Letzte Woche. Und jetzt bin ich schon wieder bei 5. Wir haben hier die Tagesauswertung und die Monosauswertung der letzten 12 Monate. 53 Stunden im Juli. Kann niemand klagen. Also das kann echt. Das ist schon ein bisschen krass. Ich muss mal gucken. Aber gut. Es gab Gründe, weswegen ich so viel Zeit hatte. Da muss man halt echt... ...bisschen runterdampfen langsam. Ja, wenn man so überlegt. Also hier zum Beispiel mal 8 Stunden. 8 Stunden. Heute wird es auch wieder ein bisschen länger. Es wäre schon schön, wenn man so ein bisschen... Nun. Hä? Achso, am 18. Wen haben wir denn hier? Zwei Azubis. Eins. Ja gut. Die beiden sind weg. Das heißt, wir haben... Eins. Zwei. Drei. Vier Leute, wenn man so will. Pascal kannst du halt nicht mehr richtig reinziehen. Und Chloe ist halt da. Also... Ich würde mir wünschen, dass John jetzt demnächst Mitarbeiter wird. Ähm... Auch wenn das jetzt ein bisschen doof ist, ne? Aber er hat es halt schon verdient. Ja. Wär schön. Und weil ich meine, John ist halt John, ne? Und John braucht auch irgendwann mal mehr Anerkennung. Ich meine, er spricht... Man muss halt auch zugeben, das ist so... Das ist so ein krasser Unterschied zwischen seiner Position, seiner aktuell. Und, ähm... Ja. Und dem, wie er sich gibt, ne? Der ist halt jemand, der... Doch, äh... Meine Güte. Überall Zettel und alles. So krass. Ihr seht, wie... Wie spät das alles aufploppt gerade, ne? Ich sag's euch, wie es ist. Ich find's teilweise so... 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 Krass. Wie die Leute dieses RP hier machen mit dem Verstorbenen. Gönnen sich halt auch, ne? Die gönnen sich diese RP auch. Und da freu ich mich sehr darüber. Was ich zum Beispiel feiern würde, ist halt ziemlich schwierig. Aber für Leute, die zum Beispiel, ähm... Da müssen wir mal mit den Morticians wahrscheinlich reden. Für Leute, die hier nicht bestattet sind, einen Ort zu haben, wo sie Sachen anzünden können oder eine Grenze in dir legen können. Da wär diese Insel so gut. Ja, so eine Art, ja... Städte, wo man das ablegen könnte. Ich würd's feiern. Der hat schon mit seinem Oratorian erkranken. Ja, auch überall liegen Blumen rum. Oder sie werden nicht wegräumt. Ich wär sowieso dafür, dass man, äh... ja... Guckt, ob man die... Sachen hier wegräumt, ne? Hm. Eigentlich schön. Ich muss zugeben, die Hose passt um einiges besser als die anderen Hosen. Es macht ihn etwas legerer. Aber die Hose hat halt einfach einen schönen Stil, ne? So kurz am Rande gesagt, ne? Das ist eigentlich die Cargo-Hose. Wir hätten uns eigentlich die andere sparen können. Was gibt's noch so zu tun? Ich bin dafür. Vielleicht eine Runde jetzt durch die Kirche... Äh, durch die Kirche wandeln. Durch die Ortschaft hier fahren. Mal gucken, was los ist. Wir haben Fahrzeug-Schlüssel. Bitte. Also, ich fahr jetzt aber mit Tastatur. Mal eine kleine Runde fahren. Mal gucken, was so los ist. Mal gucken, was so los ist. Hm, 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 hm. Was ich so ein bisschen schade finde, ist... Also, wenn uns mal richtig übel langweilig ist, wenn wir unser Auto haben und so. Oder wenn John endlich mal was anderes Fahrbares hat. Dann würde ich tatsächlich das so machen, dass John, ähm, zum Beispiel auch mal Kaffee kaufen geht für die Cops und so. Einfach so, hey, hier, bitteschön. Hab euch lieb. Wie geht's euch? Geht's euch gut? Und bla. Einfach so. Das wäre... So könnte ich John feiern. Im Moment will ich halt, dass er ein schönes Auto hat, damit er damit auch rumfahren kann. Ein Genki könnte man rumfahren, aber das... Die haben jetzt gerade auch nicht... David war ja immer da, ne. David ist ja jetzt gerade im Urlaub. Sei ihm auch gegönnt. Wir könnten die Rede, also die Predigt ja auch schon eintippen, aber... Blöde... Blöde trotzdem, ha? Würde ich erst gern danach eintippen, denke ich. Gutes Auto. Cool, cool. Very nice. Very nice. Ist schon irgendwas los? Nee. Hier sind nur Rotation Bugs im Start. Eigentlich müsste John zum SD und so mal die Leute angucken. Fragen, wie es denen geht, aber... Kein Bezug zu den Leuten da, ne. Das muss man halt auch leider sagen. Man muss halt auch mal überlegen. Wir sind gar nicht mal so lange... hier auf der Insel, ne. Wir sind zwei Monate da. Und in zwei Monaten kannst du halt echt nicht viel machen, ne. Jetzt lag ein Load, würde ich sagen. Wir müssten mal gucken, was wir so in Sandy oder Grape Seed oder so bekommen. Also, das wäre so eh... eine große Frage, die ich habe. Was können wir uns da oben eigentlich auch gönnen? Also, gibt es da irgendwelche Wohnungen oder so? Also, man muss schon zugeben, es gibt viele Leute, die hier schöne Autos haben, ne. Aber es gibt nicht immer nur die großen, heftigen Autos, ne. Also... Und das finde ich schon krass, ne. Also, das finde ich so schön verteilt, ne. Leute kaufen sich nicht nur so... Supersportler, sondern sie kaufen sich halt auch mal ganz normale Autos. Und das finde ich schön. Das macht... auch so ein bisschen das Stadtleben nicht so... Oh, hallo. Ich habe jetzt hier XYZ, sondern... Sagt dem Motto, ja, ich habe jetzt das größte und schnellste und bla-Auto, sondern, ja. Ich habe ein angenehmes, kleines Auto und das läuft. Na, die Kirche ist noch einmal wunderschön. Wollen wir mal gucken, ob sie offen ist? Einmal mal so. Die Kirche ist vom Baustil her, von außen her, wirklich schön auch. Das ist halt... Reverend Foreman? Ah, hier ist Herr Rodrigo. Ah, hallo, Rodrigo. Wie geht das hier? Ja, mir geht's gut. Und Ihnen? Ja, auch ganz gut. Auch ganz gut. Was kann ich für dich tun? Äh, ich habe auf die Nummer angerufen. Achso, ich glaube, ich habe gedacht, ob sie im Dienst sind oder so. Wusste ich jetzt nicht. Genau, genau. Ich glaube, das war auch auf der Leitstelle, wo ich angerufen habe. Kann das sein? Ja, richtig, richtig. Ich habe ja die Leitstelle. Ah, ja, sehr gut. Ja, ich habe sie übernommen, weil keiner da war. Ah, dann ist es gut. Dann ist es jetzt ja los. Genau, alles gut, alles gut. Wenn sie im Dienst sind, dann gehen sie im Dienst gleich? Ja, jetzt nicht sofort. Ich muss jetzt erst noch kurz was machen und danach komme ich. Alles gut, alles gut. Immer genau, weil wir rufen grundsätzlich ja immer auf der Leitstelle an. Und wenn halt keiner da ist, dann nehmen wir sie dann dementsprechend. Also nicht wundern, warum die Leitstelle jetzt bei mir ist. Okay, weiß ich, wie es seid. Super, gut. Gut, danke. Jo, bis dann. Ciao, ciao. Bis dann, ciao. Guter Mann, warum nicht? Ja, wegen der Leitstelle. Ich habe auf der Leitstelle angerufen, der ruft mich privat zurück. Ist aber auch okay, ist aber auch okay. Rodrigo, muss ich mir merken. Rodrigo, weiter, weiß ich jetzt, glaube ich nicht mehr. Belanco wahrscheinlich oder so, war das nicht so? Keine Ahnung, wir gucken gleich mal. Oder Bianco oder so. Wir haben vorhin den Namen gesehen, aber ich habe es mir nicht so wirklich gemerkt. Ah, bester Mann. Ich mag ihn. Wir sind mal eine kleine Stadt vorgefahren, aber es ist nichts los. Dann stelle ich mich jetzt heute an die Kirsche, an die Cache. Und guck mal, was man noch so alles schönes in Venture, auf Venture, in Venture findet. Auf Venture eigentlich, ne? So eine richtige, richtige Description. Und guck mal, was man noch so? Okay, so. Wir haben... Irgendwas soll ich gucken. Ähm, Wohnungen. Gucken wir erst mal bei den Wohnungen. Wohnungen sind mir am wichtigsten. Wupp, 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 wupp. Da, Wohnungsmarkt. Hopp. So. Da bin ich wieder. Mir haben geschrieben. Ich finde, wir haben mal eine Leidegewünsche verfügbar. Oh, joh. Hm. Okay. Bist du überhaupt jemand im Dienst? Nee. Bin heute allein, oder was? Den ganzen Tag. Ja, gut, dann. Hopp. Ich habe mich jetzt auf die Leitstelle angerufen. Nicht mal das. Das ist ja... Heute auch ein halbes Wunder. Ja, das ist klar. Niemand ist dran. Ja, ich habe ein bisschen beim letzten Mal rausgeschoben, weil das einfach langweilig war. Ich habe echt nicht viel erlebt. Nora und Dynasty. Ja, das mit Dynasty, das schockiert mich ja. Also nicht mal ein Grape Seed, oder so. Aber klar. Machen wir halt abwarten. Werden Leute auch wieder gehen. Neue Leute wieder kommen. Ja, weil... Ich habe echt eigentlich gar keinen Bock auf... Äh... Dings. Also ich hatte, ähm... Achso, das habe ich ja rausgeschnitten. Er hat ein bisschen geguckt, was es für Wohnungen gibt und so weiter. Und dann habe ich mir ein paar rausgeschrieben und so. Habe gedacht, okay. Gibt ja einige. Die man sich noch holen könnte. Natürlich nicht so teure, weil ich will halt auch... Mich nicht gleich total verschulden. Ja, und dann habe ich halt mal geguckt und gemerkt... Hupsi. Ähm... Es gibt einfach nichts mehr in Grape Seed, oder so. Also ich habe auch so ein bisschen mal... Ich habe auch mal so ein bisschen durchgerechnet und so. Und dann so gemerkt, eigentlich wird es ja gut aufgehen und sowas. Aber nee, also... Ähm... Das wird aufgehen, wenn man halt ein... Eine günstige Wohnung bekommt. Gerade mit unserem Gehalt. Aber ansonsten... Naja... Hält sich das gerade sehr in Grenzen. Leider. Also auch jetzt hier mit dem... Mit dem... Ja, wir haben leider nichts in der Nähe. Weil nur Teuer... Also... Ja, es ist halt ein bisschen schade. Ich will nicht unbedingt nach Asputschi. Weiß nicht warum. Juckt mich nicht. Morningwood irgendwo... Wird mich ja noch jucken, aber... Ich muss auch zugeben, so traurig es klingt... Im Moment... Also gerade wahrscheinlich was heute angeht... Ist ein bisschen die Luft draus. Ich merke halt einfach so für mich selbst... Dass ich eigentlich super viele Sachen gerne machen wollen würde. Obwohl, wenn wir gerade hier sind... Hat die Lease gegebenenfalls offen. Wäre eine 10 von 10. City Administration. Hm... Betroffene heben Vorwürfe. Gegen PD. Hm... Dynasty Heater offen. Nevergreen. Hm... Hm... Nee, Lusttropfen. Hm... Paradise. PDM. Venture. Äh... Ah gut, okay. Äh, irgendwo wollte ich gerade hinfahren. Weiß nicht mehr wohin. Ich wollte irgendwo hinfahren, aber irgendwie bin ich gerade doof. Ne? So persönlich. Ah, zur City Administration. Zum CASA. Das wäre ja noch was. Ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob es einfach an der Jahreszeit jetzt liegt. Also an der Zeit, wo wir spielen. Aber ich habe irgendwie so das Gefühl, gerade bei uns ist so... Ich glaube, ein bisschen die Luft raus, ne? Also so auch bei mir gerade. Aber hier habe ich auch zu viel gespielt. Weiß ich nicht. Ich glaube, ich würde einfach mal eine längere Pause machen übers Wochenende. Einfach nur, damit ich meine Ruhe habe. So ein bisschen, wisst ihr? Weil sonst klappt das ja hier nicht. Wenn ich mich... Wenn ich am Ende gar keinen Bock habe. Ja. Dann ist halt auch doof, ne? Meine John hat gerade niemanden, mit dem er irgendwie chillen kann. Er könnte Leute blöd anrufen, aber was soll das schon? Sollen sie ihn mal anrufen auch, ne? Gabby ist zum Beispiel auch gar nicht im Dienst. Und irgendwie so... Ja, so ein bisschen grad... Ja. Aber auch, glaube ich, mal ein bisschen Zeit, so, ne? Und ja, das mit den Wohnungen ist halt so schade gerade für uns. Würde mich nämlich super freuen. Um ne Wohnung zu haben, die halt mal außerhalb ist oder... Ich sag's auf der anderen Seite, ist okay. Wir werden schon was finden. Marryweather ist da. Äh, wir rufen da vielleicht mal kurz an. Ich bin erst da mit. Müssen wir hier kurz drüber. Hier rüber. Da vorne kann man halten. Was ist denn, der sieht die Nummer des Casa nochmal? Äh, falsch. Casa. Casa. Äh, 611. Ah, dann halt nicht. Habe ich... Habe ich nicht das Casa eingespeichert? Ich glaube, ich hätte das das Casa... Also die Nummer ist doch richtig, oder? Ja, hier. Was ist denn, der 611? Okay. Aber ich hab's schon mal da. Wunderschönen guten Tag. Wunderschönen guten Tag. Einen schönen guten Tag. Das ist die Administration. Sie hatten angerufen. Ja, genau. Ich wollte mich erkundigen, ob Sie heute gegebenenfalls Ausweise drucken, bezüglich der Adressenmeldung. Ähm, Sie können gerne vorbeikommen. Waren Sie schon mal hier, um Ihre Adresse hinterlegen zu lassen oder gar nicht? Ja, Ihre Adresse schon hinterlegt, genau. Okay, ja, dann kommen Sie gerne vorbei. Super, danke. Dann bis gleich. Bis gleich. Tschüss. Tschüss. Wow, es geht. Ja, weil 80 lohnt sich nicht, ne? Also wenn du... Ich sag mal so, es macht erst Sinn, wenn du genügend verdienst, ne? Wenn ich 40 verdiene... Also wenn ich halt genügend verdienen würde, dann ja. Aber er verdient ja nicht genug, also dementsprechend kann ich mir das halt sparen. Wunderschönen guten Tag. Wunderschönen guten Abend, der Herr. Sie möchten vor zum Treten? Richtig. Genau, dann müssten wir Sie einmal kurz vordurchsuchen. Ich geh grad mal schon an die Seite. Ja, wollte ich gerade sagen. Irgendwelche scharfen oder spitzen Gegenstände bei sich? Negativ. Okay, dann guck ich doch einmal kurz durch so. So, hier oben nichts versteckt im Kragen. Das passt. Dann hier bei den Schuhen auch nichts drin. Alles klar, können Sie gut durchgehen. Super, vielen lieben Dank. Tresen da vorne bei den Herrschaften, ne? Genau, bei der Mitterdame. Super, danke. Nicht dafür. Dann hab ich einmal ihren... Wunderschönen guten Tag. Hallo. Hat er angerufen bezüglich des Ausweises? Ich hab noch oder keinen. Ja, dann könnt ihr kurz einmal Platz nehmen. Mach mal. Wir kriegen jemand, ob sie zukommt. Gut, super, danke. Jo. Er wird mich hassen. Er wird mich hassen. Gut, Herrmann. Es ist so krass, ne? Es ist squeaky clean, die da einfach mal so ein bisschen putzen und so. So süß. Na ja, Haru hat sich auch noch nicht gemeldet, ne? Ich meine, der muss halt auch wahrscheinlich Sachen machen. Ah, wie hieß der nochmal? Hayopal. Rodrigo Blanco. So süß. Schönen Abend. Ich bin so. Ich bin so. Hallo. Hallo, wunderschönen Tag. Sie wollen einen Ausweis, richtig? Richtig. Perk, dann mir einmal kurz zum Sideboard erfolgen. Machen wir. So, ich muss nun die Adresse aufgedruckt bekommen, beziehungsweise einen neuen dann bekommen. Okay, dann haben wir Ihren alten, also aktuellen Ausweis einmal rüberreichen. Bitteschön. Dankeschön, dann gehe ich einmal kurz in Ihre Akte rein. Ist die Adresse schon hinterlegt? Ja, also die Adresse ist schon länger hinterlegt, tatsächlich. Okay, Cougar Avenue Block 09 N2, richtig? Genau. Perfekt, dann stehe ich einen Ausweis aus, einmal zum Abgleich, einmal Ihr Geburtsdatum. Und der 10.9.1987. Perfekt. Und dann habe ich einmal Ihren Ausweis zum Drucker geschickt, für Ihren Druckauftrag. Und hole den Kurs hier aus dem Druckerkurs raus. Ja. Ja. Kann ein bisschen dauern, weil das ist nicht mehr der Jüngste. Ach Gott. Ach, die Technik wird ja nicht, sie ist ja nicht ungenau, sie ist nur alt, ne? Ja. Und also so ein Drucker eh immer ein bisschen spitzig. So lange er überhaupt funktioniert, ist alles gut. Und solange alle drei Farben vorhanden sind, ist doch alles gut. Ja, richtig. Sehr schön. So, dann hole ich ihn nochmal kurz raus. Dann einmal Ihr neuer Ausweis. Ach, das kann noch ein bisschen warm sein, aber einmal drüber schauen, ob es weiter alles richtig ist. Ich gucke mir gerade mal an. N2, ich überlege, das war echt N2. Also, ich müsste es richtig sein. Ich glaube, ich bin einfach nur gerade durch den Wind, was das angeht. Ja, nee, N2 müsste es sein. Okay, gut. Ja, 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 ja. Gut. Dann, fertig, tatsächlich. Super, dann danke ich Ihnen für die Hilfe. Gerne, gerne. Schönen Abend noch. Ebenso. Tschüss. Tschüss. Schönen Abend, Jan. Ebenso. Ah, endlich. Ah, ja, lang genug gedauert, aber ja gut, wenn wir jetzt keine neue Wohnung bekommen. Ich rufe mal Haro an, wo wir gerade dabei sind. Die... Jep. Nein, ich habe mich verdrückt. Gut, dann halt nicht. Ganz kurz, ähm... Nachteil, wenn man alles auf dem Tablet hat. Entschuldigung. Entschuldigung. So. Bum, 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 bum. Meine RP-Sachen gerade. Ich habe halt extra alles auf dem Tablet gekritzelt, aber ja. Ne, da öffnet sich das Ding. Den Moment haben wir jetzt ja auch noch. Squiggy clean, so. Ähm, blab, blab, ähm... Ja. 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 One-Way-Tickets hier. Was man nicht alles so erledigen kann. Wenn nicht viel los ist. Ich bin ja froh, dass wir schon für die Umbildung kein Geld wollten. Am Ende des Tages wird es ja keiner brauchen, seien wir mal ehrlich. bundes. Wie ist jetzt? Meriwether. Ach, dann fahren nochmal. So. 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 Ich fand's so cool im Gottesdienst, ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert auf Storyline wo wir oben die Hill Valley Church auch hatten wo der wo die Italiener den einen da komplett verkloppt haben, weil er scheiße laut war einfach nur Ich glaub das waren die Italiener das war so cool die waren doch knallhart Alter, die die haben da also einfach nur gesagt okay komm her, ich mach dich platt das war das war etwas, wo ich sagen muss, nice Was ist denn los mit dem meine Boards laden nicht okay hab ich verstanden Zero Gas ähm du kannst dich gerne freimachen was ist denn fehler aufgezwitten okay ich starte das zum Glück mal wir haben noch zwei Stunden ich fahr in den Norden ach heute ist es halt echt entspannt ich schluck auf aber muss gerade aufstoßen ich ruf mal Alessa an komm Alessa haben wir lange nicht mehr gehört hallo hallo hab gedacht ich ruf dich mal wieder an ja das ist super wie geht's dir ja mir geht's gut und dir ja ebenso ja du du schreist schon durchs Telefon vor Freude wie ich höre ja weil ich ja von allen Seiten gefühlt angeschrien werde warum hast du denn angeschrien ja wir sind hier gerade am Arbeiten und es sind viele Jungs hier und na du kennst es ja achso und die sind einfach laut Baustelle und so ja Bausteller okay Bausteller Bausteller mach Arbeit und so weißt du überhaupt schon dass ich bei MacKill arbeite jetzt äh ja wir haben uns vor paar Tagen sag mal hast du das vergessen es ist so lange her ich hab keine Ahnung mehr weil ich das letzte Mal mit dir gequatscht hab letzte Woche ach du scheiße das muss ja ewig lang her was ja da musst du mal häufiger anrufen ja ich hatte heute schon mit schon sag ich schon mit Haru das war genügend ja Haru der Hayopai der ruft mich immer noch an wenn ich penne und dann irgendwann denkt er sich ja ich geh nicht mehr ans Handy ja das das Thema hat mich auch schon mit ihm ja du rufst ja nie zurück ja warum soll ich zurückrufen du bist eh nur am Arbeiten und dann drückst du mich weg ja genau genau das denk ich mir mittlerweile auch ja und wenn er dann wieder anruft bin ich schon längst wieder im Bett weißt du das ist so ein ewiger Kreislauf ja 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 das ist so Haru ja das ist so Haru einfach auch Haru weißt du ich hab mich mit ihm verabredet wir wollten einfach mal gucken bezüglich hier ähm Wohnung ne ja das hat er mir heute auch erzählt ja so ein so ein Spacko ey sag's dir wie's ist weißt du ich persönlich ich laufe die ganze Zeit zu Dynasty 8 ich schreib denen Mails Haru ja nö ich muss mich ja nicht bei ihm melden Haru ja aber das ist halt so ist halt Haru das ist echt nicht mehr schön mit dem Jungen ja wirklich so deswegen äh leider haben die keine Wohnungen für mich äh außerhalb der Stadt das ist halt auch madig oh echt jetzt mhm die haben gesagt ja wir können ihnen was anbieten äh in wo war das äh in 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 Vespucci für 80 Dollar und ich dachte mir so okay die Wohnung ist hübsch aber hä einfach nur hä ja Rottn und Vespucci ist jetzt nicht gerade so in der Nähe ne also ja eben weil also ich hab ein paar Lito kannst du vergessen da haben die eine Wohnung für 140 oh ah da hab ich mir gedacht okay bin ja auch gerade hier keine Ahnung äh äh überreich so gefühlt ja und äh ja dann kamen die dann halt ja hier 80 Dollar ich hab gesagt ich will was bis 50 ja herzlichen Glückwunsch findest du nix alles weg scheiße mhm weil ich mein ich kann mit diesem Haru auch nicht mehr zusammen wohnen der meldet sich ja nie äh 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 ja na alles gut so schlimm ist jetzt nicht ja 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 gut du siehst die ja eh kaum ja das ist es halt ne ja ich seh ihn wirklich so gut wie gar nicht ja er hat heute auch gemeint ja lass mal wieder alle zusammen was machen ja äh hä du bist doch immer am arbeiten man wissen ja das ist genau der punkt ne wann hast du Zeit ja ja das ist genau das wir können uns gerne treffen aber dann hab auch Zeit dafür ja ich hab ja auch Zeit ja aber wär schon mal wieder cool wenn David wieder da ist dass wir wirklich mal wieder ein bisschen was machen ja ne mal ein Wochenende oder so ja warum auch nicht bei mir wär Samstag halt super ja bei mir also diesen Samstag oder was meinst du ne dann ist er ja noch nicht da der kommt ja jetzt glaub ich am 24. wieder ja das ist ja bei mir ist im Moment eh ein bisschen so ich hab nicht häufig Zeit in letzteren Zeit aber so weißt du muss ich halt gucken ob ich die Zeitanteile naja da muss man halt gucken ja bei uns ist halt bei McGill ist halt Samstag Arbeit immer nicht das ist halt bei mir immer der Vorteil aber sonst immer oder was ich arbeite jeden Tag mindestens viereinhalb Stunden tatsächlich ach krass okay ja gut das ist schon viel ja wieder auch ordentlich Cash ja gut ihr verdient ja wenigstens noch gut na gut ich jetzt noch nicht ich bin noch Lehrling ne aber ja du verdienst besser als ich ja ich verdiene ja als Lehrling schon so viel wie beim Genki ja siehste ja siehste ja ja das ist halt das ist wirklich manchmal ein Trauerspiel vor allem der Job macht heute auch echt Spaß ich komm voll gerne arbeiten ja super bei mir ist es eher so gerade so ist alles ein bisschen mau ja wir müssen halt gucken weil wir haben relativ wenige Mitarbeiter jetzt ja und werden trotzdem scheiße bezahlt scheiße ey das ist echt ein Scheiß-Kombi ey ja aber so ganz unter uns wenn du Leute scheiße bezahlst dann kommen sie auch nicht ja natürlich ich meine er tut sich das freiwillig an ne ja das ist es niemand ja also für den Preis ne da musst du schon Job echt über alles lieben damit du das in Kauf nimmst weniger zu kriegen ja eben eben so wie ich verdammt es ist ein Teufelskreis ja ne deswegen das bleibt halt jetzt echt spannend bei uns ja das ist wild ja zumal ich hätte auch damals einfach knallhart ne hätte ich einfach das Angebot vom MD annehmen können ja das wäre natürlich auch eine Option gewesen aber nein ich wollte ja nicht mit Haru zusammenarbeiten ja verständlich lag nur daran ja hätte ich auch keinen Bock drauf bin ich ganz ehrlich ja siehst du dir vor ich muss den jeden Tag immer ertragen auf der Arbeit oh nee vor allem weißt du so wie ich ihn einschätze ist er dann so jemand ja ich hab ja jetzt Pause ich geh mal gucken was John so macht oh nein da klebt er an dir wie so ein Pickel am Arsch ne ich kann mir das bei ihm so gut vorstellen oh nein oh nein sag das nicht ja so schätze ich ihn ein tatsächlich das schlimm ist ich ihn auch ich hab grad einen Anruf bekommen ah ok äh blablab ok dann muss ich gleich mal den Kollegen zurückrufen ah der hat die Nummer du hast heute 21 Uhr Gottesdienst ne hab ich gesagt ja genau genau heute ich werd da sein echt jetzt ja ich hab heut Bock ich mach heut ein bisschen länger ich komm da rum oha ja ich wollte eigentlich die letzten Male auch aber ist halt immer ein bisschen spät für mich ja verstehe ich verstehe ich ja nee wir sind heute in Morning Mode unten mhm hab ich gelesen genau so mal gucken wer dann auch alles dabei sein wird spannend ich komm auf jeden Fall und ich bring mich ja mit oh sehr schön wir sind wir ja schon mal zu dritt ach da kommen bestimmt noch ein paar also bisher war es immer sehr voll also sehr voll bedeutet da waren so 15 bis 20 Leute dann noch da ordentlich ja ja also es kommt ganz drauf an ähm ne so einige müssen halt auch arbeiten genau um die Uhrzeit aber grundsätzlich ja kommen auch manchmal halt wirklich sehr viele Leute also ich hatte einmal wirklich da war die Kirche rappelvoll da war äh das PD da sogar da war das SD da crazy also wirklich jeder das freut mich ja das macht sich das ist doch so was das ja ne finde ich auch ja so ein schnieke ist das schnie was schnieke schniepo schniepo schnitte wie Pommes was 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 ist denn jetzt mit dir los wer hat dich jetzt kaputt gemacht huch schnieke schnieke wo ist doch schnitzel mit Pommes die Apfelde aus was ist denn jetzt ich verstehe die Welt nicht mehr die lacht ja noch immer schnieke ich bin gerade erstaunt dass wir das nicht kennen du bist erstaunt deswegen kriegst du dich nicht ein oh mein Gott oh mein Gott vielleicht liegt es auch allgemein an den schnitzel mit Pommes wer weiß das schon ich lache ja auch wenn Toastbrot umfällt was wenn Toastbrot was ist denn jetzt schon wieder passiert ja in meinem Kopf geht so einiges vor sich oh Gott ja das ja 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 schniepe und schnitzel mit Pommes und ja ich verstehe die kriegt sich nicht mehr ein also das ist ja schon das ist ja ich muss atmen atmen puh einatmen und ausatmen okay ja genau einmal schniepo zweimal schniepo inhalier bloß nicht die schniepos ey oh du willst ja mal sowas von inhalieren ey oh weißt du was ja schnieposa kannst du ja noch erweitern schnieposa schnieposa oh das wärs jetzt auch mal ey schnieposa schnieposa ey die fängt ihn an zu lachen was ist ja furchtbar was hab ich denn jetzt schon wieder geguckt feier ich schnieposa schnieposa aber das muss ich mir jetzt noch gut geht's machen ey warte mal schreibst du dir jetzt schnieposa auf oder was schnieposa 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 ja das ist doch gut als beschissenen Tag guckst du aufs handy schnieposa 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 ah ja hilfe gut schnieposa wenn ich irgendwo schnieposa finde bring ich dir jetzt mit ja geil Alter bin ich aber voll dabei doch so dein anfänglich jawollo schnieposa auf geht's oh bestimmt ich kann mir ich kann mir vorstellen wer das hat die wurst pumpe hingste Musst man mal nachfragen, ob die Schnipo sah haben. Ja, auch ohne dass sie sah, würde ich es nehmen. Ah, hör du, Schnipo? Habt ihr ein Schnipo? Huch, was haben wir? Ja, Schnipo! Ein Schnitzel und Pommes. Oh Gott. Oh Mann, ey. Bauchmuskeln, Bauchmuskeln. Ja, das ist sehr. Oh ja, ich muss atmen. Es tut langsam weh. Was für ein Ding, Schnipo? Ich muss an meinen Kollegen fragen. Das ist ein Arsch. Ja, muss mal fragen. Oh Mann. Lass mich atmen. Nee. Das glaubt nicht. Wunderbar. Ich glaub, ich speicher dich unter Schnipo ab. Dafür grüße ich dich immer. Hi, Schnipo! Oh Mann. Oder ich speicher dich als Schnipo ab. Jedes Mal, wenn du anrufst, muss ich lachen. Ich glaub, das wird ziemlich lustig, wenn du mich anrufst und ich sag, ja, wie geht's dir, Schnipo? Oh Gott. Atmen. Ach ja, wunderbar. Genau, genau, das, das... Oh Mann, ich sag jetzt gerade, wie sie den Tag versüßt. Schnipo. Ja, so einfach ganz gay, siehste mal. Ich bin so unkompliziert. Ja, wunderbar, das freut mich. Ja, oder? Wenigstens das, ne? Ja. Wenigstens kann ich ein Schnipo nicht aus der Fassung bringen, ne? Das Schnipo rettet mir den Tag. Ja, sehr gut. Ah, gut. Wunderbar. Ich weine, ne, ich lache Tränen oder keine Ahnung. Du lachst Tränen? Ja, einfach nur, weil Schnipo wieder zugeschlagen hat. Lass da noch immer. Ja. Ah, wunderbar. Ja, wirklich, ey. Schön. Also, ich muss jetzt noch kurz meine Bahn fertig machen und dann mache ich Feierabend. So, so. Ja. Ausnahmsweise. Und dann ist ja schon bald mal, na gut, anderthalb Stunden. Einerthalb Stunden. Ich war gerade am Norden, bin wieder runtergefahren. Ja, so, ne? Ja, ja, ja. So Sachen treibe ich gerade. Das ist spannend, auf jeden Fall. Nee, ist es gar nicht. Ja, ist auch ironisch gemeint. Achso. Okay, du... Was ist denn jetzt los? Ich habe noch nicht mal Schnipo gesagt, aber okay. Ich bring viel Sachen zu machen. Ich merke es. Na. Warst du schon mal bei Aphrodonis? Ja, aber nicht bei dem, ähm, bei der Neueröffnung, nach der Neueröffnung, aber damals war ich dort. Es gibt echt schöne Sachen. Das glaube ich dir. Aphrodonis hat schöne Sachen. Wir waren ja zusammen mal beim Alten. Ja, ja. Genau, genau. Brodinger hat auch schöne Sachen. Ja, da war jetzt erst kürzlich die Neueröffnung. Mhm. Hab ich mitbekommen. Ich war nicht da, aber ich hab's mitbekommen, dass sie neu eröffnet haben. Ja, ich hab ordentlich Geld da gelassen. Echt? Ja, ich hab quasi, ja, wenn du so willst, zweieinhalb Tage umsonst gearbeitet. Wie viel, wie viel ist es denn? Über 1000 irgendwas, ne? Ich hab einmal über 500 da gelassen. Das war, glaube ich, bei Brodinger und, äh, bei Aphrodonis. Und gestern hab ich 760 Dollar da gelassen. Ja, gut, das sind wirklich zwei Tage. Ja. Zwei Tage einfach mal ein Haus gehauen. Ich hab zwei Kleider gekauft. Alter, Schwede sind die geil. Glaubst du mir? Ja, da freut sich Mischa. Ja, das auf jeden Fall. Ich freu mich auch. Der alte Schnipo, ey. Der freut sich bestimmt. Oh Mann. Ja, ja, genau. Oh Mann, ja. Das trifft's heute. Oh Mann. Ach ja. Wunderbarlich. Ja. Das ist so, das ist so. Das ist so, hör mal. Das ist so, ey, ich sag's. Das ist so, wie ist der? Oh Mann. Ja, oh, fuck. Falsch abgebogen. Sorry. Ach Mensch, John. Ja, ha. Ei, 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 ei. Ach, ich freu mich so, wenn ich mir das neue Auto holen kann, ey. Das ist ja... Der Panto ist halt auch noch so... Ja, der ist halt da. Ich hab jetzt quasi, wenn du so willst, die Hälfte für den Sugoi zusammen. Oh. Wie viel kostet der Sugoi nochmal? Ja, knapp über 30. Na, gut. Also ich hab jetzt 16.400. Oh, das geht ja. Ja. Das geht ja. Ja, krass. Aber mit Leben. Ja, du hast... Obwohl du noch so viel Geld für Kleider ausgibst, ne? Mhm, mhm. Eie, eie, eie. Das ist so. Sonst hätte ich einiges mehr. Verdammt. Schon wieder falsche Ecke. Ich wollte auf den Freeway. Ja, nee. Das ist schon ordentlich. Muss zugeben, wie gesagt. Im Bussebo-Band irgendwie echt um jeden Cent kämpfen gefühlt. Ja, das ist natürlich scheiße. Ja, ja. Das ist schon madig irgendwie. Aber was willst du machen? Was willst du machen? Ja, und so nebenbei wenigstens irgendwas noch, was vielleicht ein bisschen Kohle reinbringt. Ja, also ich verdiene ja bei Weasley News auch schon besser, aber was soll ich da großartig machen? Also, ne, ich schreib meine Kolumne, wenn gut ist, ja. Da ist immer so ein Problem. Ich will ja nichts sagen, aber McGill sucht noch. Hab ich gehört, hab ich gehört. Ja. War ich auf dem Bau? Ich weiß nicht. Ja. Du musst dann... Du musst nur zwei Stunden täglich hier sein und verdienst halt deine 60 pro Stunde am Anfang schon, ne? Ja, aber jeden Tag schaffe ich es dann auch nicht. Das ist so. Das muss ja auch nicht. Achso, okay. Ich werde es mir überlegen. Ich hatte noch andere Ideen vielleicht, aber... Ach, da weiß ich einfach noch nicht. Muss noch mal gucken. Willst du schon was anbieten, irgendwie? Ja, eben. Ich meine... Keine Ahnung. Was gibt's denn noch, was man so Schönes machen könnte? Mariwether, nein. Luck'n'Lowes. Also direkt zum MDB. Ja gut, Dauergast meinst du? Ja. Ja. True. Nee. Ich... Ehrlich gesagt, ich hatte... Irgendwas hatte ich noch im Kopf gehabt? Hm. Aber mir fällt es halt nicht mal ein. Dann war es wahrscheinlich nicht so geil. Nee, es war schon... Ah ja, genau. Alice Moments oder sowas, wenn die suchen. Ah ja, diese Promoting-Dinger, ne? Habe ich auch schon was gelesen. Ja, oder halt wirklich so helfen beim Standaufbau oder so, aber... Das Problem ist, das überschneidet sich meistens mit meinem Job, wenn da Hochzeit ist. Ja, das ist natürlich blöd. Und dann, ja. Hm, scheiße. Naja. Aber wie gesagt, mal hoffen, mal gucken und vielleicht kommt da demnächst noch ein bisschen was zusammen. Boah, dann wird sich schon was ergeben. Ja, eben. Und die Chefin kann mich ja auch mal wieder befördern. Nein, Quatsch. Einfach erstmal fordern. Druck machen hier, Mann. Mach's doch richtig. Was ist das los? Hallo, die haben wir hier mal richtig befördern. Echt, ey. Scheiße, Mann. Ja, eben. Amtags, hier, hör mal. Zack, Zement. Reicht, ey. Scheiß-Schnipos. Ja. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich bin eigentlich, was die Arbeit angeht, gut ausgelastet, nur halt, der Verdienst ist halt noch so. Mau. Ja. Ja. Natürlich scheiße. Ja, eben. Andersrum wär's besser. Andersrum wär's besser. Nicht ausgelastet sein, aber genug verdienen, meinst du? Ja. Ja, genau so. Ja, Wahnsinn, hör mal. Hör mal. Hör mal. Ja, nee. Aber das wird sie schon. Das wird sie schon klären. Mal gucken. Ich bin mal gespannt, was die Zukunft so bereit hält. Ich bin am Anfang August, bin ich nämlich nicht da. Was? Ja. Was? 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 Was ist da los? Ja, ich bin einfach nicht da. Darf auch mal nicht da sein im Urlaub hier. Nö. Ist verboten. Ja, okay. Ihr könnt mich nicht alle immer hier sitzen lassen. Was ist los mit euch? Man muss halt auch in Urlaub. Erst Misha weg, dann David weg, dann bist du weg. Wenn Haru weg ist, juckt's mich nicht. Ja. Aber trotzdem. Richtig. Wenn Haru weg ist, juckt's niemanden. Wer ist dieser Haru? Ja, echt, ey. Den kenn ich bald gar nicht mehr, wenn wir das so weit angehen. Ja, eben. Irgendwann guckst du so in dein Handy, in deine Liste rein. Haru. Hä, wer ist dat denn? Ja. Obwohl, nee, ich glaub, der hat so einen Widerkennungswert. Ich glaub, da können die drei Jahre nix von ihm hören. Ich wüsste genau, wer das ist. Ja, so doof wie der ist, ne? Ja, ja, ja. Das Eindruck hinterlassen. Wenn auch kein Positiven, aber Eindruck hinterlassen. Ja. Definitiv. Den wird keiner vergessen. Nee. Definitiv nicht. Absolut ausgeschlossen. Ja, absolut ausgeschlossen, genau. Abgeschlossen, ja, das geht auch. Ja, ja, genau. Übrigens, ich habe heute nach knapp einem Monat endlich meinen Ausweis beim Kasa abholt. Was? Ja. Immer wenn ich angerufen habe, ja, nee, ja, nee, ja, nee, ja, nee. Und heute hab ich gesagt, nee. Heute rufst du an und die, jopp, kommen sie vorbei, drücken wir. Ich bin da einfach einmal spontan vorbeigefahren, hab gesagt, ich brauch einen neuen Ausweis, Adresse, so und so, ja, okay, machen wir. Ja, nee. Kommen sie mit hoch. Also, ich, ich höre immer so ganz, also, sowas wie du höre ich häufig, ne? Aber tatsächlich, ich weiß nicht, vielleicht habe ich einfach nur immer Pech gehabt, weißt du, dass die Leute nie da waren. Ja, man hat auch immer Pech im Leben. Ja, ja. Was hast du für ein Auto gewonnen? Dass ich bald verkaufe. Ja, hey. Hey. Das ist Geld. Das ist Geld. Wenn du übrigens jemanden kennst, der einen Panto haben will, ne? Auf gar keinen Fall. Passt schon. Freunde, in meinen Kreisen hier sind die, nee. Ach, vielleicht habt ihr irgendwann so einen neuen Mitarbeiter, der hat noch kein Auto, dann sagst du, hey, geh mal zu dem, 3.000, 3.500, mach da 3.500 mit. Kannst du eine Lackierung auswählen, kannst du dir alles lackieren, was du willst. Ja, den nächsten schnapp ich mir, der keine Ahnung hat, ein neues. Ja, genau. 3.500 geht schon, klar, Bruder. Ja. Kann man sich mal gönnen. Ja, ja. Müsst du den eh irgendwann inserieren, meine Güte. Ja, das wäre von Vorteil, sonst wird das schwierig. Ja, ja. Weil ich kann mir ja immer ein Auto von der Arbeit leihen. Mhm. Ja. Was ich auch gerade mache. Was? Ja, verständlicherweise. Den Panto will ich auch nicht freiwillig fahren. Ja, das ist so, ja. Aber ich fand den Tipp cool. Ich weiß nicht, ob Misha das war oder der Kollege von ihm. Mit dem, oh Gott, wie hieß das Ding nochmal? XS, wie hieß er nochmal? Jetzt fällt mir, glaubst du, mir fällt jetzt der Name des Autos nicht mehr ein. Ach so, im Autohaus, da? Mhm. Wie hieß das Scheißding nochmal? War halt auf Klo, ich hab's nicht mitgekriegt. Ja, ja. Was ist das Scheißding nochmal? Warte. Hab's bestimmt. Oracle XS. Mhm. Okay. Genau. Fand ich, also ich hab mal so ein paar Magazine durchgeblättert und so. Ich fand den eigentlich gar nicht mal so hässlich. Also der war hübsch, ne? Hübscher als dieser Surge, dieses Elektro-Auto, was ich wollte. Mhm, okay. Ja. Deswegen, ich denke, dieser Tipp war Gold wert. Ja, super. Wie teuer ist der denn? Äh, 1400. Oh. Geht sogar. 1400? Ja. Äh, 14.000, Entschuldigung. Ich wollte gerade sagen, äh, 1400? Ich hab gerade einen Hänger gehabt. Ja. 14.000. Ich glaube, es geht. 140, 100, nein. 14.000. Okay. Ja, das geht tatsächlich. Ja, ja. Doch, doch. Doch, 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 das geht. Super. Super, äh. Super, nicht Diesel. Super, ey. Mhm. W-Stick. W-Stick, was? W-Stick. Ich weiß gar nichts, hör mal. H-Mä. H-Mä. Oh, schätzeleinig, ich muss jetzt kurz hier noch meine Bahn fertig machen. Noch immer? Ja, ich kann ja nicht, ich kann nicht, ich kann nicht, äh, hier Holzbretter verlegen und telefonieren gleichzeitig, das ist schwierig. Dann musst du dir so einen, so einen Ohrstecker holen oder so. Ja, das wäre von Vorteil. Ja, dann hörst du die anderen wenigstens nicht, nein. Ja, das mache ich mal auch für Vorteil, ja. Ja, siehste. Haben wir doch, haben wir doch beide genau dasselbe Verständnis. Absolut. Wir verstehen uns. Ja. Zack, die Bohne, würde ich sagen, ne? Ja, genau so. Sehr gut. Dann würde ich sagen, aber ich störe dich nicht weiter und wir hören uns. Jo, wir sehen uns spätestens um 21 Uhr. Jo, ho, tödlö. Okay, bis denen. Ciao, ciao. Das war doch mal erfolgreich. Der Oracle XS. ja ich habe keine art ich habe eigentlich so viel spaß aber im moment ist so ein bisschen luft raus ein klein bisschen zumindest ich wünsche mir einfach mal so ein bisschen mehr abwechslung vielleicht passiert ja heute irgendwas wo es abwechslung gibt aber ich will nichts darauf verwenden hola du hast angerufen ja ich wollte nur sagen dass ich die hotline übernommen habe ja super dankeschön ich sag immer zu dem du hast angerufen immer wieder und immer wieder john is a honorable person das muss man ihm halt auch lassen wir haben uns jetzt auch mal eine kleine fahrt gegönnt und so ups passt tatsache Debbie ist heute auch nicht da Ich bin ja froh, dass Rodrigo da ist Wir fahren mal Was ich natürlich auch cool finden würde Ist wenn John die ganze Zeit nur Links fährt Bus fahren würde Das wäre natürlich genial Wir jagen dem mal ein paar Kilometer drauf Würde ich sagen Bis gleich So, da bin ich wieder Musste zweimal einloggen tatsächlich Voll weird So Gucken wir mal, dass wir jetzt langsam Richtung Kirche kommen Damit ich auch in Ruhe auf Klo kann Und so weiter Aber ich muss erstmal ganz kurz ranfahren Ich bin gleich wieder da So Entschuldigt bitte Ich, äh Wir hatten Gerade Besuch von der Nachbarin War ganz lieb Hat mich sehr gefreut Und war gerade nur so Nur ganz kurz Weil Hat uns was rübergebracht Voll lieb Das ist eine super Frau Ich mag sie Das war so ein richtig Das war ein interessanter Salat So ein chinesischer Salat Asia-Salat Der hatte Sonnenblumenkerne Drinnen Ist ein bisschen schärfer Also Essig Soja Merke ich Die Sonnenblumenkerne Machen es voll Boah Super Super Ist ab Zu cash John rufst du mal nicht an So sie sich ruhig mal melden John meldet sich so häufig bei ihr Einfach nur damit Das auch mal so ein bisschen Dann so Meine Zunge brennt jetzt Ein bisschen Ich hab immer so das Gefühl Wenn Nachbarin hier reinkommt Ist immer so als ob ich unfreundlich wäre So nein nein Ich freu mich voll So Nee Danke schön Dass sie da sind Und so Und bla Und Ich find das immer so süß Wenn Nachbarin sich dann anfangen Zu entschuldigen So Nein Ey Wir wohnen doch Hier alle gemeinsam Alles cool Hm Mit dem Wohnung in das Kacke Ja Ja Jetzt können wir mal gucken wie wir ein bisschen Zeit rumkriegen. Wie können wir jetzt halt so totschlag gehen? Kleider und Anzüge wieder vorrätig. Okay. Mhm. Mhm. Ein Premiere. Ist halt auch so eher so ein... Ja. Ist okay. Ist wohl bei Diamond Cars morgen oder... Wobei morgen bin ich wahrscheinlich nicht da. Aber irgendwann die Tage mal vorbei. Vielleicht bin ich morgen Nachmittag kurz da. Mhm. Sie sind bezaubert. Kommen sie in unser Team. Afrodite und Adonis. Afrodonis. Daher kommt der Name. Das ist gut. Wir der Mahavi Naturfreunde e.V. planen ein Benefizkonzert, um gegen das Absterben der Bienen zu kämpfen. Also wenn ihre Beine... Der Beine zu kämpfen. Soll ich ihre Beine abschreiben würde ich als Sponsor der... Der Beine zu kämpfen. Oh Gott, jetzt habe ich das erst gelesen. Der Beine zu kämpfen. Der Beine... Das ist so süß. Das ist so süß. Äh... 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 Eine Flosche Macbeth Tavish... Spiccine... Oder Weinbarn... Ginger Ale. Ich werde ab jetzt nur noch einmal posten. Das ist so... Das sticht so hart heraus. Akuma. Ich fische davon. Die Polito Bakery. Ich mag sie. Aufpackbröte wie geil. Ich muss mich mal darum kümmern. 260 Dollar. Das sind 6 Mitarbeiter. Palito Bakery. Ich habe eben Crazy Nuts gelesen. Verkehrt Driving School. Gut. House of Old. Lacky Trainer. Lass dann das so selber. Hat Weasel Houston nicht offen? Also ich meine ich Servus Pumpe. PDM hat offen. Schade. Na gut. Ja. Überdurchschnittes Startgehalt von 65 Dollar. Wertstoffevent betreuen. So wie Personenschutz. Das ist halt schon krass. Liberty. Oh Liberty Law. Liberty Law. Liberty Law. Gibt es noch mehr Law Firm? Kanzlei Law and Justice. Schlungberg Sax. Jack Burner. Jack Burner. Okay. Da sind die halt. John wird nicht mit Haru schimpfen. Aber ja. John ist enttäuscht von Haru. Ah ja. Ah ja. Ja. Das Suche im Christentum ist eine gute. Ist ein Artikel, den wir eben nicht schon mal so schrieben. Und ich würde, ich freue mich, den wieder so zu machen. So. Ich gehe ums Eck. So. Bis gleich. So. Da bin ich wieder. Ai, 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 ai. Das war heute auch so ein. Ja, wir haben. Also man muss halt auch sagen, wir haben halt Ameisen auf dem Balkon. Und das ist halt. Zum Glück nur auf dem Balkon. Nicht im Haus. Aber es führt halt zu etwaigen Problemen. Und wir haben jetzt gerade halt so ein Mittel zu Hause. Zum Glück ist es zwar ein Pestizid. Aber es ist ein. Ähm. Ja. Es ist noch ein harmloses. Also es ist noch ein naturbelassenes Pestizid. Aber am Ende ist es halt ein Pestizid. Ähm. Klammer zu. Auf jeden Fall. Also wenn wir das echt. So. Wer mir auch immer helfen wird. Mach schon mal Kirchenmusik an. Dann merke ich, ob irgendeine Musik. Eines Tages nicht. Und da mussten wir jetzt gerade alles wegräumen. Weil die sind jetzt wieder woanders hingewandert und so. Und bevor die sich da einlisten. Ne. Mal gucken, ob alles kommen wird. Mal gucken, ob alles kommen wird. Jetzt bin ich gespannt, wer da kommt. 40 Minuten vorher. Musik geht. Einen schönen guten Abend. Wunderschönen guten Abend. Ich bin mal etwas zu früh da. Ja. Kenn ich. Das Gefühl. Aber ich bin auch ungern zu spät. Deswegen. Naja. Umso besser, dass man ein bisschen früher da ist. Ja, das ist immer ärgerlich, wenn gerade noch irgendwas los ist oder so. Und dann schafft man es doch nicht. Richtig. Und dann dachte ich mir, dann fahre ich lieber ein bisschen früher los. Und dann setze ich mich hier noch ein bisschen hin. Wie ist ein bisschen die Ruhe. Oh ja, das ist super. Aber wenn sie jetzt auch schon da sind. Ja, genau, genau. Bin heute auch etwas früher da. Hatte heute auch nicht so viel zu tun, glücklicherweise. Ach ja. Ansonsten stressiger Tag gewesen, oder? Ach, schon ein bisschen. Aber nichts, was man nicht ändern konnte. Das klingt gut. Das klingt gut. Schon wenn Menschen ihren Stress umändern können oder irgendwo anders hinwälzen können. Jetzt werden sie vielleicht lachen, weil ich jetzt gerade hierhin komme. Aber ich arbeite bei Liquid Sins. Liquid Sins. Jetzt muss ich nochmal nachfragen, was das für ein Unternehmen ist. Das ist eine neue Fusion aus mehreren Unternehmen hier aus der Stadt. Und ja, prinzipiell kann man sagen, wir haben jetzt hier die, ja, kann man nicht anders sagen, als die Monopolstellungen in Sachen Alkoholproduktion. Ah, okay. Das ist natürlich super. Jetzt frage ich mal ganz blöd, verkaufen sie auch Wein? Aktuell müssen wir, also muss Wein über Cyprus importiert werden. Es ist angedacht, wenn wir irgendwann unseren eigenen Standort bekommen, wenn der umgebaut ist, dass wir dort auch Weinreben anbauen können. Oh, das ist natürlich gut. Aber bis jetzt allerdings noch nicht. Ah, schade, ja. Aber wir brauchen uns im Gottesdienst ab und zu, deswegen. Ja, also früher hat das ja immer die Tongva Winery gemacht, aber die wurde, glaube ich, irgendwann geschlossen, so wie ich das mitbekommen habe. Und aktuell müssten sie das dann halt in einem örtlichen Geschäft oder über Cyprus bestellen. Aber wenn es soweit ist, dass wir tatsächlich dazu kommen, unseren eigenen Wein zu produzieren, dann können wir natürlich auch gerne, äh, äh, ja, hier etwas beisteuern. Das ist natürlich gar kein Problem. Oh, da würden wir uns natürlich sehr freuen. Ja, sei es auch eben vielleicht auch für einfach nur für günstigten Preis oder da würden wir uns sehr, sehr freuen. Weil es ist auf Dauer halt auch teuer. Ich denke, da lässt sich einen Weg finden. Also ich meine, wir brauchen jetzt keine, äh, fässerweise hier den Wein. Ähm. Ich denke mal, da findet sich eine Lösung, dass die da auch, äh, etwas günstiger von uns, äh, günstiger Konditionen bekommen. Immerhin ist das ja auch jetzt nicht zum Privatvergnügen, ne? Ja, eben, eben. Ich denke mal, das sollte machbar sein. Aber ich kann Ihnen leider noch nicht sagen, wann es soweit sein wird. Ja, bis dahin hat das ja noch, kann das ja ruhig noch ein bisschen warten, weil wir, schlimmstenfalls holen wir uns die Flasche noch immer vom örtlichen Laden. Wir brauchen ja auch nicht so viel, deswegen. Mhm. Meine Flasche reicht ja schon für so roundabout drei Gottesdienste. Teilweise auch mehr. Ja, also wir können auf jeden Fall auch dann, also meine, äh, direkten Vorsitzenden, also die Chefs, die sind gerade im Urlaub, die kommen morgen wieder, das kann ich auch direkt mal ansprechen. Schön. Ich weiß mal, dass man das schon mal vormerkt irgendwie, dass ich kenne, ja, also wenn Sie tatsächlich sagen, Sie brauchen eine Flasche für zwei bis drei Gottesdienste. Mhm. Und kriegen wir es, also, ich will Ihnen ja keine Versprechung machen, aber da könnte ich mir vorstellen, dass Sie schon sogar sagen, Sie kriegen da, äh, einmal im Monat eine Flasche umsonst oder so. Ach, das wäre ja, das wäre ja, das wäre ja noch, noch viel schöner. Ja, wie gesagt, ich will Ihnen da jetzt keine Versprechung machen, aber bei einem so geringen Bedarf und da das ja, wie gesagt, äh, kein, kein, äh, Privatvergnügen ist, wofür sie den Weinbrauchern, denke ich mal, dass wir vielleicht eine Lösung finden. Schön. Ach, das ist ja schön. Ja, dann umso, äh, besser, dass Sie ein bisschen früher gekommen sind, weil dann kann man so etwas auch mal ansprechen, das ist... Ja. Ja, schön. Ja, das ist halt im Moment auch mit der Bakery so, da warten wir halt auch auf die Hostien, aber, ähm, ja. Ah, ja. Müssen wir halt noch gucken. Boah, ich denke mal, das wird sich auch irgendwann regeln lassen. Ja, eben. Wir haben jetzt halt noch ein paar letzte, äh, Hostien noch da, aber, ja, die gehen auch irgendwann zur Leige. Ja, das stimmt wohl leider. Genau, genau. Ja, schön. Ja, tatsächlich, äh, dass wir uns jetzt hier vorher treffen, das ist jetzt gar nicht so, äh, so, äh, schlecht, weil ich gerne tatsächlich auch mal, äh, den Wunsch hat da mir, äh, äh, ja, etwas privater zu reden. Immer gerne, immer gerne, immer gerne, wir können uns auch gerne jetzt, wenn Sie möchten, immer noch ein bisschen Zeit. Aber wir können uns gerne auch hinsetzen, also wir müssen hier nicht... Dann bitte, bitte, sitzen Sie ruhig, sitzen Sie ruhig. Äh, hier rumstehen. Also, äh, ich war jetzt, ich glaube, bei Ihnen war ich jetzt einmal in der Messe. Mhm. Wir hatten Sie auch kurz, äh, mh, auf der Hochzeit unterhalten hier vor kurzem in, äh, in diesem Anwesen in Rockroad. Mhm, ich erinnere mich. Ähm, ja. Ähm, was mal, also die letzte Messe habe ich, glaube ich, verpasst. Mhm. Äh, jetzt habe ich mal wieder Zeit dafür, zum Glück. Schön. Ähm, es ist, also was mich gerade so ein bisschen beschäftigt, und, äh, meine, vielleicht können Sie da ja, weiß nicht, vielleicht auch einfach mal, dass man ein bisschen loszuwerden, weil, das ist eine Sache, mit dem kann ich auch nicht zu jedem gehen, da kann ich nicht mit jedem drüber reden. Ähm, 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 also, ich muss aktuell sehr viel an eine bestimmte Situation vor, äh, jünger anderthalb Jahren denken, ähm, ausgelöst wurde, dass das ein, ja, eigentlich ist es nicht mehr als ein Flüchtiger bekannt, aber der ist vor kurzem verstorben. Mhm. Und, ähm, äh, seitdem muss ich da wieder dran denken, und, ähm, das beschäftigt mich gerade aktuell sehr, also, ich war tatsächlich immer, äh, eine Zeit lang, ähm, ähm, das Handelschaftsdepartment tätig, weil es es noch so hieß, ähm, ähm, also, beziehungsweise generell halt auch, was hat das Polizipaten dadurch logischerweise. Mhm. Und, ähm, ich weiß nicht, wie lange Sie schon hier sind, haben Sie damals den Hurricane mitbekommen? Nee, tatsächlich, nein, nicht. Ähm, damals, als dieser, dieser Hurricane hier war, ähm, gab es Probleme im State Prison, dort sind, äh, ja, ich sag mal, einige Insassen entkommen durch die ganzen, durch das ganze Chaos. Mhm. Ähm, äh, die mussten wir dann natürlich auch suchen, und das ist ja auch richtig, weil das waren teilweise auch Personen, die, also, die haben nicht nur, äh, äh, in den Laden überfallen oder so, ne? Ich sag's mal so. Ja, also, ich kann sagen, ich kenne so ein oder andere Personen aus dem State Prison, ja. Ah, okay. Ja, oder, ähm, oder zumindest Leute, die dort waren, sein müssen. Mhm. Mhm. Und damals war das, äh, so, dass wir eine flüchtige Person damals, ähm, in Italy gestellt hatten. Mhm. Und wir dementsprechend dann dorthin und die Personen in Gewassern nehmen wollten und jetzt zurück zum State Prison bringen. Mhm. Ich hatte die betreffende Person leider andere, ähm, Pläne, nenne ich es mal. Und, äh, und, äh, hat daraufhin Kollegen von uns angegriffen, mit einem Messer. Mhm. Und, äh, ich war damals, äh, bezwungen, meine Waffe zu benutzen, um halt das Leben meiner Kollegen zu beschützen, ähm, und hab dann, ich glaub, das war, lass mich nicht lügen, ein halbes Jahr später, ähm, erfahren, dass dieser Häftling, äh, tatsächlich durch meine Waffe verstorben ist. Mhm. Und, ähm, klar, in dem Moment war es so die Option, die ich wählen musste, war so im Nachhinein fragt man sich halt schon immer, hätte ich irgendwas anders machen können. Ja, klar. Weil egal, was der, die Person angestellt hatte, äh, es war ja, wer, oder ist als Police Beamter ja nie Sinn und Zweck, ein Leben zu beenden. Mhm. Mhm. Und, ähm, in letzter Zeit denke ich halt oft darüber nach, so. Ähm, ist auch irgendwo von der Person her, die das Messer benutzt hat, auch, ähm, sag ich mal, irgendwo mit einkalkuliert. Er weiß ja, auf was er sich einlässt, wenn er so etwas tut. Und, ähm, nicht, um zu sagen, ähm, das ist jetzt alles in Ordnung oder so, sondern einfach auch diese Situation, diese Perspektive zu sehen und vielleicht auch zu verstehen, dass das, was sie getan haben, von ihrer Seite aus notwendig war. Und, dass die Person damit jetzt umgekommen ist, ist dramatisch, ist tragisch, ist natürlich auch für sie tragisch, ist grundsätzlich immer eine Tragik, weil, wie sie ja selber sagen, sie sind ja für den Schutz des Lebens da, nicht um Leben zu nehmen. Auf der anderen Seite ist es eben auch, leider Gottes, das Berufsrisiko, aber auch das Risiko derer, die eben Straftaten tun. Und, ähm, ich denke, wenn man das so versucht, so etwas objektiver in dem Moment zu sehen und zu sagen, naja, was hätte ich anderes tun sollen und das nicht einfach als subjektives, naja, aber ich hätte auch anders handeln können, nimmt, versteht man vielleicht auch, dass das einfach eine, vielleicht schon fast eine Logik ist, die entsteht. So traurig es klingt. Eigentlich sollte das Töten einer Person oder in dem Fall Beschützen anderer Person, was mit dem Tod einer anderen Person endet, ja eigentlich nicht Normalfall sein, aber dramatischerweise gibt es Situationen im Leben, dass es genauso wie, wenn ein Krieg ausbrechen würde oder ein Hurricane geschieht oder was auch immer, ist es leider immer die Tragik des Lebens, dass Menschen dabei umkommen, verletzt werden. Und leider auch in so einem Fall. Und damit sie vielleicht auch, ja, sehen, dass, ähm, der Tod einer Person, also, ich kann ihnen so viel sagen aus, sag ich mal, aus dem, was ich aus meinen Erfahrungen herbringe, wenn ich mit anderen spreche. Über sowas kommt man schwer drüber hinweg. Und da verstehe ich ihre Situation auch sehr gut. Nehmen sie sich aber die Zeit und setzen sie sich damit auseinander insoweit, dass sie versuchen, objektiv an diesen Moment heranzugehen. Ja, ich weiß, das fällt schwer und es wird unglaublich viel Zeit brauchen. Vielleicht ist das so ein kleiner Lichtblick, den man haben kann. Ja, ich verstehe ihre Argumentation. Und, also, ich meine, der Einsatz der Waffe war absolut gerechtfertigt. Da gab es keine, keinen Zweifel dran. Und, ähm, ich meine, der ist mit dem Messer auf Kollegen losgegangen. Äh, tatsächlich wurde auch ein Kollege an dem Abend verletzt. Trotzdem, wenn man halt, äh, aufwächst, so in dem, in dem Mindset, dass so etwas eigentlich nicht passieren darf, dass man einen anderen Menschen das Leben nimmt, ähm, dann beschäftigt einen das halt. Definitiv. Stimme ich auch zu. Und, ja, es ist so, ähm, ja, es ist die Tragik des Lebens, ne. Ähm, ja. Sie kannten, äh, den Häftling aber nicht persönlich oder so, sondern? Äh, persönlich nicht, nein. Also, äh, ich hatte den, wodurch, glaube ich, ich habe ihn einmal vorher getroffen im State Prison, aber auch nur sehr flüchtig. Mhm. Und, ja. Also, der, der, der saß auch, ähm, wegen schon sehr üblen Dingen. Mhm. Und so sagen. Und, ja, der, äh, wusste wahrscheinlich, was passiert würde, ähm, wenn er so etwas tut, ähm, der wäre auch, äh, nie aus dem State Prison entlassen worden. Mhm. Also, er hatte eine mehrfache lebenslängliche Strafe. Mhm. Und, ja, also, er wusste wahrscheinlich, was auf ihn zukommt, wenn er das tut und vielleicht hat er das sogar gewollt. Mhm. Mhm. Und statt im Prison zu bleiben, ich weiß es nicht, aber es ist natürlich trotzdem, ich war damals noch Recruit. Ja, okay. Ja, das ist zwar mein erstes Mal, wo ich eine Strafe war, wo tatsächlich auch auf einen anderen Menschen gerichtet habe. Mhm. Wenn ich, ja? Ja, war, also, ich kann Ihnen sagen, ich bin danach auch außer Dienst gegangen, also ich konnte dann auch nicht mehr. Ja. Ja. Verstehe ich. Ähm, wenn ich fragen darf, hat, ähm, Sie haben ja gesagt, äh, Sie haben ja auch in der Vergangenheitsform gesprochen, dass Sie im SDI gearbeitet haben. Ja. Ähm, hat der Vorfall was damit zu tun, dass Sie dort nicht mehr arbeiten? Also jetzt, rein subjektiv gesehen, ne? Also haben Sie sich dann entschieden zu sagen, nee, ich kann das nicht mehr tun? Mhm. Ähm, nein, tatsächlich ist das nicht der Grund, warum ich, äh, den Polizeidienst aufgegeben habe, das hat andere Gründe. Okay. Ähm, aber es hat mich natürlich trotzdem geprägt, ne? Ich war immer derjenige, der dafür tradiert hat, ähm, die Schusswaffe stecken zu lassen und wenn es wirklich sein muss, den Taser zu nehmen. Mhm. Ähm, ähm, ich bin einmal tatsächlich eine Woche suspendiert gewesen, weil ich eine Schusswaffe nicht zücken wollte. Mhm. Okay. Also wir waren mit mehreren Officern, eine Person stand da und alle hatten die Schaffwaffe draußen außer ich, weil ich gesagt habe, wir haben hier genug Waffen, ich muss ja nicht auch noch mit der Waffe rumfuchteln. Mhm. Mhm. Dafür wurde ich suspendiert, also. Okay, gut. Ähm, hat soweit geführt meine Überzeugung, dass ich dann halt da sogar berufliche Konsequenzen hatte. Mhm. Ja, verstehe. Ja, das ist umso dramatischer, wenn dann plötzlich die eigenen, ja, wenn, wenn das eigene Erleben oder das eigene Erlebnis dann einen auch im Dienst dann auch verhindert, weil man eben, ja, so etwas erlebt hat. Also wie, wie, wie haben Sie sich dabei gefühlt, als Sie, äh, als Sie davon erfahren haben, dass die Person gestorben ist? Ja, schwierig. Also wir haben den, die Person damals, ähm, mit MD-Betreuung natürlich ins, äh, State Prison gebracht und da wurde er dort operiert. Mhm. Also dort sind ja auch die, äh, Medizinversorgung gut gegeben, dass sowas auch möglich ist. Mhm. Und dann hieß er erst mal, ja, er wird halt, ähm, erst mal ein künstliches Koma versetzt, damit er mit der Körper zur Ruhe kommt und die Möglichkeit bekommt, sich selbst zu heilen. Mhm. Mhm. Also er hatte die, initial hatte die, die, die Sache sag ich jetzt mal überlebt. Mhm. Mhm. Ähm, und ich hatte dann den vergangenen, also die dann auch folgenden Tagen und Wochen immer mal gefragt, so, im MD und so, ähm, ob es da Neuigkeiten gibt und sieht man so, ja, nee, nix Neues, ist soweit stabil und so. Mhm. 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 Und, äh, ja, irgendwann hieß es dann, ja, nee, der ist mittlerweile verstorben. Mhm. Mhm. So hat der Körper als einfach nicht hingekriegt. Mhm. Mhm. Ja, also war ich halt natürlich auch erst mal so, buff, ne, also, ich kann es gar nicht beschreiben, es war so ein bisschen so eine Lehre, die aufgegangen ist. Mhm. Ähm, besonders als dann auch, dass ich die, äh, vorhin sich dann bestätigt hatte, dass es halt, äh, auch meine Kugeln waren, also die aus meiner Waffe kamen. Mhm. Mhm. Äh, die da den, ja, mal größten Schaden angerichtet haben. Mhm. Ähm, ähm, ja, das fühlt sich nicht gut an, auch wenn ich natürlich, mir ist ja bewusst, ich habe Kollegen und andere Menschen verteidigt und davor bewahrt von dieser Person auch verletzt zu werden. Also natürlich trotzdem, ja, hat sich das trotzdem alles im Magen umgedreht. Und dann, und zwar so eine Lehre da und ich wusste einfach nicht so recht, was ich da tun soll, tatsächlich. Mhm. Weil, wenn man gedanklich von einem Punkt ist, wo man sagt, ja, das war notwendig, aber trotzdem sofort irgendwie die Zweifel auf, ob man es, wie ich vor Anfangs schon sagte, hätte man es nicht anders machen können. Mhm. Ja, und, ähm, jetzt frage ich mal so, Sie kommen jetzt auf, diese Gedanken oder auf diesen Vorfall zu sprechen? Oder sehr, oder Sie kommen, Sie denken jetzt häufiger daran, wegen dem Freund, der verstorben ist, oder? Genau, es war ein Bekannter, der, der ist, der war irgendwie eine lange Zeit weg und dann kam er wieder auf die Insel. Mhm. Und das habe ich über Arbeitskollegen mitbekommen und dann, äh, so, ja, vielleicht sieht man sich immer wieder, und dann, zwar, also, mir wurde es gesagt, dass er wieder da ist und drei Tage später hieß es dann, er wurde tot aufgewunden. Mhm. Mhm. Und mutmaßlich, natürlich liegt dann Gewaltdelikt im Raum. Mhm. Ähm, und das hat das alles so ein bisschen, ein bisschen aufgewöbelt wieder bei mir. Ja, verstehe ich. Umso mehr, ne? Ja, verstehe ich. Auch wenn die beiden Personen so nichts mehr zu tun hatten, aber, äh, der Tod ist ja, leider, das ist halt, äh, ein alltäglicher Bestandteil so im Leben. Ja. Und, ja, irgendwie hat das halt wieder was irgendwie getriggert bei mir. Ja, ja, ja. Wie, sind Sie dann durch den Dienst gegangen, ähm, wenn, also, einfach jetzt so als Frage, wenn Sie dann häufiger mal, oder, ich weiß jetzt nicht, wie häufig das geschieht, aber, wenn Sie mal gehört haben, dass jemand verstorben, der, also, der im Dienst mal getroffen wurde, sei es Kollegen, sei es eben, keine Ahnung, ähm, Personen, die auf der Straße irgendwie straffällig waren, oder so, haben Sie sowas dann nochmal im Dienst miterlebt? Ja, auf jeden Fall durchaus, also, ähm, dieser Vorfall, wo ich halt derjenige war, der das Leben eines anderen Menschen beendet hat, da war ich ja noch Rekrut. Und, und, nach meiner Rekrutzeit war ich, das sind wir nicht, ich glaube, acht, neun Monate, ähm, noch als Officer tätig. Mhm. Und, da sind natürlich einige Vorfälle noch gewesen, und, äh, sehr, sehr schlimme Dinge, also, äh, eine Situation, da denke ich auch, äh, oder, wenn sowas mal kommt, da denke ich auch häufig dran, ähm, ähm, eine Geiselnahme am Flughafen, ähm, ähm, und, also, was, was da an diesem Abend an Menschenblut vergossen würde, das ist, kann man sich nicht vorstellen, also, wir hatten, ich glaube, fünf verletzte Kollegen, und, äh, vier verletzte, äh, naja, also, tatverdichtige. Mhm. Und, äh, ja, ich hab, war halt auch der Erste, der, äh, direkt dabei war, die Kollegen da aus der Schusslinie zu ziehen, und die, ja, so weit es geht, halt, äh, medizinisch zu versorgen. Also, da war ich, es war mir irgendwie wichtiger, dieses Leben meiner Kollegen in dem Sinne zu retten, als hinter den Verdächtigen herzurenden müssen, was ich meine. Ja, ja, da überwiegt dann eher der Wille, dass die Menschen überleben, als, äh, selber dann, ja, verstehe ich schon. Ja, ja, ich, 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 ich meine, jetzt mal so ganz unter uns gesagt, äh, mit so einer Einstellung zum Beispiel sind sie im MD sicherlich ganz gut aufgehoben, einerseits, auf der anderen Seite natürlich. ist natürlich so der große Punkt, dass man dann erst recht immer wieder mit diesem Thema Tod konfrontiert ist, also, jetzt mal so dahingesagt, weil, sie sagten gerade, es ist so allgegenwärtig, das Thema. Ähm, ich sag mal so, es ist, ähm, nicht einfach, ähm, ja, so viele verletzte, verwundete Menschen zu sehen, oder auch grundsätzlich auch die Sorge zu haben, dass potenziell jemand verstirbt und so weiter. Ja, das ist, ich verstehe schon, das ist, das ist etwas, was ihnen einfach geblieben ist auf Dauer, wenn ich das richtig verstehe, jetzt seit der Rekruten. Ja, definitiv, also, war ja auch während meiner gesamten Dienstzeit, war ich auf, bei Beerdigung von, äh, Kollegen. Ja, okay. Ja. Und eine hinterher noch, da war ich selber schon nicht mehr im Dienst, aber da ist auch ein Kollege, mit dem ich viel zu tun hatte, ist bei einem Verkehrsunfall gestorben. Und da war ich dann auch, äh, bei Beerdigung und das ist, ähm, wenn sie da die ganzen Kollegen stehen sehen und alle um den Grab herum versammelt, und sie wissen genau, die Person, die da gerade beerdigt würde, mit dem hast du im Streifenwagen gesessen, mit dem hast du, äh, bis Seite an Seite in irgendwelche Lehne reingerannt, äh, und in der Tat halte ich die näher und das macht schon was mit einem, also, für dich persönlich. Weil es gibt da Leute, die sind da, ich will nicht sagen eiskalt, aber die sind da ein bisschen recht abgeertet als ich. Aber ich, äh, mich beschäftige das halt schon. Ja. Ja, das Mysterium des Todes, nicht wahr? Und gerade wenn das Leben einem dann tatsächlich auch genommen wird, also bewusst genommen wird, das ist ja nochmal ein viel brutalerer Akt, ja. Obwohl es am Ende nur um den, also nur, also um den Tod geht, sag ich mal, aber am Ende des Tages ist auch das hinwegnehmen von eben diesem Leben immer ein, ja, ein schrecklicher Akt, sag ich mal. Ja, allerdings. Die größte Tragödie, die man erleben kann. Es muss ja auch nicht immer Gewalt durch eine andere Person sein. Ich meine, der eine Kollege ist, wie gesagt, bei einem Verkehrsunfall gestorben. Also, da gab es in dem Sinne keine Person, die wirklich schuldig oder ja, dafür verantwortlich war. Es ist halt einfach, passiert, unglückliche Umstände, wenn man das so bezeichnen möchte. Ja. Aber trotzdem ist es natürlich dann schrecklich, wenn sie wissen, ich habe mit dem Kollegen schon Rücken an Rücken gestanden oder hinter einem Streifenwagen gehockt oder was auch immer. Ja. Ja. Ja, gerade wenn es dann auch, wie sie selber auch nochmal sagen, bezüglich, ja, wenn es dann eben so unnatürliche, sag ich mal, Tode sind, also, ne, einerseits das Leben hinwegnehmen, andererseits, dass das Leben ebenfalls dann in so Situationen verschwindet, ja. Obwohl die Person vielleicht gar nicht mal so alt war, ne. Das ist ja, ja, das ist immer dramatisch. Und das macht mit einem auch etwas, ne. Ja, definitiv. Also, ein Kollege, der Anfang 20 ist, der sollte nicht in einem Grab liegen, ne. Da sind wir uns alle einig. Genau. Ja, das ist wirklich so. Ich glaube, wird langsam Zeit. Ich danke Ihnen auf jeden Fall für das Gespräch, ne. Wir können das immer wieder, ne. Eine wunderschöne Brüche. Schönen guten Abend. Guten Abend. Ganz kurz, ich würde mich noch mit dem Herrn kurz unterhalten. Oh, alles klar. Muss ganz kurz gucken. Mich hat auch jemand angerufen. Vielleicht war es wichtig. Achso. Mal gucken Sie ruhig. Alles gut, jetzt mache ich den Flugmodus rein. Und im Gottesdienst ist das nicht so schön. Ja, das verstehe ich. Ja. Ne, aber wie gesagt, wenn, also jetzt mal drüber hinaus, wenn nochmal Gesprächsbedarf ist, einfach gerne bei mir oder beziehungsweise bei der, bei unserer Seelsorge-Hotline anrufen. Sechsmal die Eins. Ich bin meistens dann dran oder ich rufe zurück zumindest. Genau. Aber ja, ich denke, das ist etwas, was, also was ich nochmal fragen wollte in Ruhe, wie kommen Sie eigentlich so jetzt gerade damit zurecht? Also wo suchen Sie Trost, suchen Sie Ablenkung? Also aktuell ist halt viel Ablenkung dadurch, dass wir diese neue Fusion jetzt ja haben und da viel zu tun gibt. Ich habe gar nicht so die Zeit, so im Privaten über nachzudenken. Deswegen ist es nicht auch schon gut abgelehnt. Ansonsten ist natürlich meine Frau oder meine Freunde natürlich auch eine Stütze. Verstehe ich, verstehe ich. Das ist gut. Es ist gut, dass Sie jemanden um sich haben, den das auch interessiert und auch die das mittragen bewusst. und dann sich dessen bewusst sind, dass es für Sie eine wichtige Beschäftigung ist, dass Sie da einfach noch immer dran, sage ich mal, nachzudenken haben. Ja. Bin ich auch sehr dankbar für. Ja, das ist wirklich sehr entscheidend, weil am Ende des Tages, egal ob Sie jetzt uns unterhalten oder ob Sie beim MD oder so sind, also im Sinne von einer psychologischen Behandlung oder so etwas, dann am Ende des Tages ist das nicht das Entscheidende, sondern das Umfeld, das einen auch in den schwersten Situationen, wenn man gerade keinen Termin hat, trägt. Ja, absolut. Aber das wäre tatsächlich auch, also einfach jetzt von meiner Seite aus, ja, einfach nochmal so einen Hinweis bezüglich des MDs, falls da irgendwie noch mal noch einen anderen Blick drauf haben wollen, weil ich kann in Hoffnung schenken und versuchen zu sagen, dass, sag ich mal, der Tod uns alle ereilen wird und ja, früher, später, je nachdem und dass wir dem einfach ausgeliefert sind, so dramatisch es klingt, aber ich hoffe, ja, da haben die nochmal einen anderen Blick drauf als ich. Ich würde auf jeden Fall drüber nachdenken. Ja, immer gerne, immer gerne und ja, ich hoffe, also, was mir persönlich immer hilft, wenn Menschen versterben, das ist so meine persönliche Art damit umzugehen und ich das dementsprechend auch mitbekomme, vielleicht auch, dass es Menschen sind, die aus der Gemeinde stammen oder so, ich bete gerne für sie, weil das mir zumindest die Gewissheit schenkt, wenn sie schon nicht mehr da sind, habe ich erstens an sie gedacht und zweitens hoffe ich und das ist ja mein persönlicher Glaube, dass Gott ihnen die Sünden verzeihen wird, die sie mal getan haben und es ihnen hoffentlich jetzt besser geht und ja, ich sag mal so, bei jemandem, der Kollegen umbringen wollte, immer schwierig, aber es ist immer so die Frage, wie komme ich damit alleine zurecht und wie kann ich meinen Frieden schließen? Manchmal ist es so, dass man im Glauben dann seinen Frieden gut schließen könnte. Ja, durchaus, durchaus. Also ich komme ja auch nicht aus Langeweile hier hin, ne? Eben, eben. Ja, manche Menschen kommen und sagen, ich bin nicht so gläubig oder ich habe hier nicht irgendwie die Beziehung dazu und ja, wollen gerne die Predigt hören, wollen sich vielleicht doch gerne Hoffnung mitnehmen, aber wenn Menschen hierher kommen, weil sie eben auch glauben, dann ist das immer ein guter Rat, den ich mitgeben kann. Also ich bin ja auch ganz ehrlich zu Ihnen, ich war jetzt auch nicht ein Leben lang, ich sag mal, der ja muss da gläubig gehen, aber man erkennt ja doch schon so, also ich bin so aufgewachsen, über meine Eltern, die da Wert drauf gelegt haben und als ich älter geworden bin, so ich sag mal, also in der Teenie-Phase ist man dann vielleicht noch so ein bisschen rebellisch, teilweise und aber je älter man dann auch flirt oder ich, zumindest was bei mir so, dann auch erkannt, dass es halt auch schon ein wichtiger Aspekt ist und selbst wenn man nicht an alles glauben kann oder möchte, es ist schon eine große Stütze, wenn man ehrlich ist, so empfinde ich das jedenfalls und deswegen, naja, seit einigen Jahren bin ich jetzt wieder ein bisschen aktiver auch dabei, sag ich jetzt mal. Das ist schön zu hören, gerade wenn das, wenn man im Leben voranschreitet und man vielleicht so ein bisschen den jugendlichen Glauben in Anführungsstrichen beiseite gelegt hat und man vielleicht auch die Trotzphase, sag ich mal, auch eine religiöse Trotzphase durch hat, also die gehen ja nicht immer mit, sag ich mal, mit der eigenen Pufertät einher, dann sieht man vielleicht nochmal anders auf den Glauben und sieht, dass es da vielleicht Aspekte gibt, die uns weiterhelfen und uns eine Stütze sind, nicht wahr? Ja, genau. Und dass man sich dann, auch wenn man an etwas nicht glauben kann, dann einige Glaubensätze, dass es trotzdem etwas Gutes ist. Ja. oder etwas Gutes sein kann, es ist ja nicht immer etwas Gutes. Absolut, ja. Aber wie gesagt, wenn noch was ist, ich kann Ihnen auch gerne meine private Nummer geben, wenn das okay ist, wenn Sie wollen. Ja, können Sie auf jeden Fall machen, so, falls ich da mal bedarf sehe, können wir mal reden. Ja, genau. Das ist die, wenn ich darf, ja, 1-4-0 1-4-0 4-2-2 4-2-2 Genau. Wie schreibt mir Ihren Nachnamen nochmal nicht, dass ich das falsch schreibe? Formen, F-O-R-E-M-A-N Okay, gut. Jetzt ist es auch geschrieben, aber ich frage lieber nochmal. Alles gut. Vielen Dank für das Gespräch. Hallöchen. Äh, ganz kurz. Guten Abend. Äh, ja genau. Wir tauschen hier gerade nur Nummern. Ähm, genau. Reverend Foreman einfach. Oder auch einfach Reverend John Foreman. Mir ist es egal, wie die Leute mich nennen mögen. Mhm. Genau. Okay. Können Sie mir einfach eine kurze Nachricht erlassen mit Namen, dann kann ich mir das auch direkt einsprechen. Ja, bleibe ich Ihnen jetzt einen Moment. So einen, aber auf jeden Fall auch. sehr schön. Manche, manche, äh, Leute glauben an manche einen Pirat bei dem Namen. Echt jetzt? Ja, irgendwie schon. Ich wollte schon mehrfach drauf angesprochen, ob ich Pirat bin. Wie ist, wie ist nochmal die Firma, wo sie arbeiten? Äh, Liquid Sins. Liquid Sins. Äh, Liquid Sins. Ich schreibe es mir einfach mal dazu, damit... Ja, machen Sie das. Weil ich immer, ich vergesse immer Unternehmensnamen und dann kann ich die Person noch leichter zuhören. Gut. Gut, ich würde noch ein paar Leute hier begrüßen. Ja, klar machen Sie das. Ich will ja auch nicht die ganze Zeit in Antwort nehmen. Ach, alles gut. So, auch nochmal Hallöchen. Geht's dir gut? Ja, und selbst? Ja, soweit. Bist du bereit für deinen großen Tag? Nein, Quatsch. Äh, gar nicht. Ich werde nicht nach vorne gehen. Dazu kriegst du mich nicht. Echt nicht? Ich weiß noch nicht. Es ist nicht Batsch vorne zu stehen und zu erzählen, deswegen nee. Nee, nicht erzählen, nicht erzählen. Dass du mir wenigstens das Tablett heute hältst. Achso. Ähm, ja, das kriegen wir hin. Stimmt. Das ist der Beste. Ich hab schon alles vorbereitet, von daher. Das kriegen wir hin. Ich sag noch den anderen Hallo. Ja, natürlich. Hallo Sir, ich grüße Sie. Hallöchen. Geht's Ihnen gut? Ja, mir geht's wundervoll und selbst. Ja, soweit auch. Danke der Nachfrage. Ich glaube, Sie waren bisher noch nicht bei meinen Gottesdiensten, oder? Äh, bei Ihrem nicht. Ich war einmal schon bei einem. Ah, bei Pater Kalle wahrscheinlich? Mhm. Ah, sehr schön. Ja, das freut mich dann auf jeden Fall, Sie heute auch hier zu sehen. Ja, ich freu mich auch. Ich gehe noch ein paar andere Leute hier begrüßen, die ich so kenne und ja. Ja, ja. Super. Dann bis gleich. Gleich. So, Hallöchen, jetzt noch mal. Hallöchen. Hallo. Na, du? Na, sie? Versteckt ihr euch jetzt hintereinander? Immer. Ihr Leben umarmt. Ich habe das Bedürfnis danach. Wunderbar. Meine Güte. Ja, schön, dass ihr hier seid. Schön, dass ihr es geschafft habt. Ja, habe ich doch gesagt, wir kommen her. Ah, ja, sehr schön. Mhm. Ja, ich sage noch den anderen Hallo. Ja, natürlich. Ich kenne die auch noch und ja. Super. Alles gut. gleich drin. Auf der anderen Seite. Hallo zusammen. Hallo. Wie geht's? Ja, soweit so gehört. Das freut mich doch. Super. Und selber? Ja, soweit auch. Ja, heute leider im Süden unterwegs, ne, aber kriegen wir auch. Ich habe mir ja schon mal was dazu gesagt. Noch weiter südlich, naja, würden sich Leute bestimmt auch freuen. Ja, tatsächlich habe ich mir da schon, habe ich da schon mal das angesprochen. Problem ist, die steht gerade irgendwie unter Denkmalschutz und da gibt es bauliche Probleme. Mhm. Aber tatsächlich, vielleicht ist das mal ein Projekt für die Zukunft, was man angehen könnte. Aha. Dass wir die vielleicht noch zum Öffnen kriegen. Wieso heute nicht im Norden? Wir haben leider an der Tür Probleme mit etwaigem Schimmel und das ist ein bisschen gesundheits, nicht so gesundheitsfreundlich, sagen wir es mal so. Okay. Genau, deswegen, man neigt zu Gewaltmärschen. Muss man so auszudrücken. Mhm. Genau. Deswegen, ja, heute hier. Wir werden mal gucken, wie lange das dauern wird mit den Renovierungsarbeiten da oben. Aber das kriegen wir hin. Ja, bestimmt. Aber schön, wenn ihr da Hilfe braucht, dann sag gerne Bescheid. Ja, sehr gerne, sehr gerne. Wenn wir da endlich so ein bisschen mal, ähm, ja, so ein bisschen mal eine Einschätzung haben, dann frage ich auf jeden Fall nach, habt ihr die Nummer und dann schaffen wir das gemeinsam, das Ding wieder zu öffnen. Ja, bestimmt. Ja, eben. Schön, schön. Schön, auch euch wieder hier zu sehen. Freut mich immer. Wie gesagt, wenn wir Zeit haben und sehen, dass du so angekündigt hast, dann sind wir da. Sehr schön. Super. Ja gut, dann geh ich schon mal rein, ne? Wir sehen uns gleich drinnen. Ja. Ja. So. So, dann wollen wir mal die Bude stürmen. Wo stehe ich mich da am besten rum und am besten auch Sonnenbrille aus, ne? Ja gut, wenn es für dich nicht zu hell ist. Ne, das hat was mit Höflichkeit, glaube ich, ein bisschen zu tun. Ich zeige dir gerade nur, was wir brauchen. Also hier, ja. Genau, also hier habe ich so ein Tablett vorbereitet. Äh, da sind dann die, was siehst du hier, die Hostien und der Wein drauf. Den nehmen wir dann mit nach vorne, beziehungsweise ich nehme schon, ähm, Kelch und die Pateene mit, ne? Und das Tablett, einfach nur, damit ich es abstellen kann, damit ich auch. Genau, ich nehme einfach nur das Tablett. Du kannst es dann da drauf stellen, wie du willst. Wo stehe ich mich am besten hin? Direkt neben mich. Ich, äh, weil ich einmal kurz quasi die Hände nach oben hebe dann noch und dann runter bete, äh, hier die berühmten Worte, ne? Ähm, wie war das nochmal? Äh, nehmen es und essen es alle davon. Am Anfang dann, oder? Das kommt nach der Predigt, nach der Predigt bräuchte ich dich dann. Ne, nach den Fürbitten, entschuldige bitte. Okay, nach den Fürbitten komme ich dann einfach nach vorne, genau, und dann nehme ich mir eh das Tablett weg und dann, super. Genau, also ich habe ja dieses, ich habe ja dieses Gebet, wir beschwören dich, höre unser Gebet und so weiter, das ist ja so der Abschluss der Fürbitten und genau, dann gehen wir und, äh, holen das Tablett und so und ja. Ja, super, dann setze ich mich direkt hier vorne hin, kein Problem. Ich werde die auf jeden Fall mit einbinden, die sind cool. Ich habe noch ein paar Yoga-Posen, heute Gottesdienst. Ba 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 bum. Ba 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 bum. Okay. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, Gnade und Friede in der Heiligen Versammlung der Kirche Gottes sei mit euch. Ganz verschiedene Menschen haben sich zu unserem Gottesdienst versammelt. Frauen und Männer, Alte und Junge, Menschen mit unterschiedlichen Ansichten, Meinungen und Lebenserfahrungen. Uns alle verbindet. Gott hat uns als seine Gemeinde hier zusammengerufen. Er beschenkt uns mit seinem Wort. Er stärkt uns im Glauben und in der Gemeinschaft. Er gibt uns von seinem Geist. Er ermutigt uns zum Mensch seinem Alltag. Allmächtiger Gott, vor dir sind alle Herzen offen. Du kennst alles Sinnen und Trachten und kein Geheimnis ist dir verborgen. Reinige die Gedanken unserer Herzen durch das Wirken deines Wirkens, damit wir dich vollkommen lieben und deinen heiligen Namen recht verherrlichen. Amen. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geister. Aus dem Evangelium nach Markus. Ehre sei dir, o Herr. Zum Evangelium stehen wir grundsätzlich alle auf. In jener Zeit zog Jesus nach Jerusalem hinein. In den Tempel, nachdem er sich alles angesehen hatte, ging er spät am Abend mit den zwölf nach Bethanien hinaus. Als sie am nächsten Tag Bethanien verließen, hatte er Hunger. Da sah er von Weitem einen Feigenbaum mit Blättern und ging hin, um nach seinen Früchten zu suchen. Aber er fand an dem Baum nichts als Blätter, denn es war nicht die Zeit der Feigenernte. Da sagte er zu ihm, in Ewigkeit soll niemand mehr eine Frucht von dir essen. Und seine Jünger hörten es. Dann kamen sie nach Jerusalem. Jesus ging in den Tempel und begann, die Händler und Käufer aus dem Tempel hinauszutreiben. Er stieß die Tische der Geldwechsler und die Stände der Taubenhändler um und ließ nicht zu, dass jemand irgendwas durch den Tempelbezirk trug. Er belehrte sie und sagte, heißt es nicht in der Schrift, mein Haus soll ein Haus des Gebetes für alle Völker sein? Ihr aber habt daraus eine Räuberhöhle gemacht. Die hohe Priester und die Schriftgelehrten hörten davon und suchten nach einer Möglichkeit, ihn umzubringen. Denn sie fürchteten ihn, weil alle Leute von seiner Lehre sehr beeindruckt waren. Als es Abend wurde, verließ Jesus mit seinen Jüngern die Stadt. Als sie am nächsten Morgen an dem Feigenbaum vorbeikamen, sahen sie, dass er bis zu den Wurzeln verdorrt war. Da erinnerte sich Petrus und sagte zu Jesus, Rabbi, sieh, der Feigenbaum, den du verflucht hast, ist verdorrt. Jesus sagte zu ihnen, ihr müsst Glauben an Gott haben. Amen, das sage ich euch. Wenn jemand zu diesem Berg sagt, heb dich empor und stürz dich ins Meer. Und wenn er in seinem Herzen nicht verzweifelt, sondern glaubt, das geschieht, was er sagt, dann wird es geschehen. Darum sage ich euch, alles, worum ihr betet und bittet, glaubt nur, dass ihr schon erhalten habt, dann wird euch zuteil. Und wenn ihr beten wollt und ihr habt einen anderen etwas vorzuwerfen, dann vergebt ihm, damit auch euer Vater im Himmel euch eure Verfehlungen vergibt. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Dürfen sich ersetzen. Liebe Brüder und Schwestern, das heutige Evangelium steht ganz im Zeichen des Gotteshauses, des Glaubens und der Hilfe Gottes. Jesus kommt in das Gotteshaus, das zur Räuberhöhle geworden ist. Und Menschen kommerzialisieren das Gotteshaus, indem sie es als Marktplatz benutzen. Er wird wütend und wirft Tische um und schmeißt die Händler hinaus, wenn sie haben dort nichts zu suchen. Das wirkt zunächst sehr drastisch, weil Jesus wütend wird, aber als er jedoch zum zweiten Mal an dem besagten Feigenbaum vorbeikommt, sagt er, ihr müsst Glauben an Gott haben. Ja, so würden sich sogar Berge versetzen lassen, allein durch den Glauben. Und er sagt noch mehr dazu. Er sagt, genauer gesagt, und wenn ihr beten wollt und ihr habt einem anderen etwas vorzuwerfen, dann vergebt ihm, damit auch euer Vater im Himmel euch eure Verfehlungen vergibt. Hier spielen mehrere Komponenten eine Rolle. Erstens möchte Gott, dass wir uns des Wertes der Gotteshäuser bewusst werden. Sie sind erstmal Orte des Gebetes, des Rückzugs und der Geborgenheit. Hier sind wir alle gleich. Zweitens, allein durch den Glauben, also durch unsere eigenen psychischen Fähigkeiten, können wir jede noch so schwere Aufgabe, sei es auch den Missbrauch einer Kirche, ertragen. Aber wir müssen die Menschen anmahnen. Und drittens, die Vergebung ist entscheidend, damit auch uns vergeben wird. Wir sollen zu einem Vorbild der Vergebung werden. Nun befinden wir uns nicht mehr in der Zeit Jesu und müssen uns fragen, was diese drei Dinge für uns bedeuten. Wir leben in einer pluralen Welt, wahrscheinlich in der pluralsten Welt der bisherigen Menschheitsgeschichte. Wie können wir da noch Menschen erreichen, denen Gebet und Glaube fremd geworden sind? Müssen wir vielleicht sogar über unsere eigenen Grenzen hinausgehen und eine neue Haltung zeigen, welche nicht mehr von alten, verstaubten Verhaltensweisen zeugt? Sind es Kulturgottesdienste? Motorradgottesdienste? Was machen wir mit den Menschen, die an die Kirche herantreten, um zum Beispiel Filme in Kirchen zu drehen? Die Antwort ist eigentlich einfach. Wir sollten diese Menschen nicht abweisen, sondern sie tief in ihrem Glauben annehmen. Ja, wir müssen Menschen, denen die Kirche fremd ist, dort erreichen, wo sie stehen. Und wir können nicht immer darauf hoffen, dass sie uns hinterherlaufen. Wir müssen sie in ihrer Lebenswirklichkeit abholen. Nun könnte man sagen, naja, dann ist ja alles erlaubt, denn das wäre ja eine Entschuldigung für alles. Hier sind zwei Dinge zu bedenken. Zum einen muss man sich immer bewusst sein, dass manche Grenzüberschreitungen Menschen in ihren Glauben verletzen können. Aber man sollte diesen Menschen grundsätzlich zutrauen, dass gerade ihnen Vergebung und Nächstenliebe so wichtig sind, dass sie solche Grenzüberschreitungen irgendwo akzeptieren. Sie müssen sie ja am Ende nicht gut finden. Zweitens muss die Grenzüberschreitung einen Sinn haben. Bonaventura, ein mittelalterlicher Theologe und Philosoph, sagte hierzu, die Seele gibt sich nicht zufrieden mit dem Gut, das sie begreifen und durchschrauen würde. Sie ist nur zufrieden mit einem Gut, von dem sie selbst ergriffen wird, in dem sie sich selbst überschreitet. Ziel muss sein, dass Menschen in der Grenzüberschreitung einen Übergang zur Kirche erhalten. Die Grenzüberschreitung ist eine Möglichkeit, Menschen wiederum die Möglichkeit zu geben, sich mit dem eigenen Glauben auseinanderzusetzen. Mehr noch, in der Grenzüberschreitung, also gerade auch im Miteinander, kann Gott erfahren werden, wenn auch das Handeln eine Grenze überschreitet. Gerade diese gemeinsame Erfahrung fehlt uns heute. Wir verurteilen so vieles, was angeblich nicht zu unserem Glauben gehört und vergessen dabei, dass das beispielsweise Tätowieren übrigens eine uralte christliche Tradition hat. Und dass das gemeinsame Singen, gemeinsame Feiern, die Ausübung von Kunst und vieles andere eben dann einen Sinn hat, wenn wir es gemeinsam tun. Gerade wenn wir uns gemeinsam begegnen und von der Kunst ergriffen werden können, dann kann Gott auch erfahren werden. Liebe Brüder und Schwestern, ja, auch ich begegne Menschen in vielen Lebenssituationen. Auch ich versuche, die Menschen dort abzuholen, wo sie stehen. Wissen Sie was? Immer wieder wird Gott zum Thema. Das mag zum einen an meiner Stellung als Priester liegen, zum anderen aber auch daran, dass die Menschen die Möglichkeit haben, überhaupt über Gott zu sprechen. Deshalb trauen wir uns mehr über unsere Grenzen hinaus und erreichen die Menschen. Es gilt, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Ja, wir sind nicht mehr über unsere Grenzen. 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 Aber die Menschen, 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 die Menschen. Lasset uns zusammen beten. Gott, ohne Zahl sind deine Wohltaten und doch sind wir oft in unserer Hartherzigkeit gefangen. Wir bitten dich, hilf uns Grenzen zu überwinden. Überwinde unsere Vorbehalte und lass uns heute auf jeden Menschen unbefangen zugehen. Wir bitten dich, erhöre uns. Lass uns nichts Böses mit Bösem vergelten, sondern Vergebung und Frieden schenken. Wir bitten dich, erhöre uns. Hilf, dass wir den Segen, den wir von dir empfangen, für unsere Umgebung fruchtbar werden lassen. Wir bitten dich, erhöre uns. Jetzt ist Zeit für ihre Fürbitten, falls sie welche haben. Wir bitten dich, erhöre unser Gebet. Du hast es uns ja eingegeben und geschenkt, noch bevor wir zu dir gerufen wurden. Schau herab auf uns Bittflehenden. Du verschmähtest es doch nicht, nach mir zu schauen, da wir in die Irre gingen. Herr, du Erbarmer, du wolltest gewiss nicht umsonst dieses Gebet uns eingeben. Nicht hast du es uns geschenkt, damit es fruchtlos bliebe. Du hast es uns deshalb schenken wollen, auf das du uns erhören könntest. Du hast es uns deshalb eingegeben, dich um Hilfe zu bitten, auf das du dich, unser der Sünder, erbarmen könntest. Du hast uns das erste Angeld deiner Barmherzigkeit schon zugewiesen. Schenke auch das Übrige. Amen. Liebe Gemeinde, heute feiern wir auch die Heilige Kommunion zusammen. Deswegen ist dieser Teil für einige neu. Jeder, der möchte, kann, ich werde es dann nochmal sagen, gerne nach vorne kommen und auch die Hostie empfangen. Ich muss mal ganz kurz nachzählen, wie viele wir sind. Nimmst du auch einen Schluck Wein? Äh, ne. Okay. Dann kommen wir nach vorne. Stell dich vor mich. Lasset uns beten zu unserem Gott, dass er die Gaben der Kirche annehme, zu seinem Lob und zum Heil der ganzen Kirche. Du bist heilig, großer Gott. Du bist Quell der Heiligkeit. Darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche. Deswegen bitten wir durch dich. Sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden Leib und Blut deines Leibes. Der Herr sprach, nehmt und esset alle davon. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Er nahm danach den Kelch und sprach, nehmt und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes. Mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Mach deine Kirchen zum Zeichen der Einheit unter den Menschen und zum Werkzeug deines Friedens, wie du uns hier an deinem Tisch versammelst. So sammle die Menschen aller Völker und Sprachen aller Schichten und Gruppen zu deinem Gastmal der ewigen Versöhnung und der neuen Welt deines immerwährenden Friedens. Der Herr hat zu seinen Aposteln gesagt, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Deshalb bitten wir dich, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Seht das Lamm Gottes, das hinwegnehmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter meinem Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Was wir mit dem Munde empfangen haben, das lass uns mit reinem Herzen aufnehmen. Sie können gerne nach vorne kommen. Der Leib Christi Der Leib Christi Amen Der Leib Christi Amen Der Leib Christi Danke schön Okay, du kannst gerne das Tablet drüber bringen. Danke Liebe Gemeinde, es ist so, die Kommunion ist immer ein Stück Vergebung. Sie ist Vergebung für das, was wir falsch gemacht haben, wenn wir Menschen bewusst oder unbewusst wehgetan haben. Sie ist aber auch der Quell der Reinheit. Es ist der Moment, wo wir mit Gott ganz nah in Kommunion treten, wie das Wort aussagt. Dementsprechend ist es auch entscheidend, dass wir versuchen, so würdig es geht, dieses, auch wenn es für uns erstmal so ein simples Stück Brot zu sein scheint, dieses Stück zu empfangen und auch zu uns zu nehmen. Dieses Bewusstwerden von Gottes Anwesenheit ist das, was zählt in dem Moment. Und die Gewissheit zu haben, dass es uns, weil wir in Inbrunst gebetet haben, unsere Sünden, unsere Fehler, aber nicht nur das, sondern auch die Taten vergeben werden, für die wir vielleicht auch nichts können. Vielleicht auch diese Taten vergeben werden, wo wir gehandelt haben, weil wir nicht nachdachten und uns das vielleicht hinterherhängt oder vielleicht ist es nicht falsch, weil wir nicht wissen, was haben wir da eigentlich wirklich getan? Ich bedanke mich heute natürlich erstmal für den Helfer an meiner Seite, weil wir haben leider kein Altar, weswegen wir erstmal noch auf Ausweichmittel diese nutzen wollen und dementsprechend auch erstmal es so versuchen. Und ich hoffe auch, dass die nächsten Gottesdienste wieder in Palito stattfinden können. Es ist ja so, dass wir leider dort einen etwas akuteren Schimmelbefall haben an den Türen. Ich hoffe, dass es schnell beiseite gelegt wird, wenn wir dann dementsprechend das Problem behoben haben werden, die Gottesdienste definitiv wieder oben stattfinden. Ich bedanke mich, dass ihr heute hierher gekommen seid und ich möchte euch noch den Abschiedssegen geben. Der Herr sei mit euch. Der Herr segne uns und behüte uns. Der Herr lasse uns sein Angesicht über uns leuchten und sei uns gnädig. Der Herr wende uns sein Angesicht zu und schenke uns sein Frieden. Geht hin in Frieden. Dank sei Gott dem Herrn. Danke fürs Kommen. Danke fürs Kommen. Danke fürs Kommen. Danke nochmal für deine Hilfe. Danke nochmal für deine Hilfe. Ich hoffe, das hat soweit gepasst. Das war perfekt. Perfekte Höhe. Musst du nicht hoch rumfuchteln. Ja, ich war ein bisschen... Nächstes Mal halte ich es glaube ich noch ein bisschen niedriger doch nochmal. Ah ja. Schon sehr hoch gewesen jetzt. Das passt schon. Aber wenigstens ein schönes Tablett, was ihr da drin hattet. Ja, das muss man schon zugeben. Hast das Schönste rausgesucht auf jeden Fall. Ja, so eins brauche ich auch für zu Hause. Das glaube ich sofort. Ich bete für meine neuen Bugförmchen, wenn ich nochmal welche bekomme. Meine Bugförmchen sind gestern kaputt gegangen. So dringend? Das war mein einziges Hobby, was ich immer gemacht habe. Ich sag dir nochmal, danke, warte ganz kurz, bevor die weg sind. Ja, ja, ja. Ich bin sofort da. Jawohl. Danke nochmal fürs Kommen. Kein Thema. Gute Fahrt euch. Ja, danke. Danke. Ein Weintchen jetzt kippen? Ich hab noch Rest. Ich hab noch ein bisschen Rest. Wir haben immer genug da. Glaube ich sofort. Da hat jemand geschrieben. Ja, war schön. Ach so, komm mal. Oh, das freut mich. Hier. Jetzt auslösen jemanden. Moment. Ich muss kurz einen Anruf tätigen. Sofort da. Hallo. Hallo. Ist jemand dran? Hola. Hier ist Rodrigo von Sosel Center. Ja, ich hab dir auch zu sehen die Leitstelle weggenommen. Ich hab mich verklickt auf dem Handy. Könntest du sie wieder nehmen? Ja, kann ich machen. Warte mal. Mache ich. Ich übernehme sie. Moment. Ja, hab ich. Sehr schön. Danke. Tschüss. Bis dann, Tata. Tata. Wow. Warte. Ich hol mal kurz Justin noch. Komm zu uns rüber. Du schreifst schon laut genug. Ja, sehr gut. Ich sprülle gerne rum. Was? 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 Hallöchen. Jordan? Entschuldigung? Was hab ich da gerade gehört? Ich hab gesagt, ich schrei gerne rum. Ach so, übrigens, Justin, das ist Alessa und Misha, ihr Freund. Alessa und ich, wir kennen uns schon etwas länger. Wir sind hier quasi ja fast gleichzeitig auf der Insel gelandet damals. Richtig. Hallöchen. Ja, freut mich, sie über die Gänse lernen. Ebenso. Ist schon eine Weile her, du. Ich weiß gar nicht mehr, wie lange wir schon hier sind. Ja, ne? Ja, schön. Heute war es tatsächlich etwas leerer, ist mir aufgefallen. Das ist die Kirche an sich. Echt jetzt? Die Palito-Kirche ist besser, ja. Ja, die ist auch schöner. Ich überlege, ob wir nicht beim nächsten Mal einfach nach Rockford gehen. Ne, ich glaub nicht, dass sie, das liegt nicht mal daran, dass sie schöner ist, sondern das ist der Standort einfach. Ah, okay. Die meisten Leute, die halt da auch waren, bei den Gottesdiensten, waren halt direkt aufs Palito. Okay, dann werde ich mich bemühen, da heftiger hinterher zu sein, wegen diesem blöden Schimmel. Ärgerlich. Ja, da kannst du halt nichts machen. Man merkt halt, die Kirche war lange unbenutzt, ne? Und dann siehst du halt auch, dass dementsprechend nicht gegengeheizt wurde, wenn es im Winter kalt war oder ein bisschen kühler wurde und dann bildet sich super schnell Schimmel. Schade. Aber das kriegen wir alles hin. Ich weiß, was denn, wir kriegen das gemeinsam da, ja, wir gehen da gleich schrubben. Genau, du kriegst das hin. Ne, ich habe jetzt tatsächlich einen Termin. Ich nüsste jetzt auch schon wieder Leute. Verdammt. Ach, wie passend. Ja, tatsächlich war das schon länger gesagt, dass ich nach dem Gottesdienst kurz nach Freundin beim Einkaufen helfe. Aha, okay, cool. Taschenträger also, verstehe. Ne, ich denke, ähm, gute, gute Gesellschaft. Gute, ich wollte gerade sagen, also Taschenträger werde ich jetzt nicht, ich werde mit dem Motorrad dahin fahren, deswegen Taschenträger wird schwierig. Ah, das ist mal hoch. Ja, wenn man nichts tragen will oder keinen Platz im Auto haben will, einfach Motorrad fahren. Das macht Sinn. Was mache ich ab jetzt auch so, ach, fahrt mal, ich habe kein Motorradführer. Ich habe auch meinen zweiten Helm extra nicht mitgenommen. Denk gar nicht, der ist dran. Ich habe ja normalerweise noch extra Helm für den Namen dabei, aber den habe ich auch zu Hause gelassen. Gar keinen Platz auf Motorrad. Ach, schade, schade. Blöd, mein Herr. Das ist sehr blöd, glaube ich. Ich habe einen Roller, der... Nein. Hast du mal... Ich zeige dir nachher was. Was? Ich zeige dir nachher was. Der Roller hat aber auch keinen zweiten Platz, meinst du? Doch, doch, doch. Ja, wenn ich nur mal Tablette halten kann, sag Bescheid, ne? Auch wenn du möchtest, gerne. Beim nächsten Gottesdienst. Wir müssen nur die Bakery langsam mal in Gang kriegen. Ja, kriegen wir hin. Also ich fand das auch echt schön, dass wir das mal gemacht haben. Ja, es ist auch... Macht gleich auch was anderes. Ich meine, ich habe ein bisschen abgekürzt auch noch mal. Heute bewusst, weil ich gemerkt habe, dass wir halt nicht so viele sind. Mhm. Aber eigentlich würden wir noch das Vaterunser geben. Du musst auch immer noch ansprechen, dass man bei dir auch beichten lassen kann. Du hast so recht. Ich vergesse das gerade. Das vergisst du jedes Mal. Jedes einzelne Mal, sag ich dir, sag das nochmal am Ende. Dass es Leute, die was auf dem Herzen haben, dass du dir zehn Minuten später noch Zeit nimmst danach. Dass du sagst, die können zu dir kommen für eine Beichte. Das Schöne ist, die Leute kommen vor dem Gottesdienst. Also zum Beispiel einige, die sagen sich, ja komm, brauche ich ein paar Minuten früher. Kommen sie auch mal, ne? Aber ich muss ehrlich zugeben, in Palito ist die Kirche auch etwas... Ich weiß nicht. Die hat schon so ein Heimatgefühl. Ja, du hast da angefangen und du hast gesagt, du machst das da jeden Donnerstag. Und daran halten sich halt auch die Leute, ne? Und das wird auch demnächst so wieder sein. Da werden... Ich habe ja auch erst bei einem einzigen gefehlt. Sonst war ich ja immer da. Ist echt so, ne? Deswegen konnte ich niemanden außer dich fragen, weil du ja prädestiniert bist. Du weißt, was ich da vorne rumhampel. Ja, ich nehme da jedes Mal auch die Zeit für. Also jedes Mal 21 Uhr ist bei mir spätestens Ende. Egal, was ich mache. Es wird liegen gelassen. Es geht zur Kirche. Wunderbar. Das ist... Ich hoffe, dass noch mehr dann dasselbe machen werden die nächsten Wochen. Nicht wahr? I look at you. Natürlich wünscht es mir. I look at you, Alessa. Ja, ist halt... Ist halt... Die Zeit ist echt ein bisschen gegen mich. Verstehe ich. Ja. Aber heute habe ich es eingerichtet. Das ist schön. Hat mich auch sehr gefreut. Ja. Siehste, so viel bedeutest du mir, ne? So sieht es neben mir aus. Ja, ja. Beim nächsten... Ich muss mich jetzt auf den Weg machen. Ja. Tue dies. Beim nächsten Mal muss ich übrigens nur so kurz als Reminder an mich echt noch einen Foodtruck bestellen wieder. Schönen Abend. Jo, schönen Abend. Ebenso. Ebenso. Ein Foodtruck. Ja, weil wir hatten einmal diesen Döner-Dings. Wir hatten mal Lolitas. Ich glaube Lolitas. Ja, stimmt. Lolitas, da war ich auch da. Als der mal vor der Team stand. Ja, stimmt, stimmt. Und da müssen wir mal wieder organisieren. Die nächsten vier Tage. Äh, vier Male meine ich nicht für Tage. Ich halte jetzt jeden Tag Gottesdienst. Ach, Mann. Ja, gönn dir. Aber zum Beispiel auch hier die Jungs auf Motorrädern, die sind auch immer da. Ja. Finde ich echt cool. Ähm, ja. Also das ist schon, das klappt schon. Ich bin erstaunlich, dass Beverly nicht da war. Beverly kommt in letzter Zeit immer weniger. Mensch, Beverly, ey. Den muss ich direkt ankacken. Jetzt gibt es erstmal hier richtig Anschluss. Ja, echt, ey. Könnte jetzt was sagen, aber ich lasse es. Was denn? Was? Nein. 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 Außer, dass klatscht, aber kein Beifall. Na, mhm. Mhm. Du klatschst mich dann so hart, dass selbst Venture mich nicht mehr finden kann, ne? Woher hast du den denn, Alter? Oh, damn. Oh, alter. Hu. Raus jetzt mit der Sprache. Nein. Warte mal. Wie war das noch mit dem Klatschen? So. Yay, danke. Bitte. Du bist gerettet. Männer. Wir verstehen uns. Nein, ich darf schon. Sag jetzt, Mann! Übrigens, ich fand das total, also ich hab dich nicht erkannt im Laden, Micha. Beim PDM letztens. Ich dachte mir so, warte mal, das Gesicht kennst du von irgendwer? Jetzt kennst du. Und ich musste voll lange drüber nachdenken. Und dann als Alessa neben mir stand, ich hab nicht hingeguckt, ne? Und dann kam dann dieses, hallo John, nicht nur. Wer nennt mich John? Egal. Und dann so, warte mal, war das Alessa? Ja, siehste, so wenig achtet er auf mich, ne? Ich dachte, ich wäre hier voll, hätte Wiedererkennungswert und so, aber nö. Hast du, hast du. Du musst nur mehr mit mir reden, damit ich dich auch bemerke. Wow. Toll. Sieht ja so scheiße aus, dass man mich gar nicht angucken will, oder was? Das stimmt nicht. Das hast du jetzt gesagt. Oh Mann. Du reitest dich in so Sachen rein, ich weiß gar nicht, was du meinst. Ja? Das ist genau wie der Schnipo, also. Ja, das hatte ich nämlich gerade im Kopf. Error 404. Weißt du, was Schnipo ist? Bitte, was was ist? Schnipo. Schnipo? Ja. Ich denke vielleicht zu zweideutig. Mann, warum kennt das denn keiner? Ja gut. Schnipo, sag, kanntest du auch nicht. Ja, das ist auch dazu gedichtet worden. Aber ich glaube, so wie du das sagst, ist das was zu essen, oder? Ja. Oh, warte, 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 ich erinnere mich. Würstchen. Was? Schnitzel und Pommes. Ach komm, leck mich doch im Arsch. Stell dir vor, du hast eine Würstchen, Bruder. Du nennst einfach dein Würstchen Schnipo. Ja, aber das ist doch voll einleuchtend, Schnipo. Was könnte das wohl sein? Ja, richtig. Genau das. Und was ist Schranke? Hä? Oh. Was ist Schranke, ha? Wenn du hier schon mit Fachchinesisch rumkommst von wegen Schnipo, ha? Was ist Schranke? Meinst du die Rot-Weiße? Ja, die Rot-Weiße. Was ist Schranke? Also ich weiß es. Äh, ist noch was zu essen, oder was? Ja. Habe ich auch schmerzhaft kennengelernt, Schranke. Also so hart ist sie nicht, aber ist ein anderes. War auf jeden Fall dann lecker, ne? Ja, war lecker. Auf jeden Fall. Die ist mir voll ins Gesicht geflogen, die Schranke. Oh. Keine Ahnung. Mann, Pommes Rot-Weiß. Hä? Das macht doch gar keinen Sinn. Ja doch. Schranken sind Rot-Weiß. Ach. Und Pommes sind Stangen. Ja. Ja, aber... Mann. Schranke. Schnipo. Aber Schnipo macht mehr Sinn. Ja, das macht wenigstens Sinn. Da kann man drauf kommen. Ich habe letztens dieses schöne Wort gehört, Semmel. Hat mir jemand von der Wurstpumpe gesagt. Was willst du von mir mit einer Semmel? Dann hat er mir gesagt, ja, da kommt ne... Was war das nochmal? So ein Schnitzel und ne Semmel. Ja, was... Semmel... Hä? Und dann sagt er, ja, äh, Brötchen. Und ich so, ah, Semmel, Brötchen, was? Ja, Semmelbrötchen. Oh Gott, ja. Ja, ja. Wild. Ich meine, jetzt überleg dir mal. Das Schnitzel ist wahrscheinlich in Semmelbröt... Also in dieses Semmeldings, wie heißt es, dieses... Paniermehl. Genau, Paniermehl eingelegt. Also du isst quasi Brötchen, Brötchen und dann erst Fleisch. Das ist irgendwie voll weird, ich weiß auch nicht. Ach ja, und Ei. Und Ei. Brötchen, Brötchen, Fleisch. Brötchen, Brötchen, Fleisch. Lecker. 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 Schnipo. Schnipo. Mann. Voll gemein. Ja, Schnipo-Sah, ne? Ja. 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 Kommt halt noch ein Salat dazu, also Schnipo-Sah. Ja, richtig. Ich weiß noch nicht, was Schnipo ist. Komm, enttäusch mich jetzt nicht. Werde ich bei deinem Antrag zweimal überlegen, ich sag's dir. Was? Was Schnipo ist. Hab ich doch gerade gesagt, mehrfach. Hä? Was haben denn? Nitzelbommes. Hä, wann hast du das denn jetzt gesagt? Hat er gesagt, das stimmt leider. Also nein, das stimmt nicht leider. Ja. Er ist schon... Wie laut. Er ist drauf gekommen. Ich hab's gehört. Ich weiß gar nicht, was du hast. Ja, okay. Ich sagte, oh ja, ich erinnere mich. War fast zu essen und dann kam's wieder hoch. Bist ein braver Junge. Hast du's super gemacht. Das ist, kam wieder hoch, oder? Nee. Das, was es ist, kam wieder hoch. Ah, mhm. Oh. Jetzt muss man noch einen Schnitt dazu. Mein Gehirn ist so wie eine überdimensional riesengroße Serverfestplatte. Alles abgespeichert. Manchmal tue ich Sachen vergessen, aber wenn ich drüber nachdenke, kommt's irgendwann wieder hoch. Ich dachte, du besitzt keinen. Ähm. Soll ich aus dem Weg gehen? Nee. Nee. Mit der Frau lege ich mich nicht an, weißt du? Und dann sagt sie wieder, das krieg ich wieder und dann fallen wieder Türen ab. Soll ich schon mal da hinter mir graben, oder? Was? Wie gesagt, mit der Frau lege ich mich nicht an. Die hebelt die Türen aus. Ja, richtig. Warte mal was. Ich hab dich gewarnt. Ich hab dir die Hälfte von ihrer Shopping-Tour bezahlt und dann meinte sie, das krieg ich wieder. Steig ins Auto. Sie öffnet die Tür. Auf einmal hat sie die Tür in die Hand. Ähm. Ich hab ihn gewarnt. Hab ich wieder gekriegt. Ja. Die Tür? Ja. Hier übrigens, deine Tür. Ich geh. Ich geh mir ein Schnipo holen. Ja, Mann. Schnipo, ey. Jetzt hab ich Bock auf Schnipo. Ist das so? Ja. Ist das so? Ja. Okay. Wenn das so ist, dann ist es so. Dann ist es so. Einmal Schnipo. True Story. True Story. Ja. Mit Story. Story. Wunderbarlich. Story. Ah. Das Pedie. Ach, das Pedie biegt rechts ab. Oh, in Säcke. Wir wollten heute nicht kommen. Seh ich schon. Ich seh schon. Echt? Und extra hab ich die Predigt. Nein, Quatsch. Ich hab die zugeschnitten. Das Evangelium war nur für die. Kommt nie wieder. Quatsch. Die Armen. Ja. Die waren tatsächlich immer wieder da. Das fand ich auch schön. Gerade in Palito. Da kam das Ist-Di und das Pedie. Oh. War interessant. Die Schweine im Dienst. Einmal in die Kirche gehen. Ja gut, das können sie sich auch machen. Anstatt Leben zu retten, ey. Frech. Ja, die beten, damit es denen besser geht. Weißt du doch. Verstehe, natürlich. Ja. Und damit mehr Geld in die Tasche fließt. Das machen sie. Ja, das können sie sehr gut. Das ist eine 10 von 10. Okay. Wunderbar. Bärchen. Haben wir das heute geklärt? Ja. Ach, wunderbar. Mensch, Mensch, Mensch. Ich sag euch, wie es ist. Ja, ja, ja. Crazy. Ich muss noch, hab ich ja schon vorhin zu, äh, hier. Hab ich schon vorhin zu dir gesagt, äh, bezüglich des, des, des Pantos. Den muss ich noch immer inserieren. Ja, mach mal. Sonst kommst du den nie los, ey. Das ist echt blöd, ne? Ja, er verkauft sich nicht von alleine, ne? Also. Ja, ich, ich mach das heute. War ein schönes Foto. Und dann komm ich demnächst zu PTM und holen mehr. Denn dann, übrigens, der Tipp mit dem Oracle XS war ein wirklich guter Tipp, nochmal. Ist ein hübsches Auto. Hab, äh, hab mir mal so ein paar Magazinen mal durchgeblättert. Kann mal machen, das Ding. Ist hübscher als der Surge. Definitiv, ja. Ja, ja, ja. Definitiv. Bitte? Äh, büde. Ich. Büde? Ah, ja. Ja, weil ich glaub, dass Gott tot ist, deswegen. Hat er das geschrieben? Ja. Okay, jetzt kommt der Anruf von... Oh, jetzt, jetzt. Jetzt wird's, jetzt. Hab ich überhaupt noch seine Nummer oder hab ich ihn schon gelöscht? Ja. Nein. Oh, oh. Er drückt mich weg. Was? Er ruft bestimmt gleich zurück. Ach ja, Beverly ist so einer. Er ist, äh, außergewöhnlich. Ach, er ist Beverly. Ja. Gleiches Prinzip wie auch Haru. Och. Also, ich muss zugeben, Haru ist da ein bisschen jünger, hab ich so das, so kindische, weißt du, was ich mein? Du hast das Gefühl, das ist definitiv so. Huch. Ach, der wollte, der hat mich vorhin angerufen. Warte mal, ich geh dir mal kurz auf den Sack. Mhm. Pass auf, der drückt mich eh gleich weg. Moment. Siehst du, siehst du, der ruft nicht, er geht nicht dran. Der ruft nicht an. Beides. So. Oh, Mann. Au. Ich muss noch jemand anderen anrufen, das darf ich nicht vergessen. Weil er mich schon versucht hatte anzurufen. Ich bin sofort da. Jo. Ich bring mal kurz ein paar Sachen ins Fahrbüro. Bin gleich da. Jawohl. Weitermachen. Der liebe Herrgott hat's nicht gesehen. Ja, schade, aber tatsächlich, die Palito-Gemeinde ist stärker. Ähm. Aber ich hab, mein persönliches Gefühl ist irgendwo, die Leute sind irgendwo verschwunden, ne? Ach, ich würd's einfach nochmal versuchen beim nächsten Mal. Gabby ist heute nicht da. Hayley ist nicht da. Ähm. Die waren da. Ja, die als Dealer sind nicht da. Ah, ne. Falsch. Hm. 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 Ich bring den Kram nach oben, würde ich so. Ich bin alleine im Dienst. Wow. Ich bin alleine im Dienst. Niemals nie. Ich dreh mich um. Niemals nie. Niemals nie. Ich dreh mich um. Alles gut. Bitte was? Was? Bitte was? Mach ruhig. Alles okay. Nö. Okay. Dann halt nicht. Eieieieieiei. Ja, wir können halt die Finger nicht voneinander lassen. Ja, das ist ja auch nix. Das ist gut. Dann okay. Und wann heiratet ihr? Das steht da oben geschrieben. Ah. Ich hab gedacht, ich kann es ja schon mal ansprechen. Mensch, John, wir sind in zwei Tagen erst gerade mal einen Monat zusammen. Ach, verdammt. Ja, richtig. Ich wollte schon die Hochzeit planen. Und du hast gesagt, ich vergesse das wieder. Ja, ja. Wir reden in zwei Tagen nochmals wieder, ne? Ja, ja. Ach, ja. Wunderbar. Das ist schön. Da wird jemand noch geschrieben. Was ist denn jetzt hier wieder los? Auf jeden Fall. Irgendwann wird es soweit sein, John. Und du bist der Erste, der es erfährt. Ja, weil ich muss alles vorbereiten. Ja. Ja. Das wird lustig. Mhm. Erstmal muss ich einen schönen Antrag kriegen und so. Da sag ich nein. Was? Sag ich nein. Warte mal, du sagst bei einem schönen Antrag nein? Nein, wenn ich keinen schönen krieg. Ach so. Mensch, Michael. Ich will einen Scheißantrag hier so neben dem Kaka auf mal Bohnen. Wie süß. Das werden wir hier nicht machen. Nicht in meiner Gäse. Bei mir wird nur gekniet und gepeitscht. Oha. Okay. Dann bin ich ja auch dabei. Ja, also wenn, dann machen wir hier Flaggelantenparty, ey. Okay. Ja, gut. Selbstgeisterlung ist ein Thema, habe ich gehört. Ich glaube, wir sind hier richtig Miesche. Warte mal, was? Okay, okay, okay. I see. Wenn du Hilfe brauchst, zwinkern zweimal. Noch ist alles gut. Ja, geht gut. Ja, solange du nicht als Schnippo endest. Ja, aber wenn ich denn Schnippo bin, dann bist du die Schranke oder das Schatzschlick. Je nachdem. Ich jetzt oder sie? Ja, du. Verdammt. Ich bin gerne die Schranke. Wenn ich zum Schnippo werde, dann ist ihre Welt wie eine Fritteuse. Ich bin gerne die Schranke über deinem Po. Oh Gott. Wie konnte das jetzt schon wieder eskalieren? Wir hatten es gerade von Anträgen, meistens dann landen wir wieder da. Ei, 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 ei. Die Schnippo schranke, ich sagst dir. Oh mein. Nice. Ich glaube, die Hochzeit wird ganz unter dem Motto Schnippo. Oh Gott, das will. Ich möchte kein Feuerwerk, ich möchte ein Schnippo-Feuerwerk. Ne, Schrankenfeuerwerk. Überall Schnitzel und Pommes im Himmel. Es regnet Schnitzel und Pommes. Boah, das wäre ja der Hammer. Es ist so weit, das Auge reicht. Mmh, lecker. Überall nur Schnippos. Ja, sie hat schon so mit einer Genki-Hochzeit gespielt. Und anstatt Reis wird dann gebratene Nudeln getroffen. Hä, das war doch nur... Ich will dich das ernst meinen. Ich will doch nicht einen Genki heiraten. Ich will doch nicht einen Genki heiraten. Ich habe nur gesagt, das war romantisch. Weil wir haben uns da kennengelernt. Ja. Es wird mit Onigiri geworfen, meinst du? Ja, oder mit Mochis. Oh, mhm. Würde ich aber auch fühlen, ne? Die Mochis würdest du fühlen, wenn du die abbekommst. Mund auf und da kommen die Mochis geflogen. So, miau, 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 miau. Oh Gott, da darf... Wie hieß nochmal die Dame im Genki, die so gerne Mochis ist? Emma. Emma. Dann darf Emma nicht dabei sein. Oh Gott, nee, die frisst alles weg. Hört auf mit Mochis zu werfen. Gibt sie denn bei mir? Ja, ist einfach so. Waffel, du hoffert. Ach, die... Ach, Emma. Wunderbar. Ich weine. Also ich weine, weil ihr heiratet. Also irgendwann hoffentlich. Hast du einen kurzen Wein? Vor Freude, vor Freude. Ja, sehr gut. Es wird sehr viel Schneepo geben. Ja. Und Schranken. Sehr viel rumgeknutschen. Was? Was? Wollt ihr im Unicorn heiraten? Oder habe ich was verpasst? Ja, nee, muss nicht. Jemand hat gesagt, ich soll eine Predigt über die Wollus halten und dann im Unicorn die Gottesdienst halten. Scheiße. Ja, das wäre auf jeden Fall wild. Ja. Das wäre eine ganz schwierige Kiste. Ja, ich glaube, die Ablenkung wäre groß. Ja, so ist es schon. Warum hört ihr mir nicht zu? Ich predige doch gerade. Da vorne, da... Da mackeln Dinge. Sie haben da so viele Tänzerinnen um sich rum. Ich weiß gar nicht, was sie haben. Ich kann es auf jeden Fall sagen, es war der bestbesuchte Gottesdienst, den du je hattest. Ja, da würden sie... Ja, doch, ne? Ich bin nur wegen den Damen hier. Okay. Schade. Gut. Wollt ihr trotzdem mitmachen? Nee, nee, wir sind nur wegen den Damen hier. Okay. Oh. Oh. Was blödes aber auch. Aber den Wein würde ich nie. Wahnsinn. Wow. Wow. Das ist der Hammer. Der Hammer. Der Hammer. Daisy. Ja. Hey, ich zeig dir gleich mal, wo der Hammer hängt, ha? Oh Gott, woher kommt das denn jetzt? Ja, das weiß ich nicht. Okay, okay. Ja, ja. Ja, solange es nur der Hammer nur kein Notenhegel ist, ist alles gut. Nee, nee, das ist nicht. Was? 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 Wir hören dir zu. Ja? Anders, wir hören dir zu. Bitte, wir holen dich. Sprech dich aus. Ich habe gar nicht gesagt. Ich habe mir auch gedacht. Ach so. Ja, das ist ja das Problem, deswegen wollen wir es wissen. Ja. Oh, ein Vogel, guck. Ist das eine Beichte schon oder fällt das schon drüber? Wir können auch kurz rüber gehen. Wie gibt es nichts zu beichten? Das bezweifle ich. Stetsartig. Stimmt das? Zwinker einmal. Oh, ich sehe das zwinkern. Sag jetzt nichts Falsches. Nichts Falsches. Stetsartig. Ich soll nichts Falsches sagen. Okay. Sag einfach nichts Falsches. Nee, ich sag Falsches. Oh, okay, super. Hm. Wow. Wow. Ein Verlobbar. Oh, 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 oh. Möfe. Guck mal, eine Möfe. Hey, was macht ihr bei meinem Schnipo? Ich habe nichts Falsches gesagt, deswegen gesagt, ich habe Falsches. Ja, nichts Falsches. Ja, richtig. Ja, ist aufgegangen. Ja. Ich habe nichts Positives und nichts Negatives gesagt. Oh, ha. Oh, haue, haue, haue. Ich habe schon wieder laut gedacht, was? Was? Oh. Ja, du bist immer lieb. So, bist du jetzt zufrieden? Ich habe nicht gesagt, dass ich lieb bin. Und was? Ja, anständig. Brav. Oh, oh, brav ist. Ui. Unschuldig. Ja, das bin ich definitiv. Okay. Okay, okay, okay. Die unschuldige Person. Dann unterschreiben wir das so. Wenn du so unschuldig bist, willst du dann Nonne werden? Nee, ich habe andere Pläne. Verdammt. Dann gibt es halt kein Schnipo. Oh, Mann. Ese. Du musst ja halt mit der Schranke alleine zurechtkommen. Huch. Oh, Mann. Aber du weißt, wenn der Schnipo ein bisschen zu arg-rot-weiß ist, dann lieber zum Emdi. Ähm. Ein Vogel. Da fliegt er. Warte. Wo? Zeig ich mir mal. Da, da. Jetzt ist er übers Dach geflogen. Hier sind keine Dächer, aber okay. Aber, 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 Vogel. Da, Vogel. Ja. Hat er immer einen Vogel dabei. War nicht nur ein Vogel. Mit selber sagen, ich bin der Vogel. Der ganze Voliere, ich sag's ja. Wenn man das Wort Voliere nicht kennt, denkt man, dass man Puff dabei hat. Aber es ist auch ein anderes Thema. Ich merke, der heilige Geist beseelt mich. Heute geht's mir zu gut. Das ist doch schön. Ach, ja. Besser so als andersrum. Wie andersrum? Was wäre das andersrum? Wenn sie nicht wuckeln. Ach so. Ach, ich dachte schon. Ne. Was war das? Hm, hm, hm? Ich dachte, ähm, ich soll mich umdrehen. Andersrum. Was? Darfst dich auch gerne im Kreis drehen, wenn dir das auch beliebt. Sehr schön. Super machst du das. Hm. Ich muss noch ein paar Schritte machen. Ach so. Jetzt geht's mir besser. Sehr gut. Hat das Brot wieder verdaut hier? Nein. Nie im Leben. Never ever. Das ist das Brot des Lebens. Oh mein Gott, okay. Ich höre auf mit dem Mist. Nein, Christy. Mhm. Falsche Antwort. Was? Heißt Amen. Ach so. Du wolltest von mir die Antwort da. Ich hab grad abgeschaltet. Ja, das war so meine typische Reaktion. Ja, ja. Hm. Immer, immer, wenn ich, äh, immer, wenn ich dann zum Gottesdienst gehe, der Leib Christi, ja, ja, hm. Jo, passt schon, passt schon, ja, ja. Der nächste Plan. Hab ich mal ausgetestet. Was? Uff. Was denn? Wir essen doch alle den Leib Christi, wenn wir rein theologisch denken. Hm? Hm? Ja, ja. Ja, ja. Hm. Wunderbarlich. Lachen mach müde. Ein Geschenk. Was? Hm. Ich hab gesagt, lachen mach müde. Ah, bist du müde? Nee. Nee, 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 nee. Sag nicht. Die doch nicht, niemals. Niemals, nein. Normalerweise bin ich in die Uhrzeit schon eine Stunde am Schlafen, alter. Hm. Deswegen wird auch langsam Zeit. Hab nur wegen dir überzogen jetzt, hör mal. Ja, das ist schönes Röttmisch. Echt mal, fühl dich geehrt. Ich fühl mich sehr gern. Mach ich nicht für jeden, sag ich dir. Oh. Oh. Oh, ich sterbe gleich vor Zuckerschock. Ich bin Diabetiker jetzt. Nein, alles gut. Nein, es freut mich wirklich sehr. Wie? Und das ist halt immer so, ist immer so ein Spiel, sag ich mal, um die Gläubigen, wo sie hingehen und so. Und eigentlich war es immer ganz gut, wenn man einen festen Ort hat. Ja, es ist immer so ärgerlich. Ist immer so irresinnvoll. Ja, deswegen, ich hoffe, dass ein paar Lito alles klar wird. Machste Druck. Machste Druck. Ja, aber so richtig. Wenn sie mit der Beitsche hinterher. Ja. Das ist halt immer, das ist so ein bisschen das Ärgerliche, weil ich weiß nicht, ob ihr die Problematik schon kennt, da so oben. Irgendein Schimmel oder was? Ja, ja. Ja, hast du vorhin erzählt. Ja, ja, nee, nee, ich meine, das war einfach so, ach, dieser Schimmel, der hat einige halt da echt, naja, also einige haben da richtig schön auf Toilette gemusst erstmal. Scheiße. Ja, und einige hatten dann Gewaltmärsche angedroht, ne? Oha. Sind dann, ja, und so, ne? Okay, crazy. Bis in die Stadt, ja? Ja, da sollte man schon was machen, ne? Ja, ne? Wirf nicht gerade ein gutes Licht drauf. Nee, nee, nee. Deswegen ist halt ein bisschen schade. Ähm, lass mal gucken. Das kriegen wir hin. Ja. Hartkräftige Unterstützung. Jihau. 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 Audi. Kannst du mal aus meinem Kopf rausgehen? Audi, Partner. Nein. Oh, jetzt wird's hier, jetzt, 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 jetzt wird's schmutzig. In dem Kopf will ich nicht sein. Was? Nein. Jawohl. Ja, nun. Komm. Frag mich doch immer, wer sein Fahrrad hier abgestellt hat. Naja, ist ja auch egal. Ja, das ist Fahrradparkplatz hier scheinbar. Ja, schlimmstenfalls, ne? Und so. Ja, immer dran kicken und dann ins Gebüsch werfen und ciao. Ja, wenn das so einfach wäre. Ja, 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 ja. Ach, das wird schon. Irgendjemand wird den abholen. Oder so, vielleicht, weiß ich nicht. Irgendjemand, ne? So ein Zehnjahr. Ja. Sind wir alle schon nicht mehr hier? Jetzt hör auf, du gehst. Es tut mir leid. Ja, ja, ja. Ich habe halt einen festen Rücken, muss man gehen. Ja. Wo gehst du denn jetzt? Weil, weil, ist so und so. Und eigentlich müsstest du schon seit eine Minute im Bett sein. Äh, leider Minute? Ja. Seit einer Stunde und einer Minute. Äh, ja gut. Oh, hör auf, ich muss gehen. Entschuldigung. Aber man geht nur bei den Leuten, die einem sympathisch sind. Das ist so, der Scheiß. Hör auf hier. Der Gen greifen. Ah, Hilfe. Alessa, kannst du bitte nochmal gähnen? Nein. Ja, warte, kommt bestimmt gleich wieder. Oh man, jetzt muss ich dran denken, jetzt muss ich gähnen. Das ist so schlimm. Okay, es ist soweit. Jetzt kann ich nicht gähnen. Hör auf. Hör auf. Ah. Ay, ay. Fird auch nicht mehr besser jetzt, ne? Nee. das hört nicht auf oder verdammt der leib christian wahnsinn das muss ich gell, warum sagt er oh mei, okay wir gehen ins bett okay gut, dann höre ich endlich auf zu gellen wir sind im urwald heute, huch das bin ich jeden abend also dann happy schnippo was genau, das werden wir jetzt tun sehr gut, also happy schnippo, pass auf euch auf ja ebenso, hab mich gefreut dich mal wieder zu sehen ja, ich mich auch, euch beide wieder zu sehen schön sobald David wieder da ist, machen wir wieder was zusammen ja genau, wenn Haru keine Zeit hat, hat er keine Zeit ja, das ist scheiß auf der Zeit Haru hat nie Zeit Haru existiert nur noch in der MD-Welt ist wirklich so ja aber dafür hat er die tolle Idee gehabt, dass wir uns alle mal treffen sollten ja wow kam von ihm ja, hat er mir heute auch gesagt ne wow mhm mhm die dies oder die dies, ne so ist es halt guti dann okay für Heimfahrt ja dankeschön schlaf gut und man hört sich genau, bis denn bis denn, mach's gut ich war kurz auf Klo hör nie auf zu gän aber war schön mit dem war heute anderer Gottesdienst wir kriegen das gut hin Ich bin so happy Ich geh Klo und danach muss ich in den Norden mit John Von daher bis gleich So, da bin ich wieder Jetzt geht's ab in den Norden Ich bin so happy So, dann Auf geht's nach oben Scheint, dass Melon sich nicht meldet Ich glaube, ich würde super gerne mit den Morticians näher zusammenarbeiten Weil die schienen mir doch sehr integer zu sein So Ach, der Nora geht super Das ist wichtig Ich freue mich super für Nora Oh, mit den Mayhams habe ich so Bock mehr zu machen Wenn wir zusammen die Kirche renovieren Ich werde auch das SD einladen, wenn die Bock haben Äh, nur wenn die Mayhams das anbieten Dann machen wir das gemeinsam Ja, John will halt auch näheren Kontakt mit denen haben Einfach weil die cool sind Die sind super Aber es ist halt nicht Pater Karl des Gottesdienstes Das muss man halt auch sagen Das ist halt immer was anderes Und ich Es bestätigt heute meinen Eindruck Dass es relativ leer wirkt Ich habe keine Ahnung warum Bin ich nicht an den Locations Ist heute irgendwas Ist morgen irgendwas Kann auch nicht Ja, mal gucken Ich bring mal Wein und so weiter rüber Eigentlich bräuchten wir einen Schrank in der Kirche Aber naja Tabernakel auf und zu Beste Ich bin ein Schrank in der Kirche Ach ja Der Gottesdienst war schön Also das war mal ein bisschen länger Das war mal mit Kommunion Das haben wir mal ganz gegönnt Die haben Also ich Find die Mayhams noch immer toll Egal was ist Die sind da Justin ist da Gut, Gabi ist heute mal nicht da Was ja vollkommen Ne, das ist ja ganz normal Dass auch mal Leute nicht da sind Mayhams groß Zu Liebe Ach ja, ach ja, ach ja Ich bin so gespannt Was noch auf uns zukommen wird Ach, ach ja, ach ja Ich bin so gespannt Es kommen. Es werden Leute kommen. Meine Güte, das ist noch einmal ein Peer, die Leute kommen und gehen. Das ist ganz normal, Hammer. Ach ja. Ja, es wird einfach so ein bisschen gerade leerer. Also ja, dass der Spaß dann so ein bisschen wegbleibt, weil man merkt, dass nicht so extrem viel los ist, merkt man dann was nichts Negatives gegenüber jetzt, sag ich mal, den Spielern ist, weil, wie gesagt, ich finde das einfach nur so, ja, es färbt auf einen ab. Aber ich glaube, es kann auch einfach sein, dass die Leute woanders sind. Äh, so, ich packe mal das Wasser da hoch. Die Leute gehen auch alle ins Bett gerade. Ach, man muss ja gerne mit den Leuten mal ein bisschen reden. Hoch! Ein schnelles Auto. John hat heute noch keine geraucht, ne? Odinger ist telefonisch. Okay. Krass. Angel Equipment. Achso. Oh, das sehe ich so schlecht hier. Das ist Angel. Ja, bitte. Nein. Störe ich gerade? Nein. Das klang gerade, mein, mein Stösel spinnt. Oh, das klang gerade ein bisschen atemlos bei dir. So, jetzt hat er. Ja, ich bin atemlos. Wie geht's dir? Wie war's heute? Bist du? War, war, war. Atemlos durch die Nacht. Das war, ich hab mir so auf die Zunge gewissen, es nicht zu sagen. Ähm, nee, also war, da waren wir acht heute. War okay. War halt, ähm, mir hat gleich Dings, Justin gesagt, es liegt halt einfach am Ort, die Leute sind viel lieber im Norden. Mhm. Also von daher, ja. Da muss man mal machen. Ja, aber ansonsten war super. Im Grunde spielt dir das doch in die Karten, bis auf deine plötzliche Reiselust immer. Wie meine? Oder? Na, du bist doch auch gerne im Norden, glaube ich, in der Kirche. Ja, natürlich, natürlich. Ja. Ja, 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 ja. Wie kommst du drauf? Hä? Ich, ich, ich glaube, ich bin gerade einfach nur doof. Ähm. Ja, also wenn die Leute lieber nach Palito kommen, dann spielt dir das doch in die Karten, weil du dort auch am liebsten bist. So hab ich es zumindest bisher immer aufgefasst. Ja, 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 ja. Vollkommen richtig. Okay. Hä? Ja. Das war einfach nur eine Feststellung von dir. Ah, das war eine Feststellung. Ich habe irgendwie gedacht, da kommt noch irgendwas. Nein, gar nicht. Es war, ich freue mich für dich, wenn die Leute den gleichen, also den gleichen Ort bevorzugen wie du. Ja, 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 ja. Natürlich, natürlich, natürlich. Wunderbar. Ja, genau. Ähm, ja. Das freut mich nämlich auch und ich finde das auch immer eine, ja, es ist immer schön nochmal quasi, ähm, wie soll ich sagen, auch nochmal zu merken, dass die Leute viel lieber, also ich sag's dir einfach, wie es ist, ich finde es halt persönlich viel schöner, dass die Leute zu mir in den Norden kommen, als runter zu Patakalle. Ich merke so ein gewisses Konkurrenzdenken, okay. Denkst du, denkst du, ich mach, guck mal, Scarlett, du weißt, du weißt, ich bin kein dummer Mensch, oder? Was glaubst du, warum ich heute im Morningwood war? Ich hätte ohne Probleme Dings nutzen können hier drüben, Rockford Hills. Hm. Kannst du dir denken, warum ich das mache? Hm. Weiß ich nicht. Die, die normalerweise nach Morningwood kommen, zu zeigen, wie es auch sein kann? Nee. Ich setz ein Statement. Ich sag, dass Patakalle und so, ne? Ich okkupiere seine Kirche. Ich bin so doof. Oh, einer bist du also. Ja, natürlich. Okay. Nein. Ich übertreib natürlich. Aber grundsätzlich ist es so, ja, ich wollte halt einfach zeigen, also wenn die Leute zum Beispiel sagen, ich gehe gerne nach Morningwood, dass sie mich dann auch eben kennenlernen können, wenn sie wollen. Ne, und das dreht sich dann halt so. Na, ich dachte auch, das ist so halt ein rotierendes System. Ja, er ist nur in Morningwood, wenn überhaupt. Hm. Genau. Aber das war auch so, eigentlich gedacht, dass ich Palito und Rockford hab und er dann eben Morningwood und ja. Aber ich will halt so ein bisschen auch zeigen, dass hier noch ein anderer Priester unterwegs ist und nicht nur Patakalle und das kriegt man mit, wenn man die Leute aus dem gewöhnlichen Denkmuster von wegen Morningwood und so ähm, einfach mal rausholt, ne, Morningwood gleich Patakalle, dann kann das gleich ein bisschen anders aussehen. Ja, das natürlich, der Mensch ist halt am Ende des Tages ein Gewohnheitstier, ne? Richtig. Richtig. So sieht's aus. Mhm. So, und du willst mich heute irgendetwas fragen? Ja. Ja, du hast mir deinen schönen Floh ins Ohr gesetzt. Was hab ich denn jetzt schon wieder gemacht? Reiche ich wirklich? Warum fragst du? Weil du das gesagt hast. Also. Ein Floh ins Ohr? Ja. Wie kommst du drauf, dass ich dir ein Floh ins Ohr gesetzt habe? Also, warum ist dir das so wichtig? Weiß ich, äh, warum nicht? Welche Frau hört das schon gerne? Und ich weiß nicht, ob du mich da verarscht hast. Du glaubst, dass ich dir damit wehtun wollte? Äh, was? Nein. Warum assoziierst du das denn damit? Kannst du mir nicht einfach auf die Frage antworten? Okay, ja. Bisschen. Klein wenig. Ja, toll. Warum denn? Ich hab halt hingehört. Ja, ich werd ne Nasen-OP machen lassen. Übertreib doch nicht. Ich übertreib nicht. Brauchst du doch gar nicht. Äh, wenn ich schneiche, doch. Ach, das wird danach auch nicht viel besser. Möglicherweise schon. Dieses bisschen? Also, wirklich, ich bin halt sehr hellhörig in der Nacht. So, und jetzt, was wolltest du mich wirklich fragen? Das war die Frage. Okay. Ja. Freue ich nicht, dass ich dir weiterhelfen konnte. Warum lachst du jetzt? Also, ich hab gedacht, jetzt kommt was, keine Ahnung, organisatorisches oder so, oder irgendetwas, wo ich sagen muss, oh, das weiß ich noch nicht, und eigentlich muss ich zugeben, ja, also eigentlich muss ich zugeben, dass ich noch nicht so häufig zugehört habe, dass ich sagen kann, okay, gut, du schneidest wirklich immer. Also, ich kann nur sagen, dass ich dich halt, aber gut, wir hatten ein bisschen Alkohol getrunken und so, und da neigt man mehr dazu. Nicht so häufig zugehört, also, hä? Ich hab dir nur einmal zugehört, anscheinend, oder? Das, äh, ja, ja, okay. Na gut, dann, ähm. Verstehst du, was ich meine? Ich kann, ich, ich kann keine, ich kann keine empirische Untersuchung daraus machen. Verstehst du, was ich dir sagen will? Ja. Meine Messwerte sind noch zu wenige. So. Okay, na gut, dann, ich werde ein paar Leute zu mir nach Hause einladen und dann mal eine Umfrage starten. Okay, das klingt nach einem Deal. Ja. Und ich hoffe doch, ähm, dass dann, ähm, in, also, die Leute müssen sich natürlich auch über dein Schlafverhalten natürlich, ähm, unterhalten, ja? Also, ich kann es gerne meine Nummer weitergeben. Ja. dann müssen wir erstmal unsere Untersuchung zusammentun in eine empirische, ja, am besten Statistik, ähm, Möchtest du eine Kolumne dann darüber verfassen? Nein, das ist mir zu aufwendig. Also, ich wollte nur nie allein von dir hören. Warum geht es jetzt um sowas? Du hast doch meine Antwort bekommen. Ja, aber es, weiß ich nicht, es, es, es eskaliert. Du, du nimmst mir das hoffentlich nicht ab, oder, also, du nimmst das hoffentlich nicht so ernst, was ich gerade sage. Ähm, ich weiß nicht, ich glaube, ich entdecke gerade meine masochistische Ader oder so, aber ich habe es ein bisschen vermisst, muss ich gestehen. Was genau? Also, dass ich... Diese Kabelei hier gerade, Mensch. Ach so, sag das doch gleich, ich will doch einfach nur ein Ja oder Nein. Entschuldigung. Ich lege gleich wieder auf, das reicht für die nächsten Tage. Bitte? Ist das so schlimm? Ah, manchmal. Tja, also, es tut mir leid. Tut es gar nicht. Vielleicht ein bisschen? Ein klitzekleines bisschen. Bisschen, bisschen. Mhm. Also, du hast zu grummeln. Du weißt ganz genau, dass es mir leid tut. Wenn ich dich verärgere. Ja, gut, das hast du ja bisher noch nicht geschafft. Naja, gut, dann tut es mir nicht leid. Ja. Was denn? Ist so, ich sage nur die Wahrheit. Mhm. Okay, also, okay, nun. Also, du, ja, das Gespräch über das Schnarchen haben wir jetzt hoffentlich geklärt. Ja, mehr wollte ich gar nicht wissen. Okay, sehr gut. Und was machst du so Schönes heute noch? Ich werde mich, richtig, ich mache mich jetzt auf den Heimweg. Ich hatte, der Tag war eigenesreich genug. Ui, 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 wie war es denn? Mhm, also, ich sage mal, das Gravierende ist einfach, dass die Fahrschule, das Team gerade irgendwie auseinanderzubrechen scheint und das ist nicht schön. Was heißt das konkret? Mhm, ich bin mir nicht sicher, ob ich dir das schon mal so ein bisschen erzählt hatte, aber es scheint so eine Person zu geben, ähm, die für, so ganz subtil, für Streitigkeiten untereinander sorgt. Mhm. Und das ist heute halt eskaliert. und diese Person versteht es leider meisterhaft, also, habe ich noch nie sowas mitgekriegt, ähm, sich in die Opferrolle zu stellen. Mhm, mhm. Und ich glaube, hier, ähm, ist gerade eine riesengroße Ungerechtigkeit in Gange, weil es die falsche Person treffen wird. Mhm. Und hast du das schon mal so weitergegeben? Ich sag mal, ein, zwei Leuten ist es bewusst. Mhm. Der Rest ist leider komplett, ähm, von dieser Opferrolle eingenommen. Okay. Oder beeinflusst, sagen wir es so. Das klingt, äh, besorgniserregend. Also, wir sind jetzt gerade an dem Punkt, dass, ähm, ich sag mal, das Opfer, das, ja, das Opfer klingt blöd, du weißt, was ich meine. Ähm, heute die Karte gespielt hat mit, ah, ich kündige, weil es wird ja nur gegen mich gehetzt. Und der ist ja, ja, aber genau das ist es. Tränen. Den immer. Ja. Sie ist jetzt, die, ja, nee, es wird ein Rannenschwanz. Die tue ich auch, aber es gibt halt leider, ähm, genügend, die darauf anspringen. Und warum sind die so dumm? Sagen wir, hübsche junge Frau mit einer samtweichen Stimme. Oh, wie süß. Das reicht schon. Ja. Wie toll. Mhm. Ich soll's mal halten. Ganz einfach. Ja. Sorry. Ich bin da einfach viel zu direkt. Ja, aber du siehst es halt auch sachlich genug und das kann nicht jeder. Wer ist in sie verliebt? Wie viele Kollegen? Zwei, drei? Auch sicherlich einige. Keine Ahnung. Ach. Ach. Männer und Frauen, ne? Immer der gleiche Mist. Ja, also ich mein, sie hat einen Freund, der ist auch ständig in der Fahrschule da, da wird rumgekuschelt, da wird sich, Bärenabfahrtkontrollen von Schülern, werden sich da Herzchen, Handherzchen gegenseitig geschickt und so ne Sachen. Aber wird auch alles geduldet. Hey, weil ist ja, ne, Knuddelbärchen. Knuddelbärchen, ja. Quasi, ähm, ja. Also wie hat einer sie bezeichnet, derjenige, der sie da auch ein bisschen durchschaut hat, ähm, wenn sie spricht, ist das als würden Einhörner kotzen. Ah, sehr gut. Mhm. Mag ich gar nicht. Ja, naja, und wie gesagt, dadurch, dass sie dann heute gesagt hat, äh, sie kündigt, weil das ja alles so unfair und gemein ist, anstatt das Gespräch zu suchen, ähm, ach ja. sie lenkt die Schulter schon direkt auf eine Person, ohne dass die die Chance hat, äh, sich zu erklären oder zu verteidigen oder klarzustellen einfach. Aber wie gesagt, soll sie gehen? Die Welt ist groß genug? Ja, das sieht die eine Hälfte so, die andere leider anders. Genau, ja. Ja. Okay, super, 1a. Mhm. Und wer spricht das Thema mal deutlich an? Im Endeffekt, ähm, ich werde mich da nicht einmischen können. Das muss, müssen jetzt erstmal die beiden, ähm, Hauptakteure klären müssen. Mhm. Ich, ähm, hab da vorhin bei der besagten Kollegin nochmal versucht, ein bisschen, äh, ja, zu beschwichtigen, dass das Gespräch gesucht wird und nicht hier einfach jetzt, ähm, mit großem Knall gegangen wird und dann verbreiten sich halt Gerüchte über die Insel wie sonst was. Damit ist ja keinem geholfen. Eben. Gerüchte sind immer schneller als die Wahrheit. Richtig. Ja, richtig. Oh man, du hast heute echt keinen einfachen Tag gehabt, was? Hm, hätte schöner sein können. Ach man, es tut mir so leid. Ich kann aber dafür einen kleinen Erfolg verbuchen. Sag. Ähm, ich war bei der Staatsanwaltschaft wegen einer Aussage, die ich tätigen musste und, ähm, hab direkt nochmal gefragt gehabt, wie es ist mit dem Mr. Freeman, der ja eigentlich einen Termin mit mir machen wollte, aber nun weg ist. Ähm, ich bin direkt an die richtige Person geraten. Ich hab wirklich die erwischt, die, ähm, gegen diese Leute, ähm, nimmt, was sie kriegen kann und ermittelt und mir direkt einen Termin bei der Nachfolgerin Miss Campbell gemacht hat. Ah ja. Ah ja. Mhm. Da ist es jetzt am Samstag soweit. Schön. Das ist super. Ach ja, was ich alles auf der Beerdigung erlebt habe, glaub mal. Ach stimmt, wolltest du ja auch noch erzählen. Ach du, das war viel zu viel, als dass man das irgendwie an einem Abend quetschen könnte. Man muss wissen, ich bin ein guter Beobachter. Ja, das, das dachte ich mir. Und, ich sag's mal ganz böse, ich hab, ich hab, ich hab da so ein paar Sachen gefunden, die ich sehr, ähm, interessant finde. Oh. Sehr interessant. Okay. Ja. Weißt du, du musst halt wissen, Leute sind nicht sehr intelligent, wenn sie einen kennen. Und das ist ein Problem. Inwiefern meinst du das? Ich glaub, das sollten wir aber ganz in Ruhe besprechen. Ja, stimmt. Soweit waren wir ja schon. Ja, das ist, ja. Aber wie gesagt, es war gut. Also, ich kann mich halt echt gar nicht beklagen. Mhm. Das war gut. Die Leute waren alle nett. Das kann ich auch gar nicht, ne? Das hatten wir schon, genau. Und, ähm, ja. Ich hab leider nur den Herrn, der, der die, mich wegen der Beerdigung angerufen hatte, der hatte sich nochmal bei mir, also er hat bei uns auf der Leitstelle gemeldet, aber ich bin, bis dato nicht erreicht. Wahrscheinlich wollte er sich nochmal bedanken, oder wollte fragen, wohin Spendengelder fließen, weil er wollte auch was spenden. Mhm. Mhm. Ja, war aber, wie gesagt, drei. Mhm. Na, immerhin. Mhm. Traurig, aber interessant. Wie sieht es denn im Allgemeinen aus? Hast du am Wochenende Zeit für mich? Das klingt wie, ähm, also du mich vermissen würdest, aber ich würde sagen, ähm, ich bin mir noch nicht so sicher. Wenn, dann wahrscheinlich eher der Sonntag. Mhm. Wäre mir auch lieber. Das klingt doch nach deinem Plan. Mhm. Ähm, ich kann dir zwar jetzt nicht hundertprozentig zusagen, sage ich dir jetzt schon mal, aber ich, äh, werde mich bemühen. Jaja, zappeln lassen und so, ist okay. Ich lasse dich ungern zappeln, deswegen sage ich dir von vornherein, dass ich nicht weiß, ob ich es schaffe. Okay. Deswegen, ähm, bevor du dann hier wartest und wartest und wartest, und was ist das für ein unzuverlässiger Typ, ähm, nein. Ich lasse dich ungerne warten. Okay, alles klar. Ja. Ja, das, das, das ist das Mindeste, was ich tun kann. Mhm. Okay, nee, dann hoffe ich, dass wir zusammenfinden und dann gibst du einfach Bescheid. Ja, auf jeden Fall. Das klingt schön, dass wir zusammenfinden. Das klingt sehr positiv. Es liegt bei mir. Mhm. Mhm. So, so. Ja. Ich höre. Schöne Sachen raus. Gut, ähm, Übrigens, ähm, heute war auch, ich weiß nicht, willst du jetzt gleich schlafen gehen, auflegen? Ich, ich frag dich nur, ich will dich jetzt nicht unterbrechen. Ein paar Minuten hätte ich noch. Oh, guck mal, dann nimmt sie sich noch die Zeit für mich. Ja, ich mein, wir haben, weiß ich nicht, zwei Tage nichts voneinander gehört, das muss aufgearbeitet werden. Also wirklich. Äh, nein. Also, wenn ich dir erzähle, was ich alles erlebt habe, wow. Natürlich. Hä, wie? Ich dachte, du erzählst mir das dann auch? Was du so erzählst? Ähm, vielleicht am Sonntag. So ist das also. So, so. Ja, nein, ähm, was wollte ich dir erzählen? Äh, ne, ne, ist eher was Lustiges, ja? Ähm. Wäre doch mal eine schöne Abwechslung. Ja, genau. Ähm, heute war eine Freundin, äh, eine Bekannte von mir, also, mit ihrem Freund halt da, war total cool, im Gottesdienst, und die, ähm, das war ziemlich lustig, wenn du, sie heißt Alessa, wenn du sie mal sehen solltest, in Kontakt, ähm, also wenn wir irgendwie da mal uns per Zufall treffen sollten, ähm, dann sagt dieses wundervolle Wort Schneepo. Schneepo? Schneepo, genau. Okay. Sie muss davon unglaublich lachen. Ich weiß nicht warum, aber es ist, es ist schön, sie lachen zu hören. Okay. Ja. Weißt du, was Schneepo ist? Hab ich von ihr heute gelernt. Ich kenn nur den Schneepo, aber Schneepo, nein. Schneepo ist Schnitzel und Pommes. Ah, okay. Ich weiß nicht warum, aber sie fängt da immer an zu lachen. Also, falls du mal einen guten Tag haben willst. Lacht sie nur, wenn du das sagst? Nee, gar nicht. Oh. Egal, wer es sagt. Was ist das Lustige dran? Okay, bei dir hätte ich es besser verstehen können. Hm, na gut. Warum bei mir? Ich hätte mir vorstellen können, dass du es einfach falsch verstanden hast und, ähm, wenn du das dann, ich sag mal, falsch benutzt, dann kann das insbesondere mit deiner Position sehr witzig sein. Nee, nee, das hat nichts damit zu tun. Tatsächlich haben wir es später auf dem Parkplatz zu dritt alle falsch verstanden, aber das war auch das Lustige daran. Ach so, okay. Ja, spätestens, wenn die Schranke noch dazu kommt. Ach so, ja, okay. Ja, wenn die Schranke dazu kommt, dann fiel einmal dieser wundervolle Satz, ähm, wenn du das Schnipo bist, darf ich über dem Po deine Schranke sein. Oh Gott, das war furchtbar. Okay. Ja, es war, es ist eskaliert. Eben, hört man nur ein bisschen raus. Ach ja. Ja, ich wollte dich noch ein bisschen, ein bisschen erheitern, aber ich merke, du bist, ähm, eher müde. Ähm, ich glaube, das wäre einfach eine Situation, bei der man hätte dabei sein müssen. Siehst du? Ich glaube, dann wäre es ein bisschen witziger gewesen. Siehst du? Was sehe ich? Du hättest da sein sollen, ganz einfach. Ähm. Da haben wir zu viert gelacht. Man hat mir nicht Bescheid gesagt, ich hatte gar keine Chance. Wie, du wusstest das nicht. Ja, woher sollte ich das denn lösen? Echt? Venture? Hab ich zweimal gepostet? Wie, was, was hast du da gepostet? Wärst du gerade durch, wärst du gerade durch Palito? Ich bin schon zu Hause. Achso, ich hab mich gerade gewundert, aber ein Ort, das eh nicht zu deinem war. Bist du immer, bist du noch in Palito, oder wie? Ja, ich bin an der Kirche, natürlich. Achso, ja gut, dann hätte ich da auch direkt ranfahren können. Ja, siehst du, warum hast du es nicht gemacht? Ich dachte, du wärst noch in der Stadt. Nee, ich bin die ganze Zeit schon in Palito. Was glaubst du, warum ich hochgefahren bin, um dich abzufangen, natürlich? Ja, dann hast du das aber sehr ungeschickt gemacht. Denkst du, ich bin hier hergefahren, weil ich was noch in den Kühlschrank legen musste. Wir haben heute tatsächlich das erste Mal Gottesdienst mit Kommunion gefeiert, also von daher. Oh, okay. Und Justin war meine linke, nee, rechte Hand, linke Hand, er war zwar in der Linken. Okay. Ja. Was muss ich mir darunter vorstellen? Ich hatte jemanden, wir haben ja kein Altar, ich hab jemanden gebraucht, der zumindest ein Tablett hält. Ich dachte, der musste einen Tisch spielen. Auf die Knie. Auf die Knie. Einmal bitte. Rücken gerade. Nicht bewegen. Sonst hast du Wein über dein Haus. Warum hast du das nicht durchgezogen? Nein, er sollte nur ein Tablett halten, ich wollte ihn doch nicht erniedrigen. Wobei wir es heute auch über Peitschen hatten, aber es ist ein anderes Thema. Okay, ich glaube, ich muss nochmal mit Justin reden. Nein, nicht mit ihm. Ach so, okay. Ja, ja. Schade, dass heute, schade, dass heute das PD nicht anwesend ist. Okay. Die Predigt hätte auch eskalieren können heute. Warum das? Der Rockerclub war da, ne? Mhm. Und das Lustige ist halt, ich habe über diese, die Bibelstelle kennen viele, vielleicht kennst du sie auch, wo Jesus die Händler aus dem Dings wirft, aus dem, aus der Kirche wirft. Hm, sagt man jetzt nicht. Okay, gut, egal. Auf jeden Fall habe ich dazu eine Predigt gemacht und da fiel halt auch eben mehr so ein, man sollte die Leute auch mal aus der Kirche werfen, Komma, wenn sie denn nicht, naja, so schlimm war es nicht. Also, das ist eben auch eine, das ist eben auch, sage ich mal, den Moment gibt, wo man auch durchgreifen muss, aber ich habe halt alles relativiert, wie immer, ne? Ich habe dann halt immer gesagt, naja, ihr wisst ja Bescheid, eigentlich geht es um Nächstenliebe und auch den Leuten entgegenkommen. Auf jeden Fall, das könnte halt voll eskalieren, also es hätte eskalieren können, wenn die, wenn die Rocker aufgestanden wären und das BD gesagt hätten, raus hier. Eiei, 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 Zum Glück ist es gut gegangen. Ja, 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 nee, ich glaube nicht, dass sie das gemacht hätten, die haben viel zu viel Respekt. Übrigens haben sie angeboten, gemeinsam dann den Schimmel hier an der Tür wegzumachen, was ich auch sehr lieb finde. Oh, okay, ja, cool. Ja, also die bieten sich da auch echt an, aber ich, also, so ganz unter uns, ähm, ich finde die ganz nett. Also, die sind wirklich super Menschen, mit denen man sich gut vertragen kann. Hm. Was sie sonst machen, weiß ich nicht. Warum auch nicht? Ähm, was sie sonst so machen, also irgendjemand sagte mir mal so, ja, die sind halt, ähm, nicht immer nett, aber ich hab halt gesagt. aber für wen gilt das nicht? Ja, also, eben. Weiß ich nicht. Ja? Entschuldigung. Braucht man halt nicht mit Vorurteilen ran, finde ich. Denk ich auch, und das war halt auch so eher meine Attitüde, wo ich gesagt hab, ich bin froh, dass die hier sind, und das sind, glaube ich, mitunter die Leute, die am häufigsten zum Gottesdienst kommen. Also, da können sich andere auch was verabschieden, die schlechterer sie leben. Deswegen. Also von daher, große Sympathien für die. Die wollen sich ja auch wirklich aktiv einsetzen, und das finde ich toll. Mhm. Ja. Ja, ein besseres Feedback kann man sich da ja kaum wünschen. Ja, eben. Sie sind Feuer und Flamme dafür, deswegen. Finde ich schön. Mhm. Von daher, die Gemeinde in Palito wächst und gedeiht, das ist das Schöne. Ja, das merkt man ja auch immer wieder bei den Besuchern, die du da bei den Messen hast. Gottesdienst. Ah, mein Gott. Bordjog. Messen. Ja, ja, nein, alles gut. Ich, ich bin nur Korinthenkacker gerade zu dir, aber ansonsten. Ja, ich weiß, du machst das gerne, wenn mein Hirn schon halb abgeschaltet hat um die Uhrzeit. Sagen wir mal so, ähm, ich mache es immer gerne. Ja, können wir uns einfach darauf einigen, dass ich das einfach nur besonders habe, wenn ich eigentlich schon ins Bett gehöre? Sag jetzt einfach nur ja, bitte. Nur heute. Ja. Danke. Danke. so kompliziert. Warte, du lachst so dreckig, warte mal. Das war doch kein dreckiges Lachen. Okay, gut. Ich will dich nur verunsichern. Das hast du diesmal nicht geschafft. Ich muss auch mal verlieren können. Das siehst du als verlieren an. Ja. Also mit jemandem Runde Monopoly spielen ist, glaube ich, auch interessant. Herr Pfarrer, wohl kommen die ganzen Kraftausdrücke. Das Beste war noch immer, wir waren beim Faith and Social Center zusammen mit, da war Justin dabei auch und Hayley und noch zwei andere. Gabi und Nora, die kennst du ja beide auch. Und ich habe denen Schokolade gegeben, weil es darum ging, dass da Traurigkeiten ausgeteilt wurden. Und da habe ich denen allen eine Schokolade gegeben und der Justin, ey, aber ich will keine Schokolade. Und ich so, du frisst die jetzt. Da haben alle erst mal so, woher kommt diese Kraftausdrücke? War natürlich Spaß. Wir haben natürlich alle gelacht, ne? Ja, das will ich hoffen. Auch wenn ich Justins Reaktion gerne mitgekriegt hätte. Der hat voll gelacht. Wir haben alle gelacht. Das war schön. Ja, es ist schön. Also Justin ist der häufiger jetzt gerade bei uns. Ja, dem ist das sehr wichtig, dass er das Donnerstags immer schafft. Mindestens. Ja, eben. Eben, eben. Finde ich schön. Finde ich schön. Ach, du. Aber dich heute, dich habe ich heute vermisst. Sag ich, wie ist das? Warum? Ja, warum nicht? die Frage. Du magst es doch auch nicht, wenn ich den Anlass gegeben habe. Ja, der Anlass war Gottesdienst. Ach so. Mhm. Ja, ich gucke, dass ich das wieder besser mit einbinden kann. Würdest du dich jetzt vor mir rechtfertigen? Nein, aber es war ja eigentlich geplant. Ich weiß. aber so mit der Fahrschule dann, ja, ich kann die halt auch nicht hängen lassen. Hey, alles gut. Ich mache ja nur meinen Spaß. Ich sage das wirklich immer aus Spaß, weil ich weiß, wir sind alle irgendwo arbeitstätig und wir kommen so gut wir können. Okay. Also doch, nicht vermisst. Okay. Doch, 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 das ändert ja nichts. Ich denke, das war ein Spaß. Es war ein Spaß, wo du so nach dem Motto, ja, der Gottesdienst, du musst kommen und so weiter. Ach so, nein, nein. Nein, nein, das andere war schon ernst gemeint. Na gut. Kannst du mir glauben oder nicht? Vielleicht so ein bisschen. Ach gut. Vielleicht ist das auch schon übertrieben, aber. Meine Güte, wir verquatschen uns, du willst ins Bett. Ja, ähm, weiß ich nicht. Ich, ich habe mich ja schon drauf eingestellt, als ich dich angerufen habe. Das hast du mit einkalkuliert. Ja, so kurze Gespräche gehört nicht zu unseren Talenten. Das ist wahr. Mhm. Mhm. Glaub mal. Hm? Glaub mal. Ja. Ja. Na ja, na ja, aber dann würde ich mich jetzt tatsächlich von dir verabschieden. Aufnehmerwiedersein, meinst du, oder was? Hm, ich hätte jetzt eher gesagt, hoffentlich bis Sonntag. Aber, wenn du mir jetzt direkt einen Korb verpasst, dann ist das ein Aufnehmerwiedersein. Einen Korb? Was ist denn ein Korb verpassen? Na ja, eine Abfuhr für Sonntag. Und du meinst doch nach dem Motto, na, mit dir will ich mich nicht treffen, oder was? Ja. Würde ich doch nicht sagen. Na ja, wenn du hiermit auf Nummer Wiedersehen kommst. Ach. Es hörte sich nur so an. Ich will Auf Wiedersehen sagen. Das klingt doch schon besser. Nee, du hast doch gesagt, ich will Auf Wiedersehen sagen. Das klingt für mich wie, ja, ich reise jetzt in eine ganz andere Stadt. Auf Wiedersehen. Oh, das wäre eigentlich eine Idee. Jetzt direkt die Koffer packen und dann raus. Okay, gut. Weg von dem ganzen Theater und ich würde ja sagen, an irgendeinem Strand, aber den habe ich vor der Tür. Du willst aber weit reisen. Ich nehme die Koffer und sitze mich am Strand. Super. 1A. Ja, siehst du, so läuft das hier. Ich habe noch einen Donut. Wow. Was? Ich habe noch einen Donut. Okay. Cool. Den teilst du ja nicht mit mir, also ist okay. Du bist ja nicht so viel Süßes zu haben. Das stimmt auch wieder. Manchmal merke ich mir Dinge, die du erzählst. Zum Beispiel? Dass du kein Süßkram magst. Das ist leider so. Naja, ich bin eher der herzhafte Mensch. Du, ich opfere mich da gerne. Wenn du da irgendwie zu viel über hast, dann nehme ich den Schokoladenanteil und dann passt das. Okay, gut. Also ich würde jetzt am liebsten sagen, ja, ich habe im Fahrbüro noch ein bisschen Süßkram da. Komma, aber... Gib mir drei Minuten. Warte, was? Warte, ich muss zurückfahren? Beim nächsten Mal. Nein. Sehr schön. Aber ich merke, es wird spät und wir sind wieder. Gut schon, dann war es schön, dich heute zu hören. Ja, ebenfalls. Und wäre schön, dich dann am Sonntag zu sehen. Ja, das empfinde ich ebenfalls so. Würde mich auch freuen. Ich werde es versuchen einzurichten, aber wie gesagt, sei mir bitte nicht böse, wenn ich es nicht schaffe. Ja, könntest, also hast du eine Tageszeit oder so, wann ich, wenn dann ungefähr mit dir rechnen könnte? Eher abends. Okay, gut. Genau. Das kriegen wir hoffentlich hin. Alles klar. Sehr gut. Okay, dann komm heil nach Hause. Ja, danke schön. Und bis die Tage. Bis die Tage. Bis dann. Ciao. Ciao, ciao. Kannst du schon flirten? Habt ihr geflirtet mit John? Nachtigall, ich höre dir trapsen. Das war hier schon cringy cringe, Mann. Da kam der Cringehammer so langsam raus. Muss ich zugeben. Ei, 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 ei. Das wird spaßig auf Dauer. Schön, dass da zumindest nochmal was kam jetzt. Von der Ecke her. Ja, ich glaube, ich mache heute eh die Schotten dicht. Weil, ich muss zugeben, ist ja nicht mehr so viel los. Es sei denn, wenn wir gleich in der Stadt sind und Dillys oder so hat offen, dann können wir auch nochmal da gucken. Aber das wird wahrscheinlich eher nicht der Fall sein. Ich würde mich gerne bei Dillys und so nochmal erkundigen, wie viel die zahlen. Aber dann kann ich bei PDM aufschlagen und sagen, ja, Moment mal. Also ich glaube, John wird sich dann doch eher einen Stadtflitzer holen. Einen hübschen. Keinen so Nordkollegen. Ja, und dann werden die, ich glaube, die werden das auch nochmal schön wegputzen da. Wenn wir eine Einschätzung haben und so, dann spiele ich das RP auch aus. Das wird cool. Ich werde dann nochmal gucken, dass ich noch ein, zwei Leute, Justin, Scarlet oder so noch dazu bekomme. Ich habe den einen, da habe ich extra adressiert, so nach dem Motto, vielleicht finden wir darin auch unseren Frieden so ein bisschen. Ach ja. Wir können auch nochmal am Stadtpark vorbeifahren, einfach Hallo sagen. wenn Evans Bestos offen hat. Weiß ich nicht. einfach mal vielleicht, weil Maria ja dort auch tätig ist und Becky. Ich rufe mal Becky an. Das ist ja auch mal wieder was Schönes mit ihr zu reden. Becky ist cool. Schade. 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 Das war ein bisschen flott. Grape Seed war auch schon hübsch. Einfacher raus aus der Stadt. Aber nur der FPS wegen. Hier ist ein Buffalo. So glaube ich war ein Buffalo. Eieiei, Fahrrad. Vorsicht. Ich fahre mal über den Stadtpark einfach mal. Korb geben, als ob die sich daten würden. Das muss ich zugeben, da bin ich jetzt auch gespannt, weil grundsätzlich ist schon jemand, der sagt. Moment, du bist verheiratet. Aber es ist wie jedes Mal so. Wen kriegt wer will John haben? Die verheirateten Frauen. Ja klar. Das ist immer so. Aber heute wird nicht mehr viel los. Ich fahre wie gesagt noch einmal am Stadtpark vorbei. Guck mal, was da so los ist und dann gehe ich auch schon auf. Flyen denken. Ich habe eben gedacht, hier wäre irgendwas gelandet, was nicht landen sollte. Scheißegal, ich fahre jetzt hier drüber. Achso, wir wollten noch gucken, ob Dillys oder so offen hat, aber es sieht jetzt sich da noch aus. das war ein Anruf, den ich nicht erwartet hätte. Welche Unternehmen haben denn jetzt offen? Benny, Cypress, Desert, Lolitas, Pantos, Lusthaufen. Ich meine, er hat das beste hat er schon. Ja gut, dann ist es ja Quatsch. Ich könnte doch mal bei PDM vorbeifahren, oder? Ach, Gott. Ach, fuck, nicht da lang. Ich bin gespannt, ob die Story rauskommt demnächst. Ah. Ist gerade niemand da, okay. Schade. Das Genki ist offen wie sonst was. Schön. Ja, dann würde ich sagen, ich sattel echt die Hühner, ne? Also ich lasse den Kollegen da und nehme mein kleines Auto mit, ne? Ja, dann gucken wir mal. Ich fahre mal Richtung Stadtpark. Ja. Ah, ist leer. Fehlt jemand vom Laden noch, aber naja. Ah, Heli wieder. Na ja. Da ist mal wieder was passiert. Sehr schön. Ja, John macht halt weiter sein Ding, ne? Ich fahre noch ein bisschen zu. Okay. ist zu. Ah, da ist ziemlich viel los da hinten. Gucken wir mal, ist irgendwas los. Das sieht nicht so aus. Ich sehe gerade, ich habe... fucking debattt. �� los. Ich sehe gerade, dass ich hier, ówo dennosi- Und zwar das tun People, ich sehe gerade, irgendwie irgendeine So, schreiben wir mal zurück. Alter. Das ist Wahnsinn. Claire. Mia Davis. Habe ich sonst noch irgendwas auf dem Zettel stehen? Äh, genau. 31.7. bis 9.8. bin ich nicht da. Na ja, gut. Ich geh mal kurz aufs Klo, Alter. Und dann bin ich gleich wieder zurück. Und dann gucken wir mal. Von daher bis gleich. So, da wäre ich wieder. Ich bin nicht lang weg gewesen, aber... Und viel los. Also, John fährt jetzt noch mit seinem Auto hoch. Mit seinem eigenen diesmal. Was ja voll in Ordnung ist. Wie gesagt, wir könnten uns jetzt auch... Ah, ich hoffe, der Airbag ist durch. Ich würde gerne mal... Gucken wegen... Ah ja. Sehr schön. Funktioniert. Würde ich gerne mal ein Foto von dem machen. Irgendwo so ein Stadtflitzer oder so. Ich überlege gerade, wo wir das machen könnten. Hm. Nur 3.5 würde ich draus machen. Und müssen gleich mal gucken, wie viel so ein Panto kostet. Aber ich würde ihn gerne inserieren, den loswerden. Und dann recht flott den... Andern holen. Aber man merkt jetzt so ein bisschen, die beiden... Also... John und Scarlet, die haben... Äh... Haben was füreinander übrig, würde ich sagen. Hm. Und das finde ich schön. Würde ich irgendwo im... Nicht im Norden machen, aber irgendwo. Ich finde diese Briose ist so geil. Aber zu John würde halt echt so ein schöner... So ein schönes... Normales Auto reichen und so. Überlege mir einfach, ob wir da nicht demnächst irgendwas machen. Hier ist... Hier ist das Licht so gut, ne? Wow. Das war knapp. Na komm. Nicht hier. Irgendwie fühlt sich das falsch an. Wo ist denn gut Licht? Ich merke, John fährt halt... Größtenteils... Alleine oder höchstens zu zweit. Na, hier ist es relativ dunkel dafür. Ich würde sagen, ich mach's einfach auf dem... Parkplatz da oben... Von der Kirche. Was auch gehen würde, ist hier. Dann kannst du den nicht schön präsentieren. Nö. Hm. 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 Warten kurz bis sie weg sind. Warte, 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 warte. Ich pack die Kiste mehr da hin. Machen Sie die Kiste mehr. Okay. Okay. So, jetzt gucken wir, wie die Leute... Wie viel die Leute wollen für einen Panto. Entschuldigung. Meine Güte. 2,5. Ähm, die haben den seitlich fotografiert. Okay. Okay. Moment. So, Lee. Ich habe die Bilder gemacht. Ich fahre jetzt zur Church. Und dann müssen wir inserieren. Das wird notwendig sein. Das wird notwendig sein. Ach, nee. Warte mal. Wollen wir was gucken. Das sieht man nicht. Der und sein Kragen, ey. So, Lee. Das machen wir noch. Ach. Ach. Wir hätten gucken sollen, wie viel Meilen das alte Ding hat. Was ist zugeben? Die Hose passt am besten zu ihm. So. 288. 288. Passt. Panto. Checkheft gepflegt. Nein. Also wirklich gutes Auto. Kann man nicht beschweren. Ich freue mich. Ich freue mich. Ich inseriere das jetzt gleich mal so im Stillen mehr oder weniger offscreen. Weil das müsste ich jetzt nicht alles mitbekommen. Ihr seht das Endergebnis. Das sollte reichen. Gut. Bis gleich. So. Da ist es. Oh. Gedruckt. Wir kaufen einen gebrauchten Panto. Obendrauf gesendet für eine Grundlackierung. Schreiben Sie mir eine Mail bei Interesse. Ja. Läuft. Zack. Die Bohne würde ich sagen. Oh. Ich werde noch glaube ich die paar Minuten da bleiben. Ich muss noch mal leider wegen dem Drucker hier ganz kurz was machen. Bis gleich. So. Jetzt habe ich Zeit. Ah. Ah ja. Soll ich den Drucker ausmachen? Moment. Ich wollte eigentlich nicht so lange noch. So. Drucker aus. Ich tue nur noch ein bisschen draus noch. Also bis wir erstmal eine Nachricht wegen dem Panto bekommen haben. Wird ja. Also. Wird ja Zeit vergehen. Ähm. Ja. Ich könnte den Panto mir wann andere. Den Panto. Panto würde ich oben bei der Kirche stehen lassen. Hm. Hm. Hinten noch was. Pfff. Ach Mist. So. Pfff. 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 Ähm. Das Fahrrad schüttelt. Pfff. Pfff. Gut, dann mache ich jetzt den Lachs zu. Passt das? Ja. Ganz langsam auswendig. Ist schon geschlossen. Ich bin stolz auf meine Leute. Hallo, hier ist Rodrigo von Sossens. Hallo, wie geht's dir? Ja, mir geht's ganz gut, danke der Nachfrage. Super. Ja, auch gut. Ich habe dir schon überlegt, so Connection-mäßig, der Gottesdienst im Unikon ist Statement-mäßig. Nochmal, ich habe nicht ganz verstanden, was du meinst. Ich habe wegen dem Gottesdienst. Wir haben doch gesagt, es ist ein Gottesdienst im Unikon. Achso, ja, nee. Brauche ich nicht. Achso, jetzt habe ich euch schon Exekonitzen und so. So Planen, Statement. Weil du sagst, Thema Wolllust und so. Achso. Achso, nein, nein. Alles gut, mein Lieber. Hey, weißt du was? Ja. Ich habe hier jemanden, meine Nachbarin, die würde gerne ein Auto kaufen. Wird die gut sein? Ja. Ja. Gerne. Ähm. Mal ganz kurz, wo können wir uns treffen? Wozu, wozu? Wo bist du? Ich bin gerade oben bei der Kirche tatsächlich. Ah, hier, äh, im, äh, bei, äh, Tell Barrow. Äh, hier, wie heißt das? Äh, na, die Morningwood Church. Da, wo wir letztens waren. Ja, okay. Ey, da bist du. Ja, ja, genau. Kannst du gerne. Ey, da kommen wir gleich rüber, ja? Super. Okay, da kommen wir gleich rüber. Bis gleich. Ciao, ciao. Ciao. Du, wenn die den direkt verkauft, dann super. Dann drei, fünf, abwart. Ich bin super, wenn das so rauskommt. Ist relativ hell geworden sogar. Dann haben wir zwölf, nee, dreizehn haben wir dann. Wenn, also wenn das natürlich überhaupt das. Ja, das war schon ganz knapp dran, ne? Dann muss ich mir nur noch den großen holen. Dann haben wir gut Geld zusammen. Soll er mir noch ein bisschen besseres Angebot machen? Dramatische München. Hi John. Hi. Schön, dass wir uns mal erreichen. Wie geht's dir? Ja, ja, ich, äh, ja, ich hab vorhin auch versucht dich zu erreichen. Ja? Wie's mir geht, ja, ähm. Ja? Ich ging mir schon mal besser. Was ist passiert? Ich hab, äh, ich sag mal so, ich hab heute irgendwie wohl dich von meinem Kollegen in Stich gelassen. Und, ja. Was ist dir passiert, Mann? Ja, so genau darf ich das natürlich wieder nicht sagen. Ist ja ein Turner. Mhm. Aber, ja, ich kann halt eben nur so viel lassen. Ich, ja, meine Kollegen haben mir halt irgendwie heute nicht so ganz geholfen, wo ich sie eigentlich gebraucht hätte. Mhm. Und, ja, sagen wir es so, ist, das, deswegen, wenn ich jetzt halt halt irgendwie, man kommt halt am Ende, weil ich grad, ja, ich weiß nicht, ob ich einen Fehler gemacht hab jetzt und, ja, ich kann grad nichts dran ändern. Ganz kurz, warte mal. Äh, ich bin sofort für euch da. Ja, mach ganz entspannt. Ja. Ja, okay. Und, ähm, also was ist, also, okay, du wurdest im Stich gelassen und das bedeutet, du warst in einer Stresssituation oder was? Ja. Okay. Hat es mit dem Einsatz unten in Vespucci zu tun? Nicht, nein. Okay. Aber wer weißt du davon? Weil der Observer davon berichtet hat. Ah, super. Ja, natürlich. Also, da steht da auch irgendwas von mir drin? Nein, aber, ähm, Aussagen von PD. Äh, genau, deswegen wollte ich einfach nur nachfragen, weil da hätte ja auch sein können, dass... Steht da eine MD-Nummer drin? Nein. Ich frag für'n Freund. Das steht nicht. Alles gut, alles gut. Ne, nicht alles gut. Egal. Eine PD, ich meine, eine PD-Nummer steht da drin. Äh, naja. Ja, da steht eine Natschi Kukum und dieser, wie ist der, Lautaro Arnauto oder so heißt der Typ. Okay, gut, da finde ich die Nummer raus. Danke. Warum? Egal. Ich glaub, das hilft mir sogar grad ein bisschen in meinen Problemen. Echt jetzt? Eines meiner Probleme, ja, doch, tatsächlich. Also, dann guck mal unter... Also, wie gesagt, da gibt's diesen Post vom Observer. Ja. Und da steht unten in den Kommentaren, ähm, Update 2022 im Gespräch mit Chief Natschi Kukum und Officer Lautaro Arnauto, wurde dem Observer bestätigt, dass zwei rivalisierende Gangs in einander getroffen sind und so weiter. Ja, ja. Okay. Ne. Ja, aber es ging tatsächlich eher jetzt primär um einen anderen Einsatz. Ja. Aber... Okay. Da kann ich, wie gesagt, nicht so viel sagen zu. Äh, ist halt doof jetzt die ganze Situation. Okay. Okay. Aber... Kann ich grad sowieso nichts ändern. Was machst denn du gerade? Ich will jetzt langsam außer Dienst gehen. Ich muss jetzt noch die Akte fertig schreiben und dann... Magst du mich gegebenenfalls kurz dann oben bei der Kirche in Morning Road abholen? Ich müsste eigentlich ein Auto abholen dann. Und das ist so ein bisschen schwierig. Äh... Ja, wenn's für dich in Ordnung ist, 10 Minuten oder so... Ich kann seit 20 Minuten locker. Also, ich muss hier... Oh, okay. Ich will mein Panto gerade verkaufen, deswegen vielleicht brauche ich dich dann noch. Oh. Okay. Ne? Dann bis später. Bis später. Ciao. So. Entschuldigung, bitte. Grüß dich. Ja, hallo. Äh... Ich weiß, wo du den Panto her hast. Ja? Ich würde ihn auch runterhandeln auf 3000, wenn's okay ist. Hm. Da weißt du, wo ich den herhabe. Weil ich... Weil ich dir ja den gegeben habe, den Schlüssel. Stimmt. Mhm. Ich erinnere mich... Ja, 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 ja. Ja, genau. Ja, von mir aus auch 3000 können wir machen. Ich denke, da kann man was machen. Äh, ich hab doch selber schon einen Panto. Den hast du ja auch gesehen gehabt auf dem, äh, auf dem Piteevent. Boah, da kann ich mich gar nicht mehr dran ändern. Der ist, ähm, ich weiß nicht, ob du ab und zu hinten in dem Block bist. Ähm, das ist der kleine mit dem Koffer obendrauf. Und den ganzen Stickern. Boah, weiß ich jetzt nicht. Kann ich mich jetzt gut erinnern. Okay. Ich brauche auf jeden Fall einen Panto, den ich auch mal ausfahren kann, ohne dass ich halt Angst habe, dass die Koffer runterfliegen. Mhm. Deswegen passt das dann halt auch ganz gut. Und wenn du sagst, du hast den Rutschein noch, dann ist das noch besser. Weil dann kann ich den halt auch ein bisschen von, ja, schwarz lackieren lassen. Mhm. Und deswegen... Ich hoffe, ich werde angerufen. Ja. Ola? Ja. Ich weiß. Ja, ja, das weiß ich. Alles gut. Ich komme ja gleich wieder. Alles gut. Ist nicht so schlimm. Da wird eh bloß Alkohol drin sein. Ja. Mach dir keine Sorgen. Alles gut. Danke. So. Okay. Sehr schön. Ich habe meinen Kofferraum auf dem Kassen. Achso. Alles gut. Na, wir haben gerade drüben ein bisschen was getrunken, ein bisschen geredet. Ne, wenn du magst, dann genau. Aber wir müssten den halt auch umschreiben lassen über den Kasa, ne? Genau, genau. Dann wäre es, glaube ich, am klügsten. Ich weiß nicht, ich habe das ja hier noch nie im Privathandel gemacht. Wäre es doch am klügsten, wenn wir uns dann nochmal, wenn das Kasa offen hat, nochmal verständigen und dann da direkt rüberfahren. Genau. Dann machen wir das. Richtig. Ich würde gerne dein Telefonnummer haben. Ja, selbstverständlich. Das ist die... 455. Genau. 140. Ja, 0. 422. 422. Ich rufe dich gerade an. Jetzt bist du. Perfekt. Wie war nochmal der Name? Gigi. Oder Lennox. Genau, Jillian Eliza Lennox. Ah, okay. Genau. Ich habe früher hier tatsächlich auch an der Kirche gearbeitet, ne? Echt? Ja, ja. Ach, das wusste ich gar nicht. Hm, ist schon ein bisschen näher. Oh, okay. Hm, was heißt... Jo, jetzt hat er mir das nicht abgespeichert. Ah, hier, so. Jetzt habe ich es. Ah, John heißt du, ne? Genau. Okay. Ich bin froh, wenn der Panto dann langsam weg ist. Also dann ist ja super, dass ich das so schnell getroffen habe. Hm, genau. Und du kommst auch an einen Panto-Liebhaber tatsächlich. Sehr schön. Genau. Mal gucken, wie ich das dann mit der Lackierung mache. Das werde ich dann spontan machen. Genau. Aber ich habe halt für meinen Panto damals mehr Geld ausgegeben, als der Wert war. Okay, gut. Um den halt fertig zu machen. Deswegen sage ich ja, es ist halt, ja... Und ich brauche halt einen, wo ich halt ein bisschen undercover bin. Das hört sich ein bisschen komisch an. Aber dadurch, dass ich halt immer mit dem bunten Panto fahre und ich aber Panto fahren liebe, brauche ich halt einen zweiten Panto, damit ich halt auch immer Panto fahre, ohne dass man weiß, dass ich es bin, ohne dass man sagt, hey Gigi, du, ich habe dich da gesehen und so. Weißt du, das ist so dieses... Ja, das verstehe ich. Nee, dann lieber so einen ganz normalen Panto und den dann schwarz blacken lassen oder sowas. Nee, schön. Nee, dann kommt da ja in gute Hände und dann... Definitiv. Weil, wie gesagt, auch bei 3.000 ist für mich kein Problem. Und daher... Ich denke auch. Das geschenkt ist Geld im Endeffekt. Eben, das ist es halt. Ja, deswegen mache ich mir da auch keine Sorgen, das runter zu handeln, weißt du. Ja. Schlau gemacht. Ja. Aber wie gesagt, das ist super. Ja, ich habe für meinen damals auch 3.000 und den hätte ich schon für... Das ist zwei Jahre her und den hätte ich damals schon für 2.500 bekommen können. Aber irgendein Vollidiot hat den hochgehandelt gehabt, sodass ich den halt für 3.000... Deswegen finde ich 3.000 halt für mich, für meine Grenze perfekt. Sehr gut. Ja, ich habe das gleich auf Venture als verkauft gemeldet, dann ist das schon durch. Genau, perfekt. Dann ist das schon für dich reserviert. Sehr gut. Nee, dann machen wir den Rest. Ich nehme den auch auf jeden Fall. Das Geld habe ich da. Genau. Super. Dann passt das dann. Lass uns die Tage einfach mal zusammenkommen, dass wir halt zum Casa gehen und ihn ummelden. Genau, genau. Und dann kommen wir auch gleich im Atemzug dann das Geld. Super. Machen wir auf jeden Fall. Okay. Gut. Dann gehen wir wieder rüber. Kein Problem. Padre, ich habe gesündigt. Ja. Was hast du gemacht? Ich habe trunken genommen. Okay. Ich war im Onikon. Okay. Und ich habe Alkohol getrunken. Hast du jetzt eine Freundin? Kann ich jetzt rüber? Äh, naja, wenn meine rechte Hand jetzt... Ja, nee, dann... Nein, deine rechte Hand reicht nicht. Genauso wie meine zwei Hände nicht reichen. Gut. Dann möge Gott dir deine Sünden vergeben und mach, was du willst. Okay, danke. Okay, danke, danke. Oh. Ich mach den Patrick. Der ist gut. Ja, hat sich ja gerade umso besser getroffen, weil dass Rodrigo mich dann anruft und sagt, ja, hey, jemand möchte das Auto kaufen. Ja, dann. Super. Naja, ich habe halt eine Runde gefragt. Ah, hier verkauf Panto und dann hat Rodrigo gesagt, dass er deine Telefon macht. Ja, super. Umso besser. Ja. Na, wie gesagt. Kommt in gute Hände auf jeden Fall. Freut mich. Super. Sehr schön. Okay, dann viel Spaß. So, ab rüber. Dankeschön. Bis dann. Ciao, ciao. Bis dann. Ciao, ciao. 行, chance ich den. aat. zack boben weg fast 3000 auf lappen wo sind wir denn endlich los ich bin kein panto freund jetzt haben wir endlich kontakt ist safe so weiß schon auch nicht so richtig aber wird sie schon klären wow oh nein oh nein jesus dann hallo ich bin jetzt klavier und destina singt willst du mitkommen ich warte dass ich auf einen freund ich bin eigentlich auf dem weg tatsächlich nach hause deswegen aber ja danke fürs angebot oder er kommt dann vielleicht wird er auch mit zu hören wir freuen von mir der arbeit mit md löcheln erst mal alle oder vom eis damals ich bin der john wollte ich heute zum gottesdienst aber ich habe einen neuen job angefangen ich bin der löser aber das ist jetzt gemein weil wir alle dazwischen reden alles kein problem die beiden pantos lernen sich jetzt schon mal kennen wir wohnen alle drüben in der nachbarschaft wir machen eine pool party ohne pool gerade mit pool aber ohne wasser 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 gibt es ja auch auf dem friedhof aber ich habe es nicht gesagt aber nicht genug für den für den pool das wasser im friedhof lachen wir mal bitte schön also als ehemaliger verantwortlicher für diesen friedhof nein je nachdem was gemacht wird ne das ist richtig man kann auch gerne auf den wundervollen kleinen teich eigentlich draufschauen ja okay ja also es ist ganz schön hier aber zum schwimmen sie würde nicht empfehlen nein zu kurz also zu kurz zu kurz nicht tief genug meinst du ja genau du kannst ein skateboard unter die rücken legen und dann kannst du auf den rücken auch 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 komisch wenn es wenn es nicht zu tief ist und rücken rot was denn such dir eine freundin was das ist der nette ausdruck für du bist untervögelt man ja genau das ich war zweimal verheiratet und meine letzte frau gesagt weißt du was such dir noch eine freundin ich kann nicht mehr ich habe schon schlimmere sachen gehört okay dann ist gut es gehen alle ich tschau tschüss gern ja mit rein ich komme auch erst mal rein bis zu lange her und so aber das ist unangenehm man sagt tschüss und geht in dieselbe richtung ach ich finde es nicht schlimm was passiert hier äh das weiß ich noch nicht das werden wir gleich herausfinden so folgen mhm hallo meine liebe gemeinde ja klar so laut du kannst du kannst du nicht noch mal ganz kurz störe jetzt geht es los na ja mal nicht die andere woche ähm die war tatsächlich heute man ansonsten alle 2 cc aber sie posten das immer an die venture see Ich muss dringend mal wieder so die beiden Andacht kommen. Ja, immer gerne. Also ich bin grundsätzlich eigentlich in Palito. Aber wir haben da zur Zeit, sag ich mal, Schimmel an der Tür und das ist ein bisschen schwierig. Bedeutet also, dass wir heute dementsprechend hier waren. Gut. Aber grundsätzlich dann ist es her. Dann ist es wirklich gesagt. Dann weiß ich Bescheid. Ich muss nur jemanden finden, der mit gut. Der mit nach oben kommt, weil ich habe keine Autos. Dann können Sie auch gerne bei uns anrufen. Ich habe noch eine Verabredung in meinem Bereich. Aber ich denke, es wird jemanden geben. Kommen Sie mit nach vorne? Ja, ich werde noch so weit nach vorne kommen. Ja, ich habe gehört, dass es ein secret Chord das David spielt und es ließt der Lord. Aber du hast wirklich nicht HALLELUJAH 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 Your face was strong when you needed proof You saw her bathing on the roof Her beauty and the moonlight Overthrew her She tied you to a kitchen chair She broke a blow when she got your hair From your lips you do Betty, du spielst so schnell Ich hab den Tag verloren Halleluja Genau Ich bin aus dem Rhythmus gekommen Es tut mir leid Alles fein, hat sich doch gut angehört Das war super Ja Ich würde ja applaudieren, aber ich bin in der Kürze Vielleicht kannst du das Lied Welches Lied? Aber nicht das Rock'n'Roll Lied, dann muss ich wieder singen Welches Lied denn? Rock'n'Roll Lied? Keine Ahnung Also Amazing Grace, das kann die Die Dingens nur Ich kann das gar nicht so gut Was ist mit ABBA? Welches ABBA Lied? ABBA ABBA? Ja welches denn? Was hast du? Money, money, money Oh ja, Waterloo ist schön Was? Waterloo? Ja ich mag den Singen willst Das schaff ich I can't sing Also doch, ich kann singen Aber war das nicht gerade die Melodie von Dancing Queens Das ist mir scheiß sinnvoll Is dein Freund schon dahin? Ich bin nicht gut darin Du willst einen Freund schon Da hinten, da sitzt jemand in der Bank Der kann nicht vorkommen wenn er möchte Warte mal, ich hole ihn Ich mag Meddalys Magst du mit nach vorne kommen? Das sind ganz nette Menschen Spielt jemand Klavier und so. Und der denkt jetzt bestimmt, der kommt in eine Eheschließung. Ja, Siggi-Diggi. Ja, Siggi-Diggi. Hallo. Hallo, liebe Trauergemeinde. Trauergemeinde für eine Hochzeit, super. Heute werden wir diese zwei Unglücklichen, die noch Hübschen will noch nicht wissen, was hier auf ihnen zukommt, ja, beählichen. Wartet, dann spiele ich noch ein Hochzeitslied. Ja, Hochzeitslied. Here comes the bride, she's all in white. Moment, ich habe bestimmt irgendwo noch eine Hochzeitsrede. Moment. Ach, du Scheiße. Aber nicht das Rock'n'Roll-Di, dann muss ich wieder... So lange schaffe ich es nicht, ne? Hau rein, ich hau in die Tasten, dann singe ich auch noch glatt. Geht auch eine Beerdigungsrede? Ja, geil! Ja, 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 klaro. Rest in peace. Die geilste Hochzeit der Welt, ey. Also, ich sage es gleich, ja, zu dir. Also, du weißt schon, dass sie alt wird und dann Falten kriegt und dass sie irgendwann mal, ne? Und du weißt, dass seine... Bitte? Bitte? Kannst du das noch mal aufhören? Sag es nicht. Sag es nicht. Haben wir Eheringe da? No, du musst hierbleiben. Ja, bestimmt irgendwo Alu-Kemäste ausmachen. Nee. Oh, Moment. Ist irgendwer dazu befähigt, Leute zu verheiraten? Ja, 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 ja. Nein, ähm, oh. Also theoretisch, hier haben wir den Käpt'n einen. Ja, bitte, wen soll ich verheiraten? Ich möchte bitte aktiv nicht heiraten. Aktiv nicht heiraten. Tief. Nein. Schade. Heute ist wunderbar. Ihr seid wieder da. Hinterkott ist die. Heute verheiraten wir beide. Wir machen so viel Quatsch. Es ist wunderbar. Ja, ihr seid wieder da. Mit dem in der Mitte. Mit dem arbeite ich zusammen tatsächlich. Die sind einfach nicht. Ich weiß, ich finde das gerade einfach schön. Danke, John. Ja, gerne. Irgendwie habe ich das gerade. Oh, no, no. Die beiden seid wieder da. Wann nur Quatsch. Weißt du was? Wir machen hier oben. Wir suchen hier vorab, wegen Heiraten. Machen wir da eine Zahl hin. Das ist halt in Ehlerschließung 4, ne? Aha. Wird der Versuch, ne? Eines Tages. Und dann, wenn ihr reinkommt, kommt, ich sage ihm nur noch, es ist wunderbar. Ich sage dir wieder da. Ich bin mal eine Jöhre. Ich sage dir wieder da. Das ist die da, Junge. Und das Dich einander ist echt krass. Ich sage es euch gerne. Ich habe trotzdem jedes Wort gehört, Gigi. Das ist so dumm. Ja. Ja, und jetzt überkehme ich an ihn. Peace, bye. Ihr seid wieder da. Hallo. Rodrigo, du musst an dem Text arbeiten. Das ist echt cool. Sehr geehrtes Brautpaar. Sehr geehrte, ähm, ja, nun. Nein, Quatsch. Ich habe tatsächlich gar keinen guten Text dabei. Aber sie würden ein gutes Paar abgeben. Aber es hat auch sehr schön angefangen. Dankeschön. Ja, ne? Das ist wunderbar. Das ist wunderbar. Ihr seid ein gutes Paar, yeah. Es kommt nicht so gut. Ich glaube, ihr seid jetzt los. Und das ist heute ein fechste Mal. Block 9, repräsent. Jetzt ist es wunderbar. Und ihr seid schon wieder da. Und ihr seid schon wieder da. Und ihr seid schon wieder da. Das darf nicht mal sein, schon wieder. Nummer 7. Wir gehen jetzt an den Sohn. Oh, ich kriege keine Luft mehr. Also ehrlich gesagt, ich sag das mal auch so ehrlich. Das ist echt wunderbar. Das ist schon wieder. Goodbye. So, der Kogestik ist beendet. Oh, geil. Wie oft wurden wir jetzt verheiratet in diesem Gottesdienst? 17 Mal. Nur für die Statistik. Ja, 17. Wunderbar. Das 7. Mal und da drüben, liebe Gemeinde, die Spättenkasse. Sehr gut gespielt, danke schön. Ich will das Lied nochmal hören. Nein, alles gut. Ich finde es auch wunderbar, wenn dir was Geld bei der Kirche ist. Komm nochmal. Nein, super. Echt. Perfekto. Spiel den selben Song nochmal. Okay. Weil ich lieb's. Ach, der Blumenstraße ist auch sehr gut. Den hab ich von Betty bekommen. Aber ich muss noch ein paar Blumen streuen, bevor du rausgehst. Okay. Ich streue, guck, streue. Ich kann nicht sehen. Also habe ich jetzt weh, dass ich nicht sehen kann? Streue und streue und da noch. Gute Nacht. Gute Nacht. Ich möchte bitte irgendwann, sollte ich wirklich mal heiraten. Genau so heiraten. Siehst du? Oh Gott. Die sind so durch. Ach, ist das... Ich weiß es nicht. Ach ja. Das war ein totaler Zufall. Der Kollege rief mich an, hat gefragt, ja was machst du gerade? Und so, ja, ich bin noch oben bei der Kirche. Und dann sagt der, ja, jemand möchte dein Panto kaufen. Und dann kam die eine, die eben sich bei uns verabschiedet hat. Und am Ende kamen alle. Das war so süß. Ach, der was? Ja, das ist dann hier entstanden. Die sind so süß, ey. Okay, und das waren deine Arbeitskollegen? Nur der eine, der Herr, der hier in der Mitte stand. Okay. Das war, der die ganze Zeit gesungen hat und vorne an den Altar ging. Das war die beste Hochzeit. Das war ja heiß. Danke, dass ihr alle da wart. Danke für dich. Ich bin deine Einladung. Ich habe dich angeladen. Oh, super. Ah, wunderbar. Die sind so durch. Ach, schön. Ich wünsche heute wäre die Stimmung mit mir auch so gewesen. Mit dem MD. Siehst du, jetzt ist die Stimmung hoffentlich wieder oben. Ein bisschen, ja. Die sind so durch. Die sind rausgegangen, glaube ich. Ach, meine Augen. Oder hätte ich im Pool mitwählen können. Aber wir haben einfach die zwei Herren mit reingezogen in die Serie. Aber sie hatten ein bisschen Spaß. Welche Herren reingezogen? Mit hinein. Die zwei in diese... Wunderbare. Wunderbare. Also die Hochzeit fand ich sehr schön. Ich erkläre sie hiermit als legitim. Und jetzt viel Spaß zusammen. Moment mal. Ja, er darf nicht. Aber dann können wir den Rekorden schlagen. Hallo. Ja, dann hier Scheidung passt schon. Es war wirklich wunderbar. Oh, super. Okay, danke schön. Übrigens, kleiner Gag am Rande. Man kann Ehen tatsächlich annullieren, aber da muss man, so traurig es klingt, die Unfähigkeitsbescheinigung des anderen einholen. Bedeutet, der andere darf nicht zurechtungsfähig sein. Ich bin betrunken wie ein Loch. Perfekt, super. Das passt. Nicht legitim. Oh, voll gut. Also ich würde jetzt rüberfahren. Das wäre wunderbar. Habe ich jetzt den Kurs bestanden? Darf ich jetzt ja Predigen halten? Ja, gerne. Beim nächsten Mal freue ich mich drauf. Da sollen aber auch bitte alle mitkommen. Okay. Das wird definitiv wunderbar. Oh, no, no. Sollte man irgendwie aus dem Block heiraten? Das wird eine Katastrophe. Oh Gott. Ihr seid bestimmt die Erste, ihr seid schon verheiratet. 17 Mal, wenn ich sagen darf. 17 Mal, ja. Und wieder geschehen. 17? Heute 17 Mal. Kann mir jetzt noch jemand mit rübernehmen? Möchte jemand nicht laufen? Oh, fände ich wunderbar. Die Braut fährt mit dem Auto. Oh, der ist so süß. Dann laufen wir schon, Rokshi. Rokshi, was machen die anderen beiden? Noch reden oder singen? Ah, okay. Ei, ei, ei. Sehr schön. Gut, wir machen uns auch ab. War schön. Einen wunderbaren Abend. War sehr schön. Ja, wunderschönen Abend noch. Danke gleichfalls. Und immer Hände über die Bettdecke, ne? Ja, absolut. Okay. Und wenn nicht, bitte zur Beichte kommen. Ich will alles wissen. Ja, 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 ja. Oh Gott. Oh, meine Augen. Eieieiei. Was ist das? Hast du eine hübsche Folierung drauf. Ähm, darf ich ganz kurz sagen, wohin? Am besten nur ganz kurz. Ach so, ja, das natürlich, ansonsten fahre ich einfach irgendwo hin. Ja, ciao. Oh, nee. Äh. So. Hast du auf dem Navi? Ja. Okay, wir fahren zum PD. Okay, alles klar. Äh, nee, nee, zum 5. Social Center. Weil, wie gesagt, der Panto ist so gut wie weg. Und, äh, ja. Okay. Und ich hole mir demnächst ein neues Auto. Ah, bin ich froh. Was hast du im Sinn? Ähm, Oracle XS. Ist ein ganz hübsches. Oracle XS. Wie viel kostet der? 14. 17. Mhm. Oh, okay. Genau, deswegen. Ich bin mit meinen 4000. Oh, da war ein Stoppschild. Okay, cool. Okay, okay, cool. Ja, mit deinem, ja, das Auto ist auch richtig hübsch, ne? Was du hast. Ja, fährt sich auch super. Ja. Oder fahren zwei mit. Cool, cool. Äh, äh. Ich wollte mir erstmal ein Elektroauto holen. Ein Surge. Also, so ein günstiges, das Fahrschulauto. Aber dann habe ich gehört, hey, ein Oracle, wie wär's damit? Und dann hab ich gedacht, geil, wer war's? Hast du dich beraten lassen? Ja, 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 beim PDM. Da arbeitet Alessas Freund. Der, äh, Misha. PDM. Hm? Ja, hallo. Ja, hallo. Hallo, Deluxe Motorsports. Da fährt jemand über 50. Oh, ja. Grüß gern. Weil dann hole ich nämlich jetzt gerade mal das große Bum-Bum. und parke das da oben und dann kann ich den Panto da stehen lassen, bis ich den verkauft hab. Und ansonsten, wie läuft's so bei dir? Hm. Ähm, ja, du, ich hab dir ja mal von dem Mädchen erzählt. Ja. Was beim MD arbeitet. Ja. Also, ja, ich habe zwei Dinge rausgefunden. Mhm. Einmal, sie ist vier Jahre älter als ich. Ist doch okay. Finde ich auch. Finde ich auch noch legitim. Ähm, die andere Sache ist, sie ist noch Single. Also. Loadventure. Also dann. Die andere Sache ist. Ja. Eventuell habe ich heute einen negativen Eindruck gemacht. Mit was? Ich bin noch im Dienst und habe Schweigepflicht. Ja. Schön. Ähm. Ich weiß nicht, ob ich dir jemals davon erzählt habe. Ich habe ein bisschen ein Problem mit einer Kollegin von mir. Mit der habe ich schon seit längerem Stress. Mhm. Die denkt, sie wäre, ja, die Beste hier. Soll ich hier rechts parken, oder? Mhm. Fahr ruhig geradeaus. Du kannst vorne an der Kreuzung wenden. Ja, warte mal. Wo genau meinst du? Und hier links. Einmal komplett links. Links, 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 links. Genau. Und da. Das rechts ist unser Faith and Social Center. Park einfach in der Parklücke da vorne. So. Ganz schön. Dann wird ich hier geparkt. Aber du kannst ganz vorne, da steht auch das Auto, das ich mitnehme. Genau. Vor denen hier. Das ist das Auto, was ich mitnehme. Okay. Aber ich lasse immer ein bisschen Platz zu. Alles cool. Dann erzähl. Erstmal. Oder wollen wir zu Hause. Ah, wobei, ich muss denn. Was? Äh, nee, erzähl. Erzähl. Ähm. Kannst du erst mal einen Motor ausbauen. Wir können noch ein bisschen quatschen. Ich muss hier eh noch was umtragen, so nebenbei. Ist alles gut. Ja, ich habe ein bisschen ein Problem eben mit einer Kollegin von mir, weil sie eben denkt, dass alles, was sie sagt, ist richtig. Alles, was andere machen, ist falsch. Und, ähm, und wenn, und sie macht selbst keine Fehler, sondern alle anderen machen Fehler. Und, ja, das ist das Problem. Das war heute auch so ein Problem. Äh, und ich bin, glaube ich, ein bisschen, da war eben sie auch dabei, so eine Mädchen. Und, sagen wir es so, sie hat mich heute ziemlich krass auf die Palme gebracht. Mhm. Mit ihren Aussagen und, ähm. Weil sie besser als du sein wollte? Oder weil sie dich immer nur korrigieren wollte? Nein, darum ging es leider gar nicht dieses Mal. Sondern es ging darum, dass sie eben gesagt hat, dass ich was falsch gemacht hätte. Mhm. Was so nicht stimmt, weil nicht ich habe was falsch gemacht, sie hat zwar auch nichts falsch gemacht, aber das war eine andere Person, die in dem, da was falsch gemacht hat. Aber sie hat halt trotzdem gesagt, ja, dass ich das komplett falsch gemacht habe. Mhm. Und dass die Schuld bei mir liegt. Und dann habe ich halt gesagt, so, ja, sorry, aber ich kann da wirklich nichts dafür. Und das habe ich halt ein bisschen lauter gesagt. Und dann hat sie gesagt, ja, warum brüchst du mich gleich so an? Mhm. Und das führte dann zum Streit zwischen dir und, jetzt muss ich nur überlegen, zwischen dir und der einen Kollegin oder dem, sage ich mal, ich nenne sie jetzt mal die Mädchen. Also du weißt, was ich meine. Ja, zwischen der Kollegin und mir. Okay, gut. Und wie hat sie das dann mitbekommen? Ja, sie stand halt daneben. Ah. Und wie hat sie darauf reagiert? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Sie hat, also ich konnte da jetzt nichts aus ihrer Mimik rauslesen. Mhm. Das ist übel. Ja, dass die Sache ist, wegen ihr hat halt auch schon mal ein Kollege von mir gekündigt, den ich sehr gerne mochte. Mhm. Und ich bin wirklich einfach nur durch mit ihr. Ich versuche ihr sogar jetzt mittlerweile irgendwie so auf sie zuzukommen, indem ich einfach sage, so, ja, du bist die Beste, du bist die Krasseste. Ach, aber ich weiß es nicht. Das funktioniert sogar teilweise jetzt, aber... Vielleicht will sie das ja gar nicht. Also auf Dauer so. Doch, ich glaube, sie will Zuspruch haben. Das definitiv. Ich würde am liebsten fragen, welche Person es sich handelt, aber... Ja, und es ist tatsächlich aber nicht so, dass es nur mir so geht, sondern auch andere Kollegen, sehr viele andere Kollegen haben Probleme mit ihr. Mhm. Aber ich weiß jetzt nicht, ob ich... Ich habe da auch schon mit anderen Kollegen darüber gesprochen. Ich kann allerdings da nicht viel machen. Weil sie ist in einer hohen Position tatsächlich. Sie hat theoretisch auch wirklich Wissen. Also natürlich hat sie mehr Wissen als ich. Das ist klar. Aber wie sie damit umgeht, ist halt einfach... Ja. Bestimmt. Also ist sie eher so eine sehr... Ach. Was soll ich sagen? Eine sehr... Ich würde nicht sagen hochniesige Person, aber ich würde es doch sagen. Ja. Und damit hast du jetzt ein Problem gehabt, das eskalierte dementsprechend und dann führt das dazu, dass du jetzt das Gefühl hast oder die Sorge hast, dass die junge Frau, die das Mädchen oder was auch mal, jetzt schlecht von dir denkt. Ich denke. Wie wäre es, wenn du sie einfach mal grundsätzlich darauf ansprichst? Also wenn ihr einfach so drüber redet, dass... Ja, dass du da... Einfach mal mit ihr überhaupt reden, weil vielleicht hat sie es ja gar nicht übergenommen. Vielleicht hat sie sich gedacht, meine Güte, die sollen nicht mit ihm so rumspringen. Also ganz blöd gedacht. Ich weiß halt nicht, ob ich das einfach so tun kann, weil... Zum einen ist es halt so, dass ich wirklich nicht noch weitere Leute reinziehen möchte in diesen Konflikt mit ihr. Das letzte Mal eben, als da jemand mit reingezogen wurde, ist der gegangen irgendwann. Und die andere Sache ist eben, ja, wie soll ich das ansprechen? Soll ich einfach sagen, also ja, hast du das gest... Also hast du das denn mitbekommen mit dem Streit von der Person und mir? Wie hast du dir aufgefasst, die Situation? Ich würde eher persönlich auf der emotionalen Schiene denken. Ich würde sowas sagen wie, ja, irgendwie fühle ich mich nicht so... Fühle ich mich ein bisschen schlecht, weil ich die eingemeckert habe oder so. Kannst du ja sowas in dir... Je nachdem, was dir durch den Kopf geht. Ich würde es eher auf der emotionalen Schiene machen. Und dann... Ja, okay. Und dann würde sie dann vielleicht sagen, würde sie das kommentieren wahrscheinlich mit... Ja, oder das war nicht unfair oder... Oh, ja, verstehe ich. Ja, das kann mal passieren. Je nachdem. Da kannst du zumindest anhand ihrer Reaktion merken, wie sie das wahrgenommen hat. Das wäre ja schon mal viel wert, weil dann weißt du, ob sie dich jetzt negativ angenommen hat oder... Positiv. Oder, keine Ahnung, oder ob sie die Situation verstanden hat, deine Reaktion verstanden hat oder wie auch immer. Ja, stimmt. Also ich kann sie so versuchen, ein bisschen zu... Ja, auf das Thema zu bringen. Ja, ob sie... Also... Ja, ich schaue da nochmal. Das kriege ich schon irgendwie hin. Ja, eben. Und da würde ich mich auch nicht entmutigen lassen, weil... Meine Güte, jeder hat mal einen schlechten Tag. Ja, ja, ja. Ich mache mir halt nur Sorgen, dass das jetzt... Also ich... Dass das halt so weitergeht mit dir und... Ich will mich... Ich lasse mich halt auch langsam so von... Also ich habe dir erzählt, dass ein Kollege von mir eben deswegen schon gegangen ist und... Ich mache mir gerade Sorgen, dass es mit dem Next-Projekt auch schon so gehen wird, weil... Dass du gehen willst. Ja. Aber das scheint ja... Scheint ja ein richtig großes Problem zu sein. Ähm, habt ihr da schon mal mit, ähm... Keine Ahnung... Ihren Vorgesetzten gesprochen? Oder habt ihr das irgendwie mal... Ja, klar. Klar, ja. Und? Was ist draus geworden? Sie wollten sie drauf ansprechen, aber... Ich habe davon bisher noch nichts gemerkt. Hm. Da scheint ja was grundlegend schief zu laufen, also... Und das dann nicht gesprochen... Also wie lange ist das her? Wann wollten sie mit ihr sprechen? Ist schon... Locker... Einen Monat, ja. Hm. Na gut, dann ist ja anscheinend noch nicht viel passiert. Ja. Ja, das ist halt... Das geht halt nicht. Ja, die Sache ist halt... Es sind halt mal so gute und schlechte Wochen quasi. Mhm. Äh, ja genau, aber das ist... Also ich sag mal so, äh... Trotz alledem ist das ja kein Grund oder keine Möglichkeit zu sagen, ja... Aber dann, ähm... Bin ich halt mal gemein an einigen Tagen, an einigen Tagen nicht. Und... Weißt du, was ich meine? Ja, das ist klar. Und deswegen, ähm... Das ist so... Also so ein grundlegendes... Es geht ja um Arbeitsatmosphäre, weißt du? Und die Arbeitsatmosphäre scheint ja kaputt zu sein. Sie scheint ja so kaputt zu sein, dass ja sogar Leute kündigen. Und dann wird es schwierig. Und dann bin ich auch der Meinung, da muss man auch eine Reißleine ziehen. Ja, also ich habe auch, äh... Es ist nicht so, dass ich... Also ich komme mit allen Kollegen wirklich super gut klar. Ich mag die alle. Die sind alle super nett. Ja. Aber... Dann kommt ja die Person und die zerstört halt dann irgendwie wieder die Stimmung ein bisschen. Mhm. Ja, verstehe ich auch. Ich hätte auch keine Lust, mit so jemandem zusammenzuarbeiten. Ja. Und das, das... Also, weißt du, ich meine, ich hätte jetzt hier so ein kleines Beispiel. Du siehst ja, wie gut die Arbeitsatmosphäre bei uns ist. Du siehst ja, die Leute gehen in die Kirche, die machen ihren Quatsch. Ich schimpfe niemanden aus, sag nicht, das darfst du nicht oder was auch immer. Ja, sondern wir haben einfach Spaß, ja. Und darum geht es ja am Ende des Tages. Wir müssen ja Spaß bei dem haben, was wir tun. Und das würde mir halt sehr leid tun, wenn du... Wenn dir so eine Person halt wirklich alles kaputt macht, sage ich mal, ne? Und das Schlimme daran ist eigentlich, dass sie mir leidtut, weil ich will ja nicht, dass... Also, selbst wenn ich mich jetzt melde, weil irgendjemand mich beschwere, ich möchte ja nicht, dass sie irgendwie kündigt wird oder sowas. Und generell, ich glaube, sie ist sich selbst nicht bewusst, dass sie so ist. Und wenn sie dann jemand darauf hinweist, klar, dann ist das vielleicht so, ja, ein Schock für sie. Und ich will das auch irgendwie nicht. Das ist aber alles schwierig zu erklären. Also, das Schlimme ist, ich kann mir sogar fast schon vorstellen, wen du meinst, weil ich kenne jemanden, die auch ein relativ hohes Tier ist, eben, ähm, MD. Äh, Haarfarbe? Boah, da müsste ich jetzt raten, was hatte sie als letztes? Okay, ne, die hat immer die gleiche Haarfarbe, was sie hat. Ich weiß nicht, ob sie sie gewechselt hat. Ähm, ich müsste jetzt lügen. Ich hab's nicht mehr im Kopf. Oder ich frag mal so, ist sie Sängerin? Nein, 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 nein. Okay, dann der andere Anträge ist es. Haben wir eine Sängerin irgendwie? Ähm, weiß nicht, vielleicht arbeitet sie dort einfach auch nicht mehr. Das kann ich dir gerade spontan nicht sagen. Gleich gesagt, keine Ahnung, also, dass ich weiß, dass sie eine Sängerin ist. Ah, warte, ah, doch, ich weiß. Also, eine Sängerin kenn ich, aber die ist ja super nett, also. Okay, nee, dann ist es, äh, also, genau, dann sprechen wir wahrscheinlich auch nicht mal über die gleiche Sängerin. Nee, ich, äh, kenne nur eine Person, die soll dann nicht so angenehm sein, aber keine Ahnung, wer das sein soll. Okay. Ähm, ich hab ihren Namen auch nicht im Kopf, ich hab mal nur eine Person kennengelernt, die hat gesagt, sie wäre, sie würde auch singen, aber vielleicht hat sie mich ja nur verarscht, weißt du, ne? Das kann halt auch sein. Ähm, wollte, also, die war mir sehr unsympathisch. Ähm, aber die, die du wahrscheinlich meinst, du meinst Bonnie, ne? Ja, 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 aber die ist super nett. Ja, Bonnie ist super, Bonnie ist 1A. Ja. Ja, ich mag sie richtig. Ähm, ja. Deswegen, die arbeiten, ich arbeite mit ihr ja bei Weasel News. Ja. Äh, genau. Daher, die kenne ich. Ähm, ja, ne, aber das scheint ja echt ein großes Problem zu sein bei euch. Nein, es ist jetzt kein großes Problem, es ist eigentlich ein großes Problem von mir eigentlich nur. Ach so, echt? Ja, es ist nur ein Problem mit mir eigentlich. Aber warum denn nur mit dir? Ja, weil anscheinend mir das als einziger so auffällt. Hm. Hm, 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 hm. Wie kommst du damit im Moment zurecht? Also. Ja, es ist halt so, ähm, sie hat ja auch ihre guten Momente. Hm. Und. Ich komm schon damit klar, es ist jetzt nicht so, dass die, die Stimmung deswegen komplett im Eimer ist. Heute war das ja, also meine Stimmung heute war jetzt nicht nur wegen ihr im Eimer, das war jetzt auch nur so eine, wie gesagt, mir ist das halt aufgefallen, dass ich währenddessen halt, dass sie mich auf die Palme gebracht hat und dass das eben dem Mädchen auch aufgefallen ist, aber das ist jetzt nichts, was meine Stimmung, meine Stimmung runtergedrückt hat heute eben der gewisser Vorfall, wo ich halt einfach in den Stich gelassen wurde und das ist das, was mich heute. Also, ich möchte dir nur sagen und, äh, einfach deswegen, weil viele das nicht wissen, du weißt, ähm, dass wenn ich im Dienst bin und, aber das gilt auch sonst, wenn du mir interner sagen solltest oder sagst, dann muss ich so oder so die Klappe halten. Niemand wird erfahren, dass du jemals interner ausgeplaudert hast. Sag ich dir nur, falls du mir irgendwas erzählen willst. Ähm, wenn ich das sage, dann bin ich echt am Arsch. Sag ich dir so unter uns. Ja, aber wenn ich das sage, wenn ich auch am Arsch bin, kriege ich auch lebenslänglich. Ja, von wem denn? Wenn das, wenn ich das niemandem sagen darf? Ja, wenn du es aber jemand, wenn du es irgendwie außersehen oder irgendwie jemand sagen solltest. Ich schweige wie ein Grab. Glaub mir, ich habe so viele, ich habe so viel schon gehört. Ja, ja, ja. Das ist bei dir, das ist ein Witz. Boah, okay. Ich meine das wirklich. Ich meine das wirklich. Also, das... Dann gehört, dass jemand umgebracht hat. Ach, das ist viel wildere Geschichten. Noch wilder. Ja, viel wildere Geschichten. Deswegen, also, ähm, deswegen sage ich dir, also die Leute kommen zu mir, weil sie eben so etwas erzählen wollen. Du hast, wie gesagt, meinerseits alle Freiheiten der Welt. Ich halte die Klappe und ich bin sehr diskret. Mit allen Infos. Nur, damit du es weißt. Ähm, ich mache den Job jetzt auch schon ein bisschen hier auf der Insel, aber ich habe ihn ja sonst auch einmal gemacht. Ich weiß, dass man die Fresse halten sollte, wenn jemand einem so etwas erzählt, weil, wenn ich so etwas erzähle, bricht jegliches Vertrauen in mich ein und dann kann ich meinen Job direkt canceln. Aber, Klammer zu, ich will dich zu nichts zwingen. Ähm, ich will dir nur das Angebot machen. Grundsätzlich ist es aber so, ähm, also die Kollegin scheint ja ein Dauerproblem zu sein. Ähm, was manchmal bei so Leuten hilft, ich kann sie null einschätzen. Vielleicht hilft es ja einfach, sich mit ihr mal anständig auszusprechen und ihr auch zu sagen oder ihr auch mal zu reflektieren. Du hör mal zu, ich habe manchmal das Gefühl, dass, ähm, du, keine Ahnung, dass du sehr eifrig bist. Ja, so irgendwie schöne Wörter dafür finden. Und ich habe das Gefühl, dass, ähm, ich hatte so das Gefühl beim letzten Mal, dass du mich ein bisschen unterbuttern würdest und das fand, da war ich traurig und so weiter. So, und dann kann man ja, und dann löst man vielleicht so Missverständnisse, weil vielleicht meinst du das gar nicht so. Ja, ja, also das, das, da gab es wieder so einen Haare-Moment letztens, ähm, ich wollte sie darauf ansprechen. Ähm, das war nämlich so, ja, äh, ich habe mich mit Kollegen unterhalten, äh, und die stand da auch dabei. Und, ja, wir sind halt zum Spaß drauf gekommen, so, ja, und so, und, ja, wir haben ja alle untereinander irgendwie internen Krieg und so. Und, ähm, ja, und, ja, geh einfach zu einer Person hin und sag ihr, dass sie Scheiße gebaut hat. Und dann habe ich halt so gesagt, so, ja, Emma, komm mal, ich sag dir mal was. Und dann, und dann hat sie so, ja, witzig. Mhm. Obwohl ich eigentlich wirklich ihr sagen wollte, dass, ja, was ist. Aber, ja, sie hat das anscheinend als Scherz aufgefasst. Ah. Ah. Emma? Dumme Frage. Nein, das kann sie nicht sein. Emma von Genki doch nicht, oder? Welche Emma von Genki? Die gerne Mochis ist. Wieso kann sie es nicht sein? Ist sie es? Hat sie so eine Piepse-Stimme so ein bisschen? Äh, Piepse-Stimme jetzt nicht, nein. Okay, gut, dann never mind, weil ich habe jetzt bei Emma schrillen mir immer die Alarmglücken wegen, ja. Ähm, ja, eventuell, aber. Eventuell? Aber sie hat halt keine schrille Stimme, deswegen bin ich gerade irritiert. Achso, achso, ich habe so eine Erinnerung, dass sie immer so ein bisschen lauter, ein bisschen höher spricht. Nee. Aber. Aber du meinst, ich habe eine, nee, okay, keine Ahnung. Die ist super sympathisch, ich, also so ein bisschen, was ich von ihr erlebt habe, ist super sympathisch. Nee, ich, ich glaube nicht, dass sie das ist. Okay, gut. Ich glaube nicht, dass sie das ist. Nee, weil die ist, äh. Also, wir haben auch eine, ja, im G, aber die bestimmt nicht. Ja, ja, gut. Ja, das ist dann umso schwieriger, ähm, wenn ich mir das anhöre. Ich überlege mir halt persönlich, wie man bei sowas rauskommt, aber vielleicht kann man wirklich mal ernsthaft mit dir, weißt du, weil, ich sag mal so, äh, es kann sein, dass eure Charaktere sich halt auch gar nicht vertragen, und es ist nicht negativ gemeint, ich komme auch nicht mit dir dann klar. Ja, und vielleicht ist es halt so, dass du, äh, mit, also, dass ihr beide irgendwie miteinander gerade so, ich sag mal, mit so, äh, aneinander stößt, weißt du. Und da ist eigentlich so ein Gespräch immer ganz nett, weil man sich, äh, kennenlernt, in Anführungsstrichen, also kennenlernen im Sinne von, dass man so ein bisschen versteht, ah, okay, das meint der und so weiter, und dann hat man so ein gewisses Gefühl für den anderen und das verbindet halt auch. Und das löst so Spannungen gerne auf. Das stimmt schon, also, ich glaube nicht, dass, dass sich unsere Charaktere gut vertragen, weil es einfach so ist, dass sie, ist halt, sie ist halt so, vom Charakter her, dass sie einfach nicht Verantwortung für ihr Verhalten übernehmen will. Und ich finde halt, sie, Menschen sollten zu ihren Fehlen stehen und auch halt dann für Verantwortung weiterführen kann. Aber jetzt, jetzt mal eine ganz dumme Frage, sie hat eine hohe Position im MD. Nicht unbedingt hohe Position, das stimmt jetzt nicht. Achso, okay, gut. Nicht hohe Position, aber einfach wahrscheinlich höher als meine. Achso, ja, gut, okay. Wenn sie höher als du steht, ist ja in Ordnung. Ähm, aber trotzdem, ich habe jetzt gedacht, das wäre jetzt irgendwie eine sehr hohe Position. Nein, 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 nein. Ja, weil dann, dann würde ich nochmal, äh, das Gespräch mit der, äh, Chefetage suchen. Und da würde ich nochmal sagen, hier, es gibt hier und da so, ähm, Probleme, die tauchen nun mal auf. Und ich würde mich sehr, sehr gerne, ähm, da nochmal, also, sag einfach, ihr braucht eine Mediation, also, ihr braucht ein Klärungsgespräch und da sollte jemand Drittes dabei sein, damit man sich nicht ständig in den Haaren legt. Also, also, ich sag mal so, Verkaufs der Führung so, oder den Vorgesetzten so, dass du aktiv mit ihr das Gespräch suchen willst, weil du das Gefühl hast, dass die, dass ihr einfach euch nicht miteinander könnt und ihr wollt einfach, also, du willst einfach gucken, dass zumindest der Dienst gut funktioniert. So, so, so würde ich es angehen, weil dann kannst du nie falsch, damit, sowas kannst du nie falsch liegen, weil das ist immer so, ja, ich habe ein Problem, mit ihr, ich würde es aber gerne klären, denn ich möchte gerne, dass wir hier alle arbeiten können. Ja, aber wie soll ich die Situation denn erklären? Also, zum Beispiel jetzt die Situation heute, kann ich ja irgendwie schlecht sagen, also, ja, er hat mich auf die Palme gebracht, also, mit jedem Fall. Ja, nee, dann sagst du halt auch ehrlich, ja, ich bin da einfach ein bisschen laut geworden und es tut mir auch leid und dementsprechend möchte ich gerne ein bisschen klären, das Gespräch haben, denn ich habe, mich haben ein, zwei Dinge geärgert, weswegen ich laut wurde und ich möchte nicht, dass es nochmals sowas vorkommt, deswegen will ich einfach ein Gespräch zu dritt, zu viert, whatever haben. Einfach nur, damit sich das klären kann. So würde ich es machen, wenn ich in deiner Position wäre, wenn noch nichts geschehen ist. Einfach, weißt du, weil dann hast du alles versucht und wenn die, wenn die das zum Beispiel dann nicht einsehen will, ja, dann bist du immer auf der sicheren Seite. Weil, wenn sie dann sagt, ja, aber das stimmt doch gar nicht und bla und blubber und hier und dies und jenes, dann heißt das einfach, ja, aber sie sieht es ja nicht ein und das ist halt das Problem gerade. Und damit habe ich manchmal ein Problem, weil ich gerne möchte, dass meine Seite gehört wird. So, wäre mein Tipp. Okay, ja, ja. Ja, also so, ich weiß nicht, ob dir das weiterhilft, aber so als Gedankengang, so würde ich es. Ja, ich wurde auch schon letztens eigentlich angesprochen drauf, dass, wenn ich irgendwie Probleme habe, dass ich mich dann eben an eine Person wenden kann, die, glaube ich, sehr viel Einfluss hat. Werde ich vielleicht auch machen, aber wie gesagt, ich will ihr ja eigentlich nichts, auch nichts Schlechtes. Also ich, sie hat ja, sie ist ja eigentlich wirklich, also sie hat, sie ist wirklich klug und hat eigentlich schon eine sehr gute Begabung, aber dass sie halt einfach andere quasi herabsetzt, das geht einfach nicht. Und darum geht es ja, du willst ja nur, so würde ich auch, so denke ich, also so schätze ich dich auch ein, du willst eine gute Arbeitsatmosphäre haben und du möchtest gerne weiterhin ins MD gehen. Und das bedeutet letztendlich, dass sich jemand drum kümmern muss, dass das Verhältnis weiterhin gut bleibt im MD. Weil ihr könnt doch nicht, also jetzt mal ganz doof, ja, egal was passiert, am Ende des Tages ist es immer so, sie wird sich mit irgendjemandem in die Haare bekommen und dann wird die Person gehen, weil sie sich nicht mit ihr versteht. Das ist ja jetzt schon einmal passiert. Und im Zweifelsfall bist du das dann. Und damit ist niemandem geholfen. Und du musst ja nicht sagen, ja, wegen ihr gehen Leute, sondern du sagst einfach ganz einfach, dass du ein Problem siehst, dass ihr euch nicht versteht und dann löst sich sowas gegebenenfalls. Du musst sie ja nicht angreifen. Du kannst einfach sagen, es kann auch an mir liegen. Alles gut. Ich weiß es nicht. Aber deswegen will ich das klärende Gespräch haben. Und damit haust du niemanden in die Pfanne. Niemals. Schlimmstenfalls haut sie sich selbst in die Pfanne. Aber das wäre dann auch ihr Fehler. Damit hast du ja nichts zu tun. Da hast du recht, ja. Also, ja. Gott fest, am Ende bin ich mit ihr zusammen. Hey, ja. Ja, schön. In Wirklichkeit, in Wirklichkeit ist sie in dich verknallt und ist deswegen so sauer, meinst du? Oh Gott, stell dir das mal vor. Ja, so stelle ich mir das vor. Ach du meine Güte. Ach du meine Güte. Ja, nee, aber probier das so. Vielleicht hilft dir das weiter. Nee, ich weiß, die schwärmen schon die ganze Zeit von denen mit anderen. Also. Wer? Die Person. Ah, okay. Von wem denn? Von dem PD-Officer. Ach Gott, schon wieder so eine MDP-Sache oder was? Ja, ja, ja. Ja, 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 kennt man ja. Mhm. Immer die Behörden untereinander. Dann gibt es ganz viele Behördenkinder. Ja, und dann sehen sie sich nicht, weil sie sowieso immer... Mhm. Und dann scheitert die irgendwann und dann... Ja, ja. Und dann bricht die ganze Welt wieder zusammen. Genau. Ach Gott, meine Güte. Immer derselbe Scheiß. Ja. Übrigens ein paar Leute von uns sind jetzt auch ins Pidi gegangen. Ah, übrigens hast du irgendwie einen Energy-Track oder sowas. Boah, ich kann dir drinnen einen Kaffee anbieten. Wenn du willst... Boah, das wäre super. Lass uns hochgehen. Ja, äh, mein... Ich habe ja gesagt, ein Kollege von mir ist gegangen. Der ist jetzt auch zum Pidi. Ja, ja, gut. Das ist auch so ein Ding. Hier rechts, hier rechts. Das Pidi ist halt echt ums Eck von uns aus gesehen. Ich weiß auch nicht, was die alle da hinzieht zum Pidi. Ach du. Ich... Ich sage immer, MD ist der undankbarste Job, den man machen kann. Ja, und FD muss man auch sagen. Ja. Wobei das FD und das MD haben ja mal weites Leben gerettet. FD auch? Ja, ja, die haben mich rausgestimmt. Ach so, stimmt. Ja, ja, richtig. Richtig. Äh, warte mal, hier ist nix. Äh, ich habe... Wo war doch... Ja, dann hier wieder nicht... Ach Gott. Gehen wir das gleich... Ach, guck mal. Weißt du was? Ich mache uns mal frischen. Ich bin auch schon müde. Bleibst du denn eigentlich noch hier im Dienst, oder? Nee, nee. Ich fahre gleich... ...auch mit heim. Okay. Ich parke jetzt gerade nur... Ich weiß nicht, ob du es gehört hast. Wir sollen im Moment eher so ein bisschen ums Eck parken. Bei uns. Vielleicht hast du es schon mitbekommen. Also nicht direkt bei uns auf den Parkplätzen. Wieso? Ähm, mein Panto zum Beispiel wurde einfach weggeschoben, mitten auf die Straße. Und... Ja, das war dann sehr unangenehm, weil die Leute dann nicht mehr aus den Parkplätzen konnten. Ah, ja, okay. Das ist natürlich dramatisch. So, ja, bitte einmal einen Kaffee. Ich danke. Ohne Kaffee kann man nicht kämpfen. Ja. So, machen wir den Lachs zu. Soli... Sowohl, lass dir schmecken. Mh, boah. Ja, ein frischer Kaffee. Der ist super. Richtig. Ja, wir haben hier auch eine Kleiderkammer und so. Kennst du das alle schon? Ich... Hier? Hier war ich tatsächlich noch nie. Ah, okay, krass. Ja, das ist... Also, grundsätzlich ist es so, ich kann dir mal was zeigen. Ähm... Und hier hinten haben wir noch eine Kleiderkammer. Das heißt, wenn Leute beispielsweise sich mal... Ja, mal nicht können. Da kommt es gerade rein. Ich kann dir das mal nochmal zeigen. Hier haben wir halt so eine größere Kleiderkammer hier. Äh, hier zum Beispiel siehst du die Sachen für die Männer. Kannst ruhig gerne mal herkommen, alles cool. Äh, hier siehst du zum Beispiel die Sachen für die Männer. Da haben wir halt immer so ein bisschen Ersatzkleidung. Ähm... Wenn Leute mal nichts haben. Ja, nehmt ihr auch Kleidungsspenden entgegen? Äh, grundsätzlich ja. Aber bei uns ist das Problem, du siehst, es ist sehr voll. Und wir müssen gucken, dass wir die erstmal auch loswerden. Aber grundsätzlich ja, Kleidungsspenden, ja. Ja, weil ich hab ja noch ein bisschen so Kleidung in meinem Kleiderschrank. Hast du bestimmt auch gesehen, die ich eigentlich so gar nicht anziehe. Dito bei mir auch. Ja, die würde ich gerne loswerden. Und ich hab ehrlich gesagt keine Ahnung, woher ich die hinbringen soll. Ja, hierher einfach. Wir machen mal einen Rucksack voll. Kannst du mir ja mal einen Rucksack packen oder so? Ja, das stimmt. Das können wir mal machen. Und dann bringe ich die hier rüber. Wir haben hier auch noch Frauensachen, ne? Das war der andere Schrank. Aber bei den Männersachen kennen wir uns. Okay, super. Dann greife ich da zu. Läufst du dann bald im rosa Tütü rum? Ja. Oh, wundervoll. Passt zu dir. Weißt du, was wir letztens in dem DIT durchgesprochen haben? Ich finde, wir brauchen Cheerleader. Ja. Ach, Cheerleader sind so auf Leitstellen rumtanzend. Ja, ich hatte letztens Cheerleader in der Kirche. Echt? Mhm. Die waren etwas leicht bekleidet. Cheerleader oder? Sagen wir es mal so, die kommen aus Etablissements. Ja. Das ist sehr mutig. Ein Unicorn? Ja, höchstwahrscheinlich. Das Lustige war, das war ein Videodreh, Musikvideodreh. Und tatsächlich, ja, wusste ich nicht so ganz genau, dass die so leicht bekleidet sind. Ja, war okay. Ist okay. Dann hattest du dann schon unpriesterliche Gedanken. Nee, nicht so ganz. Ich habe dann einfach weggeguckt. Okay, so wie es sich gehört. Ja, genau. Weißt du was, wollen wir uns zu Hause treffen gleich? Ja, machen wir. Ich fahre das Auto schnell rüber. So, dann haben wir den Panto innerhalb von ein paar Minuten verkauft. 3000. Pass. Ich finde cool, dass Gigi dann direkt sagt, guck mal gleich über Freunde und dass man die gleich für 3000 wegbekommen kann, direkt lackieren, ist mir egal. Für 3000 machen wir das. Und ja, jetzt haben wir Kontakt zu SafeSign. Juhu! Und auch mit Scarlett zusammen. Oh Gott. Schon etwas müde. Mit Scarlett zusammen haben wir ja auch nochmal gute Kontakte. Ja, so ein schönes Auto kaufen. Wenn der Panto weg ist, ist der Panto weg. Ich will mich gar nicht drüber beschweren. Deswegen ziehe ich jetzt gerade das Auto rüber. Nur dann kann ich eben mit dem großen fahren. Und gewinnt demnächst ein schönes Auto. Wie gesagt, ich glaube, es wird der Oracle XS werden. Oh, flottender Wegselt, Junge. Schleifchnik. Hmm. Um. Genau. So. Wissen wir auf jeden Fall, dass er hier steht und nicht wegkommt. Oh, das Fahrrad ist sogar weg, perfekt. Oh man, Haru. Tut mir so leid. Ach ja. So, ab geht's. Ihr hättet mir so, wie die abgehauen ist, Alter. Mitarbeiter. John. Ach gut. Sieben. Ja, das geht schon klar. Aha. Damit können wir wieder was anfallen. Dann ist das kleine Ding endlich weg. Ach, ich bin kein Panto-Liebhaber. Nö, nö. Ich bin so gespannt, wie sich das zwischen Scarlett und ihm entwickelt. Ja, ist okay. Fahr doch einfach, Arschloch. Biddy. Oh Mann. Schön. Schön mal wieder so lang hier unterwegs zu sein. Und jetzt, also ich hab heute doch gemeckert. Äh, weiß ich nicht. Aber jetzt im Nachhinein. Jetzt kam doch mal richtig RP rein. Gerade auch das mit Haru, das stärkt nochmal die Bindung und so. und ja. Der Panto. Süß. Ui, da geht aber viel kaputt. Tja. Oracle XS sollte es glaube ich sein, ne? Wir gucken auch, was es dann noch so gibt. Ja. So, da bin ich. Huch? Ja, huch. Wie bin ich vor dir da gewesen, obwohl du? Äh, ich hab bei der Kirche geparkt. Ich bin grad noch den Weg gelaufen. Ah. Ah, okay. Genau, genau. Einfach nur damit jeder weiß, wo das Auto ist, wenn man es sucht. Und genau. Ähm, wegen einfach, also wenn der Bison hier irgendwas versperrt, dann kommt niemand mehr raus. Niemand mit dem Fahrrad. Ich hab gerade noch geparkt, dass es kein Problem gibt. Ich muss halt die Treppe irgendwie hochfahren oder so. Keine Ahnung, kriegen wir schnell. Los geht's, hoch da. Sehr schön. Nee. Sprungrampe bauen oder dann. Okay. Du hast Fantasie, ne? Ach ja. Ach, ich leg mich mal an. Ich setze mich mal an. Ja. Ach. Ja. Ach. 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 Ich freu mich, wenn ich demnächst ein neues Auto hab, ey. Ja, für mich kommt jetzt demnächst kein neues Auto in Frage. Was als nächstes? Die Eigentumswohnung? Ja, also Eigentumswohnung nicht, aber eine neue Wohnung eher. Ja. Ja, ich hab tatsächlich heute, also ich hab ja das Gespräch mit Dynasty gehabt, ne? Hast, hab ich ja erzählt. Und dann hab ich heute noch mal eine Mail hingeschickt und direkt eine Antwort bekommen. Tut mir leid, in ihrer Preiskategorie gibt's nichts. Welche hast du angegeben? 200 oder? 10 bis 50 hab ich tatsächlich angegeben. Wie 10 bis 50 Dollar? Ja. Hab ich einfach mal angegeben. 10 bis 50 Dollar? Ja. Ähm. Da müsste doch ein Zimmer-Apartment oder so sein. Ja. Also ich hab's mir mal rausgeschrieben, was da alles reingehört grundsätzlich, ja? Ja, klar. Und was gehörte da rein? Da gehörte rein, ähm, das Einzimmer-Apartment, das Urban Classic, das 90s Modern, 70s Country, Standard und Homely. Mhm. So. Ich hab davon... Die haben gesagt nur... Haben wir nix. Also... Wobei ich muss einen anhängen, ähm, ich hab außerhalb der Stadt gesucht, ne? Also... Und da ist wirklich nichts. Also egal wo... Ja, ja, ja. Außerhalb der Stadt findest du sowieso sehr schwierig, nur du machst gerade. Also... Was ist zum Weinen? Blockhaus, glaube ich, sollte in deiner Nähe sein. Da hätte ich tatsächlich auch Lust hin. Mhm. Lass doch zwei Personen ein Blockhaus holen. Ja, wie viel kostet's? Ähm... 500? Ne, 365 für zwei Personen. Ah, sehr schön. Ja. Äh... Ja, 100... Warte... 365 durch zwei. Mhm. Ja, das ist halt schon krass, ne? Also da irgendwas... 182. Dollar für jeden. Krass. Werbe-Outland. Ja. Ja. Und hast du dir schon mal angeguckt, wie die aussieht? Das Blockhaus? Ja. Ja, ja, das ist richtig hübsch. Ja. Das Blockhaus, das fühle ich voll. Also das Ding ist halt, für mich käme halt alles in Frage eigentlich, was du in der äh... Grund... Ja. Grundförderung drin ist. Ja, gut. Ich bin halt, ähm, nicht immer unterwegs, weißt du. Das ist halt so das Problem. Und deswegen will ich lieber ein bisschen Puffer haben, dass ich nicht irgendwann mal, ja... mir die Wohnung nicht leisten kann. Ja, aber das Ding ist zum Beispiel, Blockhaus, wenn wir das zu zweit machen würden, dann hätte ich tatsächlich, wenn ich da die Miete übernehmen würde, dann gäbe es ja das Problem nicht. Ja, wobei, wenn du dann wieder Dauerauftrag hast, dann gibt es schon wieder ein Problem. Ja, hast schon recht. Ne. Stimmt schon. Ne, wenn ich einen Dauerauftrag mache, geht das ja. Ne. Was meinst du, weil das dann einfach abbricht irgendwann? Ne, äh, wenn... Ja, also, ne, ne. Ne, das wäre ja so, ähm, das... Also, wie... Man verliert ja die Wohnung nicht, weißt du, was ich meine? Ja, genau. Genau. Das wäre ja, das wäre ja zum Beispiel schon möglich. Mhm. Also dann, wenn ich zum Beispiel dann irgendwie nicht mehr so viel Geld auf der Kasse, äh, auf der Grundkante habe, dann, ähm, bucht es bei mir halt nicht mehr ab. Aber du bezahlst ja weiter und deswegen ist es ja nicht futsch. Ja, weil ich sag's mal so, für mich wäre das jetzt kein Problem. Ja, gut. Das glaube ich. Also... Da hab ich auch noch genug vor für die nächsten Monate, dass ich da quasi nicht, äh, in irgendwie Probleme kommen könnte. Ja. Wenn ich da mal gar nichts machen würde. Ja. Ja. Mal eine ganz dumme Frage. Ja. Also wirklich eine ganz dumme Frage. Ähm, nein, das ist eigentlich gar keine dumme Frage. Ähm, ich wollte dich fragen, wäre es theoretisch möglich? Also, ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, wie das, äh, klappt. Ob ich mir, ähm, ein bisschen Geld von dir leihen könnte, damit ich mir den Wagen holen kann. Ich bezahl dir das relativ schnell ab. Äh, einfach nur, damit ich das Auto schon bestellen könnte, theoretisch. Wie viel sind das? Wie viel hast du? Ich müsste nochmal nachrichten, aber ich glaube, es waren 2000. Das kann ich dir auch schenken, wenn du willst. Alles gut. Ja. Ich, ich wollte vorhin, äh, bei der Kirche sowieso in Felsen Social ein paar tausend schenken. Ja, dann kannst du es mir geben. Spenden. Ja. Nee. Weil Geld spielt für mich im Leben nicht so eine große Rolle. Also... Ja, bei mir... Ich will eine schöne Wohnung, sonst, ja. Ja. Ja, ich stimme dir zu. Bei mir ist es genauso. Bei mir ist es halt nur so, ich brauche irgendeinen fahrbaren Untersatz demnächst, wenn das Auto weg ist. Und so, ich habe mir schon so ein, zwei Sachen überlegt, wo ich halt zumindest etwas habe, wo ich sagen kann, ich habe etwas für die Zukunft, weißt du. So, dass ich mich nicht in zwei Monaten beklage, oh, ist das Auto langsam. Und deswegen war da so die Idee, ich frage dich vielleicht nach einer Leihe und dann zahle ich dir das nach und nach dann zurück, dann erhöhe ich einfach den Betrag bei dem. Weißt du was, wenn es wirklich 2.000 Dollar sind nur, ich schenke dir die einfach, weil das nehme ich dann so quasi als Beratungs Geld für meine psychologische Stunde finde ich fair, weil zum Beispiel wenn ich mich im MD beraten lassen würde von einem Psychologen, das wird dann auch irgendwann auf denselben Preis laufen. Krass. Und dann, du weißt doch, ich verlange dafür kein Geld. Erstens, weil wir hier zusammen wohnen und zweitens, weil ich einfach froh bin. Ich weiß, aber dann können wir uns gegenseitig so gefallen tun. Ja, okay, gut. Dann nehme ich das Geschenk sehr gerne an. Ich werde nochmal genau schauen, wie viel ich genau brauche. Das werde ich wahrscheinlich die nächsten Tage wissen, wenn ich das Auto verkauft habe. Und dann gucken wir dann, dass wir das machen. Also, wenn es so im Bereich zu 3.000 Euro ist, dann kann ich das gerne schenken. Lieb. Sagen wir es so, wenn es so an die 5.000 geht, dann wird es schon schwierig. Nein, nein, definitiv nicht. Definitiv nicht. Also, ich glaube es sind 2.000. Also, wenn ich so überlege. Aha, aha. Komme ich jetzt einen 3er? Aha. Ja, das werden 2.000 sein. Locker. Also, ja. Ich sage es immer ganz trocken. 1.000 Dollar ist für mich vielleicht ein Tag arbeiten. 1.000 Dollar ist für mich 3 Tage. Okay. Das ist halt... Ich meine, ey, ich mache jetzt mal kein Geheimnis draus, das bleibt ja eh unter uns. Du musst es mir nicht verraten, aber ich kann es dir von meiner Seite aus verraten. Ich verdiene 40 Dollar in der Stunde. Die Stunde? Ja. Okay. Und? Ja. Ich verdiene 100 Dollar die schon. Ja. Ja. Das musst du mir mal überlegen. Alessa hat mir vor kurzem auch gesagt, sie verdienen 60 Dollar in der Stunde als Lehrling bei McGill. Mhm. Ich fühle mich halt so verarscht. Oh Gott. Ich verdiene halt gar nichts. Oh nein. Ich verdiene bei Weasel News mehr. Und ich wusste doch was sagen. Ich verdiene die 100 Dollar. Ich bin ja auch noch unterste Stufe, ne? Ja. Also nicht die ganz unterste, so eine Stufe höher, aber es gibt noch 5 oder 6 weitere schon über mir. Ja. Ich glaub's dir sofort. Also, das ist halt auch etwas, also ich sag mal so, bei uns kannst du nicht mehr als 80 Dollar verdienen, wenn du Leitungsebene bist. Scheiße. Ja. Und das ist halt krass, weil eigentlich dürfen, und wir sind ja gerade in einem Sonderfall, wir dürfen gerade das Doppelte verdienen. Ich würde jetzt tatsächlich nur 20 Dollar verdienen, die Stunde. Und jetzt erklär mal, warum bei uns, warum wir nur noch im Velfen Social Center vier Mitarbeiter sind. Kannst du dir jetzt ausdenken. Ja, aber die Sache ist, ihr könnt ja nur durch Spendengelder ausgezahlt werden, oder? Äh, was können wir nur durch Spendengelder, was? Ausgezahlt werden. Also ihr werdet quasi nur durch Spendengelder finanziert. Wir sind staatlich. Okay. Wow. Das ist das Allerschlimmste. Wir sind staatlich. Okay. Ja, gut. Ähm. Ja. Deswegen. Wir haben Dienstwagen, muss einer, oder? Ja. Wow. Ja, sagen wir es so. Ja, wir haben Dienstwagen. Also, meiner Chefin ist das halt auch bewusst, ne? Und die versucht ja die ganze Zeit ein bisschen was anzuheben. Aber, was willst du machen? Du wirst nie auf 100, also 100 Dollar wäre tatsächlich, wenn ich Leitung wäre bei uns. Würde ich verdienen. Ich glaube, als Leitung verdient man bei uns an die 100 oder so. 400 Dollar. Das glaube ich dir sofort. Mh. Ja. Und deswegen, das ist so ein bisschen die Verzweiflung, wo ich gerade hocke. Ich will mir ein Auto holen. Und ich hocke halt die ganze Zeit und versuche die ganze Zeit durchzuarbeiten. Oh, nein. Oh, nein. Ah, da fliegt die ganze Klicke. Ah, da fliegt die ganze Klicke. Ja, ja. Bei Wiesel News verdienst du da wenigstens mehr, oder? Ich verdiene 20 Dollar mehr bei Wiesel News. Ne, 10 Dollar, Entschuldigung. Oder 20? Ne, 10 Dollar waren es. Ja. Alles... Wow. Ja, 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 ja. Ich kann dir noch... Gut, also im... Ja? Im MD, dass wir gut bezahlt werden, sollte, glaube ich, auch verschlicht sein. Aber, dass es so krass ein Unterschied ist zwischen. Mhm. Das finde ich auch schon... Ja. Ja, ja. Das ist leider wirklich so. Das ist tatsächlich so. Ich habe... Also, manchmal denkt man so, oh, ich würde gerne doch im MD anfangen. Aber... Da denke ich mir auf der anderen Seite wiederum nicht. Ähm... Aber der Punkt ist tatsächlich... Ähm... Also, bei mir ist es gerade so, ich habe da so eine Möglichkeit, wie ich gegebenenfalls demnächst vielleicht ab und zu mal ein bisschen Geld verdienen kann. Ähm... Weil eine Freundin von mir, die ähm... Mhm. Die kann... Doch Auftragler. Was? 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 Sorry, was? Doch. Auftragler. Habe ich gesehen. Achso. Äh... Kennst du übrigens die Fahrlehrerin noch? Warte, warte. Warte, warte. Warte. Kennst du die noch? In welchem Kontext willst du die jetzt bringen? Jetzt wird es ganz weird. Kennst du die noch? Ja. Ja, ja, ja. Ähm... Die ist die Chefin von Alice Moments. Ja. Ja. Und... Behalt's für dich, okay? Wir daten. Oh, super. Ich habe euch schon damals gesagt, ich würde euch gerne zusammen sehen. Ja, du darfst nur eine Sache nicht, äh... Äh... Also, das Problem ist, sie könnte super in die Bredouille kommen. Sie ist verheiratet. Jetzt wird's ganz korrekt. Das ist jetzt doof. Weißt du, was das krasseste ist? Das schlimmste ist, ihr Macker ist gerade erst ausgezogen. Warte mal, aber sie sind nicht mehr zusammen. Also, sagen wir mal so, die sind ja noch verheiratet, aber da ist gerade... Die sind noch verheiratet, aber nicht mehr zusammen quasi. Das... Das... Weiß ich jetzt nicht wirklich. Also, es ist so, es gab anscheinend irgendwie Ärger, aber nicht wegen mir. Das war schon davor so ein bisschen. Und jetzt ist es halt so, ähm... Dass sie tatsächlich, soweit ich es jetzt mitbekommen habe, alleine wohnt. Gott. Oh Gott, John. Oh Gott. Es ist ja nicht so, dass ich schon mal bei ihr übernachtet hätte. Oh Gott. Oh Gott. Weißt du noch, wo du mich mal angerufen hast? Ich hab mal hier geschlafen. Oh nein. Oh. Oh. Aber ich hab auf der Kaus geschlafen. Ich war ganz artig. Oh Gott. Und das ist, wie du kommst in die oberste Hölle. Ich komm, ich komm in den siebten Höllenkreis. Oh, ich werd direkt Satans Scherge. Ach du mein Schwenker. Ich komm als Dämon zurück. Oh. Ja, frag mich. Nein. Ich bin da reingerutscht. Da ist doch reingerutscht. Ja, okay. Ach ja. Entschuldigung, das Messer ist da reingerutscht in dein Herz. Keine Ahnung mehr. Weiß ich nicht. Eieiei. Ich weiß nicht, wie das hätte passieren können. Also das war, wie gesagt, das war ziemlich lustig, weil ich hab sie am Genki wieder getroffen. Ja. Und wir haben sehr lange miteinander gesprochen. Dann haben wir Nummern getauscht. Und dann haben wir uns ab und zu mal wieder getroffen. Sie ist ja auch immer wieder in die Kirche gekommen. Und dann hat sich der Kontakt halt gefüstigt. Und dann haben wir halt, ja, dann haben wir uns zwei Mal bisher so ausgegangen. Und, äh, Sonntag vielleicht das dritte Mal. Ähm, sie hat ganz nett gefragt, ob wir nochmal ausgehen wollen. Ja. Sie ist verheiratet. Da passiert nichts. Garantiert nicht. Hahaha. Warte, 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 warte. Wie jetzt? Da passiert nichts. Du meinst doch, dass da was passiert ist. Hahaha. Pssst. Nichts Falsches sagen. Hahaha. Okay, Selbstleugnung ist auch eine reisheitliche Ahnung. Hahaha. Aber das weißt nur du. Das weiß wirklich kein anderer Mensch auf dieser Insel. Außer ihr. Außer sie. Außer sie und ihr, ich, ihr Mann hat sich ja jetzt wegen ihr deswegen gestritten. Ne, nicht wegen mir. Nicht wegen mir. Äh, ich weiß gar nicht, um was es ging. Ich bin da auch gar nicht drin und. Du weißt nicht, wo es um dich ging. Hahaha. Ne, ähm, das, das war tatsächlich noch, bevor wir uns gedatet haben. Wir haben uns ja erst gedatet, als er weg war. Ja, aber dann, dann finde ich das eigentlich gar nicht schlimm. Wenn, wenn die sich sowieso quasi schon getrennt haben. Also, ich geh mal davon aus, persönlich. Das ist schon weird. Meine Güte. Mhm. Wer hätte das gedacht, weißt du. Geht das, das, ja, geht's schon. Aber, wie gesagt, ich hab euch so zusammengesehen irgendwie. Es ist so lustig. Auch Alessa sagt exakt dasselbe. Ich kann mir auch vorstellen, dass David exakt dasselbe sagt. Wie, warte mal, warte mal. Gerade eben hast du noch, das weiß kein anderer außer wir. Und jetzt ist Alessa auch, oder? Nein, 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 nein. Alessa und David. Also, ich weiß nicht, ob, nee, das hast du nicht mitbekommen. Du standest nicht am Genki. Ähm, das war so, als, ich bin ja, als sie am Genki mal war, ähm, sie wollte nur arbeiten, dann bin ich ja zu ihr gegangen, hab sie angesprochen, hab mit ihr einfach so gequatscht, ne, weil ich sie einfach grundsätzlich nett fand. Und es war so, dass, ähm, sie, ähm, also wir haben dann ein bisschen gequatscht und dann hat Alessa mit ihrem Freund zusammen, haben die ganze Zeit so Handherzchen und so gemacht. Äh, okay. Zu uns rüber. Und, ja, das, da mussten wir halt total lachen und so. Und auf jeden Fall, äh, Alessa hat uns zusammen gesehen, aber da war wirklich noch, das war einfach nur erste Begegnung gewesen. Die erste Begegnung gewesen. Die erste Begegnung war doch, ähm, in der Fahrschule. Ja gut, aber da hatten wir ja kaum Kontakt. Wir haben uns ja dann später erst. Und dann am Fest. Im LGBTQ-Fest, ich noch. Stimmt, da hatten wir noch ein paar Wörter getauscht. Dann haben wir uns beim Genki getroffen und dann waren wir nochmal beim Genki und dann waren wir beim Opis, also oben in Oepalito. Oepalito. Und dann bei ihr im Zimmer. Nun. Nicht bei ihrem Zimmer. Ich hab noch immer auf der Couch gepennt. Ich durfte ja Auto fahren. So Sachen halt. Warte, 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 warte. Okay. Du durftest die Auto fahren. Okay. Ja, ja, ja. Ja, ja. Nun. Jetzt. Okay. Ja, gut. Wenn wir schon so faulenvoll miteinander reden. Ja. Kann ich dir auch sagen, äh, wie die Kollegin heißt. Und, ja. Die Kollegin heißt Ibiko. Mhm. Also, nicht die Böse, nicht die Böse, ne? Ach so, die... Ja. Ja, sie hat beim Marshall Service gearbeitet. Okay. Äh, davor. Und... Ich... Ja. Ich weiß es noch nicht hundertprozentig, ob... Ich... Was wir sie empfinden, aber... Sagen wir es so, ich find sie sehr nett. Das ist cool. Ja. Ich muss grad überlegen. Ich weiß, als ich, ähm, wegen meiner Schusswunde zur Nachbehandlung da war, war da auch eine junge Kollegin gewesen, war nicht... Nein, war sie definitiv nicht, die ist erst so kurz im Nachhinein. Ach so, okay, gut. Dann nevermind. Ja. Ja, schön. Ja, ich... Wie gesagt, ich hoffe halt echt, dass das... Dass ihr da zumindest euch mal in Ruhe kennenlernen könnt. Wart ihr schon mal aus? Nein, natürlich nicht. Äh... Okay. Dazu nicht in der Lage bin. Sollen, äh, Scarlett und ich... Sollen Scarlett und ich euch das schönste Date der Welt bereiten? Hahaha. Scarlett heißt die. Scheiße. Äh... Ja, ich sag, ich will jetzt erstmal rausfinden, ob da wirklich was funkt. Und ich muss das auch erstmal rausfinden, wie sie zu mir steht überhaupt, weil... Wie gesagt, die Sache mit, äh, der Kollegin da eben war. Ja, klar. Aber das... Das klärt sich. Ich glaube, wenn sie dich nett findet, sag ich mal, ne? Und ihr euch gut versteht, dann wird sie das schon verstehen. Irgendwo das da... Hm... Ja, wir kennen uns halt noch nicht so lange jetzt. Das muss man auch sagen. Kommt Zeit, kommt Rat. Das war ja bei Scarlett und mir genauso. Wir haben ja auch... Eben so. Lange gebraucht. Ja. Ich bin ja jetzt erst seit... Schlimmer einer Woche oder so. Okay. Und... Muss jetzt auch erstmal rausfinden, ja, haben wir die einsamen... Also die gleichen Interessen. Ja, eben. Vielleicht suchst sie ja gar nicht oder so. Das kommt ja auch vor. Das weiß man nie. Das muss man halt, ja. Dann irgendwie... Ja, das muss ich jetzt alles eben wieder da rausfinden. Ich bin sowieso nicht so einer, der eben überstimmt und irgendwas in eine Beziehung sich reinflüchtet. Sehr gut, ja. Ja. Weil... Bevor ich dann mit der Person, die ich noch nicht gut kenne und ihr dann irgendwann das Herz brechen muss... Nee. Nee, nee. Ist nicht dran. Ja. Nee, ich find's halt wichtig, dass man sich langsam kennenlernt und ich finde überstürzend sowieso, man... Also, ich sag mal so, so ganz unter uns. Ich fand zum Beispiel, es sehr schnell wie Alessa und Misha zusammen kamen. Ja. Das war so, zack und die sind zusammen. Ja, 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 ja. Hat mir auch oft gefallen. Übrigens, ich hab ja heute mit ihr telefoniert. Mhm. Und ich hab schon mit ihr gesagt, ja, wir sind jetzt auch irgendwie demnächst auf der Suche nach einer Wohnung. Und dann meint sie so, ja, nee, nee, ich werd ja dann demnächst mit Misha zusammenziehen. Ah, okay, gut. Okay, gut. Ja. 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 Ja, das geht sehr schnell bei denen, ne? Mhm. Mhm. Ja. Also, gut, so zusammenziehen kann ja auch sehr pragmatisch sein, so, ne? Ähm, das ist, finde ich, nicht so... Finde ich, ist nicht so extrem das Problem. Ich finde so, diese schnelle Zusammenkommen, gut, man muss auch sagen, die passen... Die waren ja heute auch, ähm, bei der, ähm, bei der KE, waren heute im Gottesdienst. Von daher hatte ich mit denen auch noch ein bisschen mehr gequatscht. Die passen halt auch zusammen. Aber das war halt echt flott, wie die zusammen kamen. Also, ich hätte... Doch, manchmal hat man halt so ein... Ja? Bitte? Manchmal hat man halt so ein Glück. Ja, ist wirklich so. Ja. Deswegen. Also, von daher, die passen ja auch zusammen. Dann ist ja auch alles gut. Ja, ich muss zugeben, ja. Also, so würde ich nicht vorgehen. Hm. Nein. Ich auch definitiv nicht. Das... Genau. Aber mal gucken, was die, was die Zeit so bringt mit denen, ne? Ja. Ah. Also, ich bin gespannt, weil... Nisha ist so eine Person, die ich momentan nicht so richtig einschätzen kann. Mhm. Ist... Ist... Ist er jetzt, äh, eben... Jemand, der, sag ich mal... In der kriminelleren Ecke unterwegs ist? Oder macht er die ganze Zeit dann nur Scherde? Ähm... Ich kann dir aus meiner persönlichen Erfahrung sagen, nein. Ja. Also, ich hätte sie mir jetzt auch nicht unbedingt zugetraut, aber... Darf ich dir was ganz ehrliches anvertrauen? Ja. Ähm... Ich hab vor kurzem eine Beerdigung gehabt, ne? Hm... Vielleicht hast du's gesehen, Little Italy? Ja, ja, ja. Ja. Weißt du, wer da alles da war? Willst du gar nicht wissen? Ich... Keine Ahnung, nein. Die schlimmsten Menschen aus der ganzen Stadt. Und da kannst du... Und wär mir Misha aufgefallen, hätte ich ihn gesehen. Er war nicht da, definitiv nicht. Was bist du morgen eigentlich bei Beerdigung von... Also, ist das nicht heute schlimm? Ja. Äh... Nein. Ich wurde... Ich wurde... Ich wurde einmal angerufen. Ein zweites Mal wurde ich nicht angerufen. Somit... Geh ich da nicht hin. Ja. War ja ein Arbeitsgrund von mir. Mhm. Ich kannte die jetzt nicht so, so lange. Mhm. War übrigens aber auch trotzdem... Und ich war ja vor kurzem auch schon mal sehr traurig. Also, das war eben dann, als sie gestorben ist. Und... Mhm. Ja. Da durfte ich halt auch nichts sagen, dass sie nicht öffentlich war. Ja, okay. Ja, okay. Hat mich trotzdem irgendwie ein bisschen mitnommen. Weil ich meine, sie war eine super Ärztin. Mhm. Ich hab zwar jetzt auch gehört, ja, sie hatte irgendwie am Stecken. Was hatte sie? Steck am Stecken. Ah, okay. Also, war... Vermutlich. Ja. Finde ich trotzdem hat keiner verdient zu dem, wie sie gestorben ist. Und... Schlimm. Ich weiß leider nicht viel davon darüber. Ich weiß nur, dass sie gestorben ist und das war's. Aber wenn sie direkt am Stecken hatte, dann kann ich mir schon... Kann man sich manchmal vorstellen, woher was kam. Ähm... Wie gesagt, aber... Es gibt da so Gerüchte immer. Es gibt immer Gerüchte, wer irgendwie dahinter stecken könnte und sollte. Aber tu mir bitte einen Gefallen, erwähne niemals, dass ich auf dieser Beerdigung war. Ähm, da beim, vom Little Italy. Weil dann... Ist da irgendwas los gewesen? Nein, aber die Leute würden das nicht gerne hören, dass das irgendwo rumpersaunt wird. Und ich damit in Verbindung gebracht werde. Ähm... Ich sag dir... Das ist... Eine Sache... Wer dort war, mit den Leuten ist nicht zu spaßen. Und dementsprechend... Bitte... Also... Wenn jemand fragt, ähm... Ne... Das... Das... Da war ein Priester, ne... Dann kannst du sagen, natürlich, dass ich... Dass ich das war. Ja, die Leute kennen mich dort. Aber... Ähm... Nicht irgendwie erwähnen, dass du was davon weißt, oder so. Es soll dich nicht... Es soll quasi so... Erwähne es einfach. Vergiss es am besten. Wenn du verstehst, was ich meine. Ja, ich hab hier schon. Weil ich hab keinen Bock, in irgendeinem Sark hier noch zu landen. Ja, das kann ich verstehen. Ich... Ich hab mir, glaub ich, alle schon ein paar Feinde gemacht hier. Ach, echt? Hast du schon geschafft? Ja, wie gesagt, heute eventuell auch nochmal. Ich hoffe einfach, dass das... In Vispuchi? Nein, nicht Vispuchi. Was ist denn ganz? In Vispuchi? Weil ich die Leute von dort kenne. Äh... Äh... Ne, Vispuchi... Ja... Da... Also, ich kann es mal so sagen. Man wird halt ständig von irgendwelchen Leuten an... Also, von MD angeredet. Wenn die halt grad vom PD umstellst, sind die Haare... Nehme ich halt mit und so. Und dann schmeiß mich irgendwo raus. Und dann kann ich flüchten und so. Klar, wird man da angesprochen. Mhm. Und dann sagst du natürlich nein. Aber... Ich glaub jetzt nicht, dass die das einen übel nehmen. Nee, definitiv nicht. Nee, nee, so sind die nicht. Nee. Da musst du schon was wirklich Persönliches machen. Ja, ja, eben. Also, ne, ich kann dir auch, wie gesagt... Alles, was wir... Ich sag mal so, alles, was wir jetzt hier besprechen zu Hause... Bleibt hier. Das verlässt diese Rolle. Ja, ich hoffe auch wirklich. Wir können uns gegenseitig in super krasse Schwierigkeiten bringen. Eben, deswegen... Du... Deswegen... Alles bleibt hier. Ähm... Ich bin ja häufiger drüben im... Prison. Und rede mit den Häftlingen. Oh ja, Prison hab ich auch ne Geschichte. Echt? Ja. Äh... Ich muss zugeben, die sind halt echt interessante Menschen dort. Also, das sind so Leute... Och... Also, ich hab echt alle Couleur schon dort gesehen, die dort einen ausgehen. Und ich weiß, dass... Also, die haben ja auch Tattoos. Und du siehst dann die Tattoos ja, woher sie kommen. Und da kenn ich halt ein paar Vespucci-Leute deswegen. Aber die sind nicht nachtra... Also, die sind nicht so... Oh! Bring jemanden um. Ja? Äh, die... Entschuldigung, wenn ich dich kurz störe. Aber die Kollegin von dich, die ich dir erzählt hab, mit der ich Stress hab, die wurde ja letztens entführt von einer von Vespucci, ne? Ach ja, wirklich? Ja. Weil sie sich mit denen angelegt hat. Weil sie denen gesagt hat, so, ja... Äh, ihr seid sowieso alle Verbrecher. Und der... Pfff... Okay, so... Also, gut, jetzt... Jetzt kann ich mir auch was drunter vorstellen, so... Was das für eine Person ist. Naja, wenn die dann halt... Irgendwann mal richtig Stress bekommt mit denen, dann... Sorry. Ja. Ja, also, wenn die so eine Person ist, dann ist die mir schon von vornherein unsympathisch. Pfff... Ja, okay. Ich seh weiter. Ja. So redet man mit den Leuten da halt auch nicht. Also... Nee. Garantiert nicht. Ich meine, du warst noch nicht so im Norden unterwegs, oder? Jetzt doch. Klar. Achso, okay. Weil, ähm, ich hab nämlich, äh, hier, ähm, die Mayhems. Sagen die dir was? Ja, ja. Wir sagen mittlerweile alle Gangs, glaube ich, so ziemlich was. Achso, okay. Die Mayhems, die kommen immer in Gottesdienst. Ich hab... Ich pflege guten Kontakt mit denen. Ähm... Ja. Nur so... Damit du so ein bisschen weißt, mit wem ich so... Wen ich kenne. Also ich befürworte nicht, was die tun, aber, ähm, ja. Sie sind halt... Sie bieten ihre Hilfe an, und das besser als einige Institutionen in diesem Staat leider. Und ich spreche jetzt so von Gemeinschaftshilfe, ne? Also ich, zum Beispiel, ich hab mal einen Foodtruck gebraucht, die haben sich drum gekümmert, dass das Hanni Steiner vorbeikommt, ähm, dann so, keine Ahnung, wir haben ja den Schimmel in der Kirche oben in Palito, da wollten die mir helfen, ne? Also so viele Dinge, die sie mir immer gerne, äh, wo sie mir gerne unterstützen. Und das finde ich ganz nett, und hoffe einfach, dass es halt einfach friedlich bleibt mit denen, ne? Ja, wie gesagt, ich kenn die jetzt mittlerweile auch, äh, und ich kann auch einfach nur sagen, die sind, die sind eigentlich super lieb, ne? Ich glaube, es ist auch kein Geheimnis, dass die häufig zum Blutspenden herkommen. Ja. Die ganzen... Die sind halt eigentlich... Ja. Das Coole ist halt, ähm, ich hab halt auch die Nummer von denen. Das heißt, wenn ich irgendwas brauche, dann rufe ich da an, frage nach, und die sagen, ja, klar, komm ich vorbei, und so weiter. Finde ich super nett. Ja. Deswegen kann ich mich null, wie du selber sagst, null über die beschweren. Ja. Ja, aber das ist, äh, krass, also das ist auch spannend. Was hast du denn für eine Geschichte aus dem Prison? Ja, ich hab irgendwie auch so gesehen, das war quasi mein erster Einsatz im Prison. Ich wusste noch nicht so ganz, wie man mit den Prison-Insassen redet. Mhm. Und ein Insasser hat halt eben erzählt, ja, er sitzt hier noch sehr lange. und ich hab halt halt ein bisschen Frechheit gefragt. So, ja, hey, was muss man denn getan haben, dass man so lange sitzt? Hast du jemanden umgebracht? Äh. Ja. Und das ist der Person sehr sauer aufgestoßen, und dann, ja, ich musste die ja noch behandeln und so, und... Mhm. Ich sag's mal so. Frau. Ah, okay, gut, dann weiß ich, bei wem du, bei wem du wahrscheinlich warst. Es gibt mehrere Frauen im Prison. Ja, 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 ich weiß, ich weiß, aber nur, ich kenne nur eine Person, die so bisher reagiert hat auch bei mir. Über welche Person reden wir? Ähm. Ähm. Ja, sie ist, glaub ich, ne, sie hat einen japanischen Nachnamen. Ja, dann glaub ich, reden wir gleich über das. Ich hab, ich hab sehr guten Kontakt zu ihr. Ja? Mhm. Die ist wirklich lieb, die ist unglaublich lieb. Ich glaube auch, dass sie eigentlich lieb ist. Ich hoffe einfach, dass sie sich auch nicht mehr daran erinnert. Ja, denke ich auch nicht. Die wird dir das auch nicht übernehmen. Die ist nicht so. Ja. Ähm, du hast sie komplett auf dem falschen Fuß getroffen, deswegen. Mhm. Ähm. Nee, ich war auch in der Zwischenzeit nochmal tatsächlich bei ihr und da war alles in Ordnung. Ich, 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 ich weiß, das glaub ich dir. Ja, wie gesagt, das bleibt ja unter uns, weil nicht, dass sie, dass du... Palle, Palle. Nee. Weil, dass ich sie generell behandelt hab oder so, ist ja auch interna und so. Ja, ja, nee, nee. Deswegen, da sag ich dir auch, alles gut, alles gut. Äh, Interesse, also, alles bleibt hier so, weißt du. Deswegen ist auch mal schön, darüber zu sprechen, weil es liegt ja einem schon immer auf der Seele. Und ich hab zum Beispiel niemanden zum Reden. Ja, richtig. Also... Finde ich auch gut, dass du dich jetzt mal mir anvertraust. Ja, mit irgendjemandem muss man dann sprechen. Ich meine, ich kann dir... Ich, ich, ich versuch dir so viel zu erzählen, wie ich kann, ne. Und das, was mir auch einfällt. Aber ja, ist halt... Ja, ich hab halt... Ich meine, die meisten Sachen sind öffentlich, ne. Die Maximilian Elius Beerdigung war öffentlich. Äh, gut, jetzt hier die Bella Harley, äh, da bin ich ja gar nicht eingespannt worden. Ähm, nee, jetzt so Hochzeiten und so, die kennt man ja. Aber so diese sehr vertraulichen Gespräche, das ist halt schon... Da merkst du halt schon, was da eigentlich abgeht. Also, was in den Menschen vorgeht immer. Ja, das ist bei uns, ja, so manchmal auch Kerngeschäft. Ja, ich war übrigens vor kurzem mit dem Deal. Ich hab mit der Psychologie-Leitung auch gesprochen. Da ging's um Absprachen. Ah, mit der Ava? Mhm, genau, genau. Glaube, ich glaub, so hieß sie. Ja, die ist superlieb. Ja. Ja, wir hatten uns, ähm, einfach so über paar... Ich hab auch mal angesprochen hier, wie das aussieht, wenn man Leute da, ähm, hat, die gegebenenfalls, ne, psychologische Behandlung brauchen. Und so, da haben wir uns auch sehr gut verständigt. Also, da gibt's jetzt auch so klare Absprachen. Wie gesagt, ich würd mich super freuen, wenn du eigentlich einfach in, wenn man die zum Psychologen kommen könntest, aber... Ja, das Problem ist, ähm, ich glaube, das würde mir, also... Ich bin gerne Priester, so, weißt du? Ja. Wenn ich, also, ich weiß gar nicht, also, da bin ich halt echt auch am überlegen, wie es wäre, wenn ich im MD anfangen würde in der Psychologie, weil... Ähm, ich weiß gar nicht, also, ich hätte ja dann den Priesterberuf als Nebenjob. Gut, das würde ja noch passen, aber... Ja, genau. Ich weiß nicht, ob es da so Interessenskonflikte geben würde, weißt du, was ich meine? Ähm, so, so ist das ja zum Beispiel beim PD manchmal. Ich versteh nicht tatsächlich. Also, keine Ahnung, dass, äh, zum Beispiel als, ähm, Priester ist es ein bisschen anders, wie man mit mir umgeht, weißt du? Weil die Leute kommen, sind viel offener, die können ganz einfach frei sprechen. Viele wollen gar nicht ins MD. Und... Ja, klar. Ne, und das ist so, äh, nicht, dass es da einen Interessenskonflikt gibt, nicht, dass sie sagen, ah, guck mal, der ist vom MD und der ist Psychologe, sondern, dass sie mich einfach nur als Priester wahrnehmen. Ich glaube, das ist genauso ein Gewissenskonflikt wie mit der Weaselnews-Sache. Also... Ja, gut, das stimmt eigentlich auch wieder. Deswegen... Und wenn jemand von dir als Priester Hilfe braucht, dann geht das zu dir als Priester. Und wenn jemand von dir als psychologische Hilfe braucht, dann geht das zu dir als Psychologen. Ja. Also, ich seh da jetzt nicht wirklich so den Konflikt da drin. Und generell, also, ja... Ich will da jetzt keinen Eigennutzen draus ziehen, indem ich sage, so, jau, du. Ich meine damit einfach... Ich fände das einfach super, weil das einfach zu deinem Charakter her passt. Und... Ja, sowas wie Weaselnews ist zwar toll, deine Kolumnen und so lesen sich sehr gut, aber... Ja. Du bist halt generell sonst, was den Rest angeht, halt nicht so hinterher. Ja. Wie meinst du? Also, du meinst bei Weaselnews? Ja. Ja, ja, nee, nee. Ich schreib meine Kolumnen und das war's. Genau. Und das meine ich. Ja. Ja, das ist so... Das ist auch so wirklich so ein Gedankenspiel von mir, wo ich mir überlege, ob ich nicht eher ins MD gehöre... Also, ob ich nicht gerne ins MD gehen möchte. Mhm. Mhm. Ähm, das weiß ich halt tatsächlich noch gar nicht. Ähm, was ich mir zum Beispiel auch eine Zeit lang überlegt habe, ob ich nicht einfach irgendwie zu einer Anwaltskanzlei gehe oder so. Mhm. 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 Ja. Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Ich bin da noch am überlegen, weil ich merke, das Geld wird knapp und ich meine, man kann sich mit dem Hungerlohn tatsächlich nichts Großartiges holen. Also, im Sinne von eine Wohnung, wo du dann schon, keine Ahnung, 100 Dollar in der Woche zahlen musst, ist schon knackig. Ja, ja, ja. Ja. Also, das schaffe ich halt auch nicht zu stemmen. Das ist so richtig übel. Also, beim MD hättest du halt mehrere Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Mhm. Das ist leider falsch. Ja. Ähm, ich werde es mir wirklich nochmal überlegen. Wie gesagt, ich bin schon länger am Denken, aber jetzt ist gerade die Chefin da nicht da. Mhm. Vom Safe & Social Center, da müsste ich, ich würde mich mit ihr gerne in Ruhe mal darüber beraten. Ja. Weil, damit würde ich auch tatsächlich diese Brücke schlagen von Seelsorge zu Psychologie, ne? Richtig. Ja. Das war eigentlich auch nicht so schlecht. Und das kannst du halt auch super im Bewerbungsgespräch sagen, dass du, du hast ja sowieso gesagt, du hast irgendwie Vorerfahrung. Ja. Und dann auch immer sagen, ja, ich bin Seelsorger und so. Ja, eben. Ja, das ist gar keine schlechte Idee. Ich, ich werde, wie gesagt, mir das in Ruhe überlegen. Weil, ach so, jetzt haben wir so einen riesigen Bogen geschlagen übrigens von Alice Moments nochmal, ne? Ähm, bei Alice Moments hieß es dann, naja, man könnte ja überlegen, ob man mich nicht irgendwie so als Redner oder so einstellen, also so jemand, der auf der Bühne steht und die Leute ein bisschen, weil ich kann das halt, weil ich es halt, ja, wöchentlich mache. Und meinten die, ja, könnte man ja mal gucken, was für Konditionen es da gibt oder wie man das am schönsten machen kann. Sehr gefragt. Mhm. Du bist sehr gefragt. Ja, das, das war eher so im Gespräch, aber gut, ich meine, ja, ihr habt guten Kontakt wohl zur Chefin von Alice Moments aus Gründen. Ja, ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Ich auch nicht. Wir haben nichts gehört. Oh Mann, ja. Ne. Ja, wer macht denn eure Hochzeiten? Damit. Ja, ja. Ah, ich habe ja letztens mit dem anderen Pfarrer gesprochen, ne? Habe ich das schon mal erzählt? Ach, mit Pascal? Äh, ne, Pater Kalle. Pater Kalle, ja. Ja, der heißt Pascal Wein. Achso. Aber ja. Genau, Pater Kalle. Mhm. Ich habe ihm mal gesagt, er soll eigentlich groß ausrichten. Weiß nicht, ob das angekommen ist. Nö, nö. Der redet gar nicht mehr mit mir. Boah. Boah. Der Alter. Hat ich gesagt, der ist ein Lieber, hat er gesagt vor ein paar Tagen noch. Das ist ja süß. Ne, der ist auch, also ich mag ihn auch. Ähm. Ja. Aber ehrlich gesagt, also, ich bin da, also, ich meine, das ist jetzt kein Geheimnis. Wenn jemand von der Kirche da ist, dann ne ich. Er ist ja so gut wie gar nicht mehr da. Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt, was er macht, so. Ja, der arbeitet eigentlich bei uns, aber ja, das ist halt so, der ist mal sporadisch da. Und das führt halt dazu, dass, äh, ja, dass bei mir halt 90 Prozent der Arbeit, 95 Prozent der Arbeit liegen bleibt, auf meinen Schultern lastet. Das ist so ein bisschen das, das ist, weißt du, und da kriegst du noch so wenig Gehalt und dann denkst du dir so, joa. Boah. Boah. Ähm. Hier, ähm, die, die, ähm, Notfallseelsorge machen, grundsätzlich Seelsorge machen, ähm, dann die Kirchen kontrollieren und dementsprechend auch aufräumen. Ähm, gut, Pascal macht jetzt, äh, den Rasenmähen bei der, bei der, beim Friedhof. Ja, das sind halt so ein paar Sachen, ne, die fallen halt an. Und dann bin ich halt nur regelmäßig am Social Center und versuche dort halt eben, ähm, ja, und dann auch noch mitzuhelfen bedeutet, wenn es so krass ist, ich hatte, vorletzte Woche war das, ich hatte an einem Tag wirklich getaktete Termine, ich glaub sechs Stunden lang. Also, am, am Mittwoch war das. Das ist halt so das Problem. Es bleibt halt alles hängen. Gut, so wie du grad gesagt hast, 90 Prozent davon kannst du auch eben die machen, nur dass du dafür doppelt so viel bezahlt wirst. Das ist das Problem. Oh, gut, Gottesdienst halt nicht, ne? Ja, gut. Kannst du auch versuchen, aber ich glaub, dich nimmt dann keiner ernst. Ach du, ich krieg die Leute. Beerdigungen kannst du sogar quasi noch vormachen, bevor die richtige Beerdigung stattfindet. Nimm die Leichen einfach rück. Wir älschern sie sofort einpassen. Ja, weißt du, dann sparen wir uns auch Zeit, ne? Nimm sogar immer so, dann kannst du auch direkt einfach da die Beerdigung machen vor Ort gleich. Zappensarab direkt. Du bist tot und direkt einfach direkt damit. Jo, komm, wir fahren den direkt. Ja, wobei, da musst du dich erst mal bei den Morticians melden. Was? Bei den Morticians, bei den, ähm, beim Bestattungsunternehmen. Ach so, aber die machen das? Okay. Ja, genau, genau. Und da gibt's nochmal eine eigene Firma. Genau. Wenn du fließt bei der Arbeit, kannst du dann machen. Ja, ja, das ist... Ich hab ja auch schon angeboten, wenn irgendwas ist so, dass ich Seelsorge mache im MD. Aber wie gesagt, auch da wieder. Das große Problem ist halt einfach das Geld. Ich geh ins MD, mache den Job, den die Psychologen hätten auch machen können. Ja, genau. Das ist halt... Also, wir haben ja schon Psychologen, die sich quasi um uns kümmern, wenn wir irgendwelche Seelsorgeprobleme haben. Es geht um Patienten, Entschuldigung. Ach so. Ach so. Ah, ja. Ja, ich fände es tatsächlich toll, wenn man auch, ja, für uns, für uns Mitarbeiter so eine Seelsorge hätte. Aber, ja, die Sache ist, die Psychologen haben halt auch einen vollen Terminkalender und ich will den jetzt nicht halt irgendwie mit, ja, mit solchen Problemen irgendwie... Ach, das ist mit den, die sind wahrscheinlich komplett überfordert. Mhm. Ja. Ich meine, überfordert nicht. Also, das ist Quatsch. Du weißt, was ich meine. Also, die, die haben viel zu viel zu tun. Naja, es geht, muss ich sagen, glaube ich. Also, ich habe ehrlich gesagt nicht so einen großen Einblick, aber es ist jetzt nicht so, dass ich meine Kollegen hier immer gestresst rumlaufen sehe. Na, okay, gut. Das sind ja auch Psychologen, die kriegen sich gegenseitig runter. Was? Ey, nee, die Psychologen wirklich alle unglaublich nett. Also, das kannst du kaum glauben, glaube ich. Also, das ist... Ich bin ja mit, ich glaube, so ziemlich jedem Psychologen im MD befreundet gerade und ich glaube auch mein bester Freund im MD ist Psychologe. Oh. Das ist, äh... Also, wie man mit denen reden kann, da hast du wirklich immer auch das Gefühl, du bist da in sicheren Händen. Das glaube ich sofort, ja. Ach ja, nee, das finde ich schön. Also, freut mich auch, dass die MMD so gut sind. Jetzt sind da... Ja, jetzt sind alle Experten auf ihrem Gebiet, glaube ich, also... Ja, finde ich schon stark. Freut mich auch. Freut mich auch, dass die so gut ankommen bei euch. Hm. Ich muss halt echt, äh... Ja, ich muss echt mal überlegen. Ach, ja. Kannst du auch mal deinen Kollegen einen über den Löffel ziehen zum... Was, 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 was? Kannst du auch meiner Kollegin einen über den Löffel ziehen? Ach, die, die, die heute ich, ähm... Sofort. Das ist gar nicht... Also, die, die... Nee, das ist ganz schwierig. Mag ich gar nicht. Ja. Also... Ja, die hat... Ja, sie ist einfach, sagen wir es so, um es zusammenzufassen, sie ist einfach vorlaut. Sie hat eine große Klappe. Mhm. Und... Ob was dahinter ist, ist halt so 50-50-Chance. Ja, gut. Dann... Wird sie irgendwann verschwinden. Wenn du verstehst, was ich meine. Mhm. Also, so traurig es klingt, aber irgendjemand, wenn sie zu den falschen Leuten frech ist, dann... Mhm. Also, sie versucht sich jetzt tatsächlich, äh... Bisschen zurückzureiten, hat sie, hat sie mir gesagt. Ob das auch funktioniert, ist jetzt die andere Frage. Ja, hilft ja nichts. Aber sie meinte auch, also, als ich sie gefragt habe, ja, nach der... Ich hab sie dann sogar nach der Entführung gefragt, so, ja, wie gehst du dir, gehst du dir gut? Ich hab mich wirklich um sie gekümmert und meinte sie so, ja, ich bin jemand, der, äh, der steckt das vollkommen easy weg. Mhm. 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 Oh, wie... Mich interessiert der Name von ihr. Ja. Komm ins MD, dann verrate ich's dir. Mhm. Dann hörst du erst mal so... Hörst du mich erst mal quer durchs MD schreien. Komm mal her! Ja! Boah, bitte. Ich werd da so... Dich so einmal so in Pause drauf reinziehen, wenn sie auch da ist, und dann so... Ich bin fairer und die da! Dann komm ich erst mal rein, und dann kommt ein dummer Kommentar. Ja, Arschloch sein geht, oder? Guten Tag, ich bin der Neue. Ja, fände ich toll, wenn das so irgendwann mal passieren würde, aber wie gesagt, können wir sehen. Ja. Ja. Ich frag mich auch, ob die Psychologie-Ausbildung getrennt ist von der, also von den anderen Ausbildungen, oder wie das da gemacht wird, das weiß ich halt nicht. Ja, doch, das ist schon getrennt, soweit ich verstanden hab. Ich glaube, du kannst tatsächlich auch zusätzlich dazu noch quasi eine MT-Laufbahn machen, dass du quasi auch in Einsätze mitmachen kannst, also richtige Einsätze, aber Psychologe ist glaube ich schon getrennt. Also, ja, es ist definitiv getrennt von der Ausbildung her. Wir haben ja auch KID zum Beispiel, das ist dann eben speziell für uns, die dann Außeneinsatz haben, dann nochmal ein bisschen so Seelsorge machen können. Aber ansonsten gibt's halt eben die Psychologen, die sich dann wirklich irgendwie, die dann auch noch, ja, ein bisschen vermittelt bekommen. Und das ist wirklich, das müsstest du dir auch mal angucken, wie krass hier die Schulungen aufgebaut sind. Das ist... Mal gucken, ob sie krasser sind, als die, die ich schon mal gemacht hab. Das kann ich natürlich nicht beurteilen, aber... Ja, ich auch nicht, deswegen. War immer spannend zu wissen. Kannst du nur, wenn du anfängst. Ach du, du versuchst mich die ganze Zeit zu überreden. Nein, versuchst du nicht. Na, was? Es ist nur ein gut gemeinter Tipp. Es ist wirklich, es ist wirklich nur ein Tipp. Also, du, ich find, ich find alles, was du machst, toll. Aber es ist toll, wenn du bei mir irgendwie bist. Ja, ich, ich, ja, ja, ich, I feel it. I feel it. Ja, weil ich hab auch gehört, dass man im MD auch immer gerne sucht nach Leuten und so. Deswegen. Ja, überall sucht man gerne. Ja. Ja, gut. Ich kann mir vorstellen, dass es einige Unternehmen gibt, wo die nicht so suchen, aber... Ich hab jetzt kein Unternehmen bisher irgendwo, wo ich gehört hab, so, ja, nee, wir nehmen keinen mehr, weil... Toll. Genau, Bennys oder so, oder ACLS, wer weiß. Weiß ich nicht, ich kenn die nicht. Ich kann mir auch schlicht vorstellen, weil die haben ja auch 24-7 offen, dass sie dann einfach sagen, so, ja, das... Kann eigentlich auch nicht sein. Ja, das ist halt... Schwierige Kiste, schwierige Kiste. Meine Güte. Ach du meine Güte, wie lange haben wir das geredet? Eine Stunde. Da hab ich dich angeschrieben. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein? Das sind schon... Ja, doch, eineinhalb Stunden vielleicht. Eieiei. 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 Übrigens, würdest du sehen, welches Auto ich mir dann hole möchte? Ja, genau. Warte, wie heißt das nochmal? Such mal bei Venture nach Oracle, also O-R-A-C-L-E und dann XS. Okay. Genau. Hm. Es hat schon was, das Auto. Es ist halt... Also, das wurde mir vorgeschlagen, es gibt halt noch ein anderes. Das ist der Surge. W-E-E. Das Auto kennst du halt schon. Hä? Nee, Surge zu verkaufen, 12.000. Hm. Es ist halt dieses Fahrschulauto, was wir damals alle gefahren haben. Naja, naja. Es ist ein hübsches Auto, aber ich kann mich halt zwischen den beiden... Ich glaube, der Oracle hat es mir mehr angetan. Surge ist schon sehr hübsch. Ja, ne? Ja. Oracle XS, XS, 12.000. Ja. Ja. Hm, 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 hm. Das... Das stören mich so ein bisschen die Lichter, muss ich sagen. Also, es sieht ähnlich wie meine aus, aber... Ja, ne? Seit... 12.000 kannst du dann auch gleich mein Auto holen, weil es vom Designer sehr ähnlich ist dann. Ja, ja, ja. Aha. Das... Der Oracle, der ist halt ein bisschen moderner, glaube ich. Und der hat halt... Ja, ist ein bisschen schmaler, also ein bisschen, ne? Ne, ne, nicht schmaler, doch schmaler. Ja. Also, der hat einfach ne... Nochmal ne moderne Reform und wahrscheinlich ein super modernes Interieur, so wie ich gesehen hab. Ja. Und das ist halt der... Was mir auch noch empfohlen wurde... Jetzt muss ich kurz gucken. Hm. Hm. Da muss ich nochmal genau gucken. Da gab's noch so ein Muscle Car, was die mir empfohlen haben. Hm. Tulip. Hm. Tulip haben sie mir vorgeschlagen noch. Ist halt auch ein Viertürer, ist ein hübsches Autor. Da weiß ich gerade nicht, ob Oracle oder Tulip... Weil der Tulip kostet ungefähr genauso viel. Also Oracle, Search und Tulip kosten ungefähr gleich viel. Weißt du? Also... Alles okay bei dir? Ja, warum? Also... Ist okay. Ich hab mich gerade... Du hast nichts mehr kommentiert. Gewöhnlich für mich. Ja, deswegen und sowas hab ich jetzt erstmal gedacht. Aber... Morgen erstmal oder wann auch immer den anderen verscherbeln und dann... Hoffentlich weiß ich dann, wie viel ich brauche und dann kann ich... Schreib ich dir dann. Ah, ja. Und wegen Wohnungen wollten wir eigentlich auch schon ewig reden jetzt. Ja, das... Da würde ich... Ach, verdammt. Wann haben die denn offen bei deines jetzt? Haben die... Nie haben die offen. Hm, das ist echt so. Wollen wir jetzt einfach mal kurz anrufen auf gut Glück? Die haben leider zu... Also was du machen könntest, so jetzt mal aus meiner Erfahrung, ja? Ähm, du könntest ja mal selber mal so eine Anfrage an die stellen, ne? Also wenn du zum Beispiel sagst, das würde mich interessieren. Ja, ja. Ne? Und dann kannst du denen ja mal sagen, so was... Was du dir jetzt erstmal so vorstellst. Und dann können wir ja mal gucken. Und dann kannst du ja... Kannst du auch zwei... Zum Beispiel zwei Mieter machen, wenn du Lust hast, dass wir zusammen wohnen. Oder wenn du eine eigene Wohnung willst, dann... Wie auch immer. Nur so als Idee. Ähm, und dann kriegst du eine gute Rückmeldung. Weil ich habe sofort am gleichen Tag, als ich das abgeschickt habe, habe ich direkt die Rückmeldung bekommen. Okay. Ja, wie gesagt, für mich käme in Frage... Mhm. Ich würde tatsächlich Blockhaus sehr schön finden. Ja, das würde ich feiern, ja. Ja, ähm... Ich würde sogar tatsächlich eine Villa in Betracht ziehen. Oha. Villa London oder sowas. Ja. Allerdings muss ich sagen... Ich verstehe nicht ganz, wie das 150 Quadratmeter haben kann. Mit vier Zimmern. Und dann... So ein City-Apartment... 310 Quadratmeter mit zwei Zimmern haben kann. Ah, das stimmt. Ich finde die dann schon sehr klein, die Villen. Ähm... Was auch hübsch ist, ist so eine Standardwohnung. Die könnte man sich sogar in Winewood holen. Die kostet 140 Dollar. Das weiß ich. Standard? Äh, ja. Ne... 140, genau. In so eine Standardwohnung. Ja, aber die hat... Ich hätte schon gerne entweder eine Wohnung mit schönen Ausblick, obwohl die ist echt irgendwie schön aus von der Einrichtung. An sich ja. Das Problem ist nur ein Bett. Ich glaube, das Maritim hat zwei Betten. Zwei Zimmer. Ja. Ja, wie ist das denn jetzt? Äh... Haben wir vor Nachbarn? Oder wie ist das jetzt? Was hast du vor? Mir ist es persönlich gleich. Ich muss zugeben, ich bin bei allem dabei. Ja. Ich sag dir persönlich, ich würde am liebsten nach Palito ziehen. Aber, wie gesagt, da gibt's nichts. Hm. Kannst du es dir nochmal vorstellen im, äh, zwei Zimmer quasi dann, das wir haben zusammen? Oder willst du dann alleine jetzt eine Wohnung haben? Also ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass wir zu zweit in einer Wohnung wohnen. Ja. Also sowas wie Blockhaus, wärt ihr dann zu teuer, oder? Ähm, wie viel würde denn... 365 sind 180 pro Nase. Ja, ungefähr. Boah, das... Oder wir könnten es sogar so machen, dass ich ein bisschen mehr zahle, meine ich wegen, weil, wie gesagt, ich komme halt gerade auch mehr. Und... Ja. Das wäre sogar für mich vollkommen in Ordnung. Also... Ja. Ich würde locker 200, 300 Dollar... Ja, okay, 300 Dollar. Ja. 250, ja. Also ich sag mal so, was ich mir vorstellen kann, was meine Höchstgrenze eigentlich ist, sind 80 Dollar. 80 Dollar. Ja. Ja. Also das wäre dann, dann würdest du tatsächlich hier noch bei dem 200, bisschen mehr als 50, äh, 80, glaube ich, sagen. So roundabout. Ja, und die Sache ist, wenn ich halt jetzt mit irgendjemand zusammenkomme oder du halt mit irgendjemandem zusammenkommst, dann wird es halt ein bisschen kompliziert, dann müsste ich halt, müsste ich halt noch eine weitere Wohnung bieten. Also, ich könnte mir Folgendes vorstellen. Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass, ähm, dass ich zum Beispiel zur Untermiete wohne, ähm, dann wieder und, also, das fände ich am besten, weil, also du, dann könntest du dir etwas aussuchen, wo du zum Beispiel auch zwei Zimmer hast oder wie auch immer. Und wenn ich zum Beispiel dann was in Palito finde, dann kann ich nach Palito ziehen, weißt du? Ja. Das würde ich zum Beispiel feiern, weil ich will halt irgendwo unterkommen auf jeden Fall. Ähm, gut, ich könnte jetzt auch, ja, gut, ja, könnte ich nicht. Aber dann könnte man zum Beispiel sagen, gut, äh, dann sinkt für dich die Mieter nochmal natürlich, also von meinem Anteil. Und dann könnte man dann, genau, dann könnte ich dann hochziehen. Es sei denn, wir finden direkt was in Palito und du hast Bock, in Palito zu wohnen, also dann. Ja, wie gesagt, ich weiß halt nicht, wo diese Blockhäuser sind, ne? Ja, das wäre schon geil zu wissen. Ich würde dann nämlich echt gerne so ein Blockhaus, reiß mich sehr. Dann sollten wir das anfragen. Zum Beispiel, wenn du möchtest, kannst du ja so eine Blockhaus-Anfrage mal machen. Ja, aber gibt's da zwei Betten oder gibt's da nur wieder Couch und Beet? Ja, da gibt's, da gibt's wieder, ähm, da gibt's wieder ein, ein Bett. Dann penne ich wieder auf der Couch. Das ist mir auch persönlich egal, ehrlich gesagt. Ja, aber dann können wir auch gleich hierbleiben, also... Das ist wohl auch... Ähm, ne, das ist eine Person. Boah, eigentlich müssten wir uns da halt echt mal beraten lassen von denen. Mhm. Ähm, das ist echt schwierig. Was es gäbe, ist jetzt einfach mal so dahingesagt, das Seventies Country. Ähm, das hat den Vorteil, also ich weiß nicht, ob's dir gefällt, aber der Vorteil ist halt, wir... Ja, also da gibt's zwei Zimmer. Ich mein, du hättest dann immer noch ein Gästezimmer für Leute. Äh, wenn ich zum Beispiel dann nicht mehr da bin und... Das finde ich eigentlich recht angenehm hübsch. Jetzt mal so. Und das wäre tatsächlich bezahlbar. Seventie Country... Das ist recht weit unten. Echt, findest du, es sieht schön aus? Es sieht auf jeden Fall nicht hässlich aus. Ja, okay, bestimmt. Es sieht halt wirklich so ein bisschen 70er aus, ne? Ja, genau. Ja. Ähm, das wäre einfach jetzt mal so spontan gesagt, das wäre ja bezahlbar. Okay, was steht da drinnen? Drei Zimmer... Äh, na, 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 na... Wie viele Betten? Zwei. Ja, super. Großen Kleiderschrank. Komoden, Nachtschrank. Okay, wo gibt's die? Der Perro... Palito. Palito, da müsste man halt nachfragen. Ah, in Palito war etwas für 140 Dollar noch da. 144 Dollar. Ich weiß aber nicht, was es war. Ja, da müsste man nochmal nachfragen. Frag mal das, was das Teueste ist, was man in Palito bekommen kann. Ja, aber... Also das kannst du zum Beispiel machen, wenn du dir jetzt eine Anfrage stellst, dass du sagst, ja, in Palito... Ich weiß, das ist zwischen, wie gesagt, dass du dann so zwei Meter und dann 50 bis, ich glaube, 150 oder was war das? Kannst du da anfangen? Dann kommt auf jeden Fall was rum. Äh, 150... 50 bis 150 kannst du machen. Kannst du dann sagen... Kannst du ja dann unten reinschreiben. Ähm... Mehr würde auch gehen, also... Aber so, das wäre so, wie du möchtest. Oder wir nehmen halt einfach eine Villa. Also wirklich... Ja gut, dann... Wenn du meinst, dass das bezahlbar ist... Warte mal... Hier steht vier Zimmer... Warte mal... Warte mal... Steht nichts für den Betten... King Size Bett, huiuiuiui... Ne, okay, Villa Istanbul... Ne, Villa London... Wohnzimmer, Master Bedroom... Es gibt keine Villa mit zwei Personenbetten, also mit zwei Betten. Winewood. Ja, es gibt noch diese... Was gibt es denn noch? Genau, es gäbe noch diese Upperclass... Wie heißt das? Upperclass Grau, nennt sich das hier einfach nur. Da hast du aber glaube ich auch nur ein Schlafzimmer. Was ist mit dem Farmhouse? Das Farmhouse wäre auch was. Perro steht und per Dito. Das Farmhouse ist zu teuer. Das Farmhouse ist zu teuer. Boah, ich weiß von Hibiko, sie hat irgendwie ein Farmhouse. Oh, okay. Vielleicht musst du sie dir hangeln. Was? Da oben im Norden? Okay, ciao. Nein. Boah, das sieht schön aus. Farmhouse sieht schön aus. Ich mag mir diese eigene Sachen anbauen. Was hältst du von Farmhouse? Ich find's hübsch. Ähm, ich glaube... Ich glaube, das ist aber auch nur für... Mit einem Bett. Ja, zwei Zimmer. 90 Quadratmeter. Ja. Nee, ja. Ist nicht so hundertprozentig. Ja, ein Schlafzimmer. Wie ist Weinwood? Wie stehst du zu Weinwood Gardens? Ähm... Ja, wobei, wenn ich jetzt gerade so die Bilder sehe, stehe ich da nicht zu. Hm, okay. Hm. Ähm... Also, was ich halt nach wie vor echt hübsch finde, aber da musst du mal gucken, das ist tatsächlich dieses, ähm... Ähm... Maritim. Also, das funktioniert auch. Ich hab die... Ich hab die Maritim-Wohnung tatsächlich schon mal von innen gesehen. Ja. Und... Die ist eigentlich ganz hübsch. Okay. Ja. Erinnert mich ein bisschen an meine Heimat. In Japan. Vom... Vom Bild jetzt hier so. Also ein bisschen, ne? Na, ja. Ja. Das ist, äh... Das ist eine Möglichkeit. Boah, lass einfach ein Motel nehmen. Mozilla Guides. Äh... Dreamview Motel. 159 Dollar? Warum? Gut für eine Person. Hey. 45 Quadratmeter. Hä? Kauf ich mir doch lieber einen Container. Das, äh... Das liegt auf... Das liegt... Äh... Äh... Das liegt an dem 50 Zoll LCD-Fenso. Wow. Wow. Okay. Das zahle ich halt so. Vielleicht... Wenn ich ein Elektro-Geschäft kaufe... Ja. Schon lange abgezahlt. 90's Modern. Das ist auch was in Panito. Anscheinend ergeblich. Genau. Die ist eigentlich auch ganz hübsch. Ich gucke gerade mal, wann die nochmal... Wann da ist die offen. Ich hab jetzt... Nicht richtig... Mal einfach anrufen. Ähm... Die sind sehr zuverlässig. Öffnungszeiten. The Adventure. Wow. Also mir wurde mal gesagt, äh... Man kann auch einfach mal außerhalb der Öffnungszeiten versuchen anzurufen. Ja, dann ruf da mal an. Ich soll anrufen. Wenn du möchtest, gerne. Ah, ne. Für heute geschlossen. Steht hier. Mir doch scheißegal, was da steht. Das war am 9.7. Okay. Einfach. Ja, Jus, äh. Nee, weißt du was? Nee. Bevor ich da jetzt anrufe, dann für ewig mein Recht verliere, da irgendwie was einkaufen zu dürfen, weil ich die irgendwie... Ich rufe da morgen an. Das drängt er jetzt nicht. Ja gut, das ist auch eine echt unkrassliche Zeit. Ja, aber dann können wir das ja machen. Dann können wir mal einen Termin mit denen ausmachen. Mhm. Oder keine Ahnung. Weiß jetzt nicht, wie es bei dir aussieht. Ich glaube, die machen immer um 20 Uhr oder 19 Uhr auf. Zumindest, als ich letztens da war. Ja, sollte sich regeln lassen. Wenn nicht dann... Also wenn alle Stricke reißen, würden wir sagen, dass wir vielleicht nächste Woche Donnerstag dann spätestens hingehen. Weil Donnerstag weiß ich, dass sie offen haben. Also diesen... Also heute Abend bin ich wahrscheinlich nicht da, wegen Beerdigung. Ich bin das Wochenende auch ein bisschen unpässlich, also... Okay, ja, nächste Woche vielleicht dann irgendwann picken wir das schon hin. Ja, das schaffen wir schon, alles gut. Ja, ich meine, so dringend ist es jetzt nicht, dass wir irgendwie ausziehen. Wir haben ja jetzt hier eine Wohnung, die funktioniert und ja. Die Wohnung funktioniert, ist auch ein tolles Wort. Ja, die funktioniert halt. Ja, gut. Ja. Nicht kaputt ist, keine Ahnung. Ein bisschen kaputt ist sie irgendwie. Ein bisschen. Ja gut, der Boden und so, ne? Also da verstehe ich dich auch, dass man da vielleicht etwas Hübscheres will, ne? Ja. Also, wie gesagt, ich habe jetzt sonst keine Ahnung, wohin mit dem Geld. Ja. Nun denke ich mir ja, warum nicht irgendwie eine hübschere Wohnung? Bei einem Auto brauche ich nichts Hübscheres. Ich bin da nicht so jemand, der das gerne Dinge zur Schau stellt. Ja. Und deswegen reicht mir da was, was mich von A zu B bringt. Aber so eine Wohnung mit Pool oder so, das wäre schon was. Ja, das glaube ich. Ja, da könnten wir halt echt gucken. Also da kann man sicherlich was Schönes sich noch raussuchen. Wie gesagt, bei mir ist halt eher gerade noch das Auto, was wichtig ist. Eines, was mich halt auch gut hin und her fährt und wo ich halt zufrieden bin. Ich mag da schon, also hübsche Autos ist halt schon so. Also jetzt nicht so die exzentrischen, aber so eins, wo man sagt, okay. Ja, doch, damit kann man fahren. Mhm. Mhm. Ja. Ich habe gerade immer überlegt, was denkst du, wenn ich morgen anrufe und frage? Mhm. Ja, ihr könntest ja mal kurz sagen, was ist das Teueste, was die Richtung Norden haben. Das ist doch dann irgendwie, das klingt doch dann so. Also wäre ich irgendwie so ein super reicher Schnösel, der irgendwie. Ich glaube, die würden sich freuen. Ja, mit Geld. Ja, ich glaube, das ist taktisch nicht klug, oder? Nee, also du musst halt auch aufpassen. Also ich hatte eine sehr schlechte Beratung, bin ich auch ganz ehrlich zu dir. Der Typ pochte halt ständig darauf, mir zwei, drei Objekte zu zeigen, wo ich halt gar nicht hin wollte. Ich habe gesagt, ich will in den Norden, ich will raus aus der Stadt. Und er kommt mir halt die ganze Zeit mit super teuren Wohnungen. Ähm, nee, nicht mal teuren Wohnungen, sondern Wohnungen direkt in Vespucci. Also direkt, also ich sag mal so, die Marabuntas waren nicht weit weg. Die waren direkt die Straße gegenüber. Und dann habe ich mir halt auch gedacht so, nee, einfach nein. Okay, aber kommt dann jetzt erstmal nur was für Richtung Norden für dich in Frage? Oder ist auch sowas wie, keine Ahnung, Apartment in der Stadt? Ach so, mit schönem Ausblick über die ganze Stadt. Genau, also genau, da können wir mal, es gibt hier so ein, so ein, genau. Wenn du auf Unternehmen gehst, auf den, also bei der Dynasty App bist und auf Unternehmen gehst, hast du unten eine Karte. Ah, ja, da sind Personen, ach so, nee, Immobilien, ja. Genau, also Palito, Grape Seat, Sandy, super. Ähm, gerne auch. Dann, was auch geht, ist, äh, ganz links, finde ich, Chumash. Ich gebe mal kurz eine Sekunde, ich bin gerade, also Palito geht, Grape Seat geht. Genau, das finde ich super und Sandy Shows finde ich super. Ja. Dann gibt es ja, äh, ganz links außen Chumash. Chumash, ja. Oh, Chumash gibt es bestimmt diese, oh, Chumash würde ich, würde ich richtig sehen, ja. Ja, also Chumash fühle ich. Ja. Ähm, was auch noch gehen würde, aber das wird wahrscheinlich furchtbar teuer sein, ist Winewood. Also dann, ne, so eher, ähm, Stadt Nordosten oder eher halt sogar nur Nord. Ähm, Vespucci del Perro würde ich eher meiden. Ja, auch von den Leuten da wahrscheinlich, ja. Ja, 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 genau. Das ist immer ein bisschen schwierig. Downtown würde noch gehen. Das könnte ich noch fühlen. Ich lege jetzt mal, warte mal, ich lege jetzt einfach mal Winewood und Chumash. Und, ja, gut, Sandy ist halt für mich, ich weiß nicht, ich bin nicht so in einer Ödlandschaft, wo man, deswegen, das ist für mich eher wenig. Ja, und Palito ist mir zu weit weg vom MD, da müsste ich ja ewig fahren, bis ich da... Okay, aber, also, ich würde, Chumash würde ich übelst fühlen. Ja, Chumash würde ich tatsächlich auch sehr fühlen mit den Strandwohnungen, wahrscheinlich irgendwie so. Genau. Chumash und, ja, vielleicht noch am Great Ocean, aber das sind dann, glaube ich, wie heißen die Apartments da? Jetzt fällt es mir nicht ein. Hm, ich würde das übrigens dann so machen, äh, du zahlst 80 Dollar und ich zahl den Rest. Oh, ja, das ist ja cool, danke. Er sei denn, natürlich ist es dann weniger, wenn wir Hälfte-Hälfte machen, aber... Ja, das wäre nice. 30 Dollar Wohnung, aber... Sei mal. Ja. Ja. Genau, also so... Oder wenn du beim MD anfängst, dann natürlich... Ja, gut, dann... Dann hältst du nämlich genügend. Dann machen wir Hälfte-Hälfte, das ist ganz klar. Ja, aber Chumash würde ich mich mal erkundigen und, ähm... Und, genau, ansonsten... Oh, Chumash wäre für uns beide einfach genial. Wäre für wirklich, ne? Ja. Er ist auf dem Weg, quasi, von beiden. Und super Lage. Ja. Was gibt es denn so in Chumash für wohl? Ja, habe ich mich nämlich auch schon gefragt. Ich glaube, da sind eben diese... Trailer sind doch nicht, ne. Nee, Black Beauty nicht. Trailer auch nicht. Ich gucke einfach mal alles durch. Vielleicht die ganzen Villen oder so, das wäre natürlich doof. Wir sind teuer. Ich kann mir vorstellen, das Maritim... Ja, das Maritim. Das wäre halt typisch. Oder Blockhaus plötzlich, das wäre auch cool. Ähm, Villa Modern Weiß. Das gäbe es auch. Ja, das würde auch... Villa Modern Weiß habe ich tatsächlich vorhin auch schon... Und Villa Modern Weiß und Schwarz ist ja das gleiche, nur... Genau. Aber das ist Chumash Nord, Chumash Süd, ja. Genau. Villa Modern Schwarz, das wäre ja genau das gleiche. Aber zum Beispiel Villa hat halt nur ein Bett, ne? Und ich weiß nicht mehr, ob es eine Couch hat. Nee, tatsächlich nicht. Also die haben zwei. Da steht Wohnzimmer, Master Bedroom. Achso, äh, Gästezimmer. Genau, Gästezimmer. Okay. Also das würde nämlich auch gehen. Okay, dann müsste ich so circa 300, mit 300 Dollar ungefähr um den Dreh rechnen. Das ist voll in Ordnung. Würdest du? Ich glaube, da müsste man nochmal das... Ist das nicht das Doppelte, was man dann zahlt? Ach ja. Ne? Okay, warte mal. Okay, dann wird es ein bisschen teuer. 600 Dollar und dann, wenn du nur 80 zahlst, dann zahle ich ja über 500. Also deswegen, ich glaube, das Maritim würde eher passen. Ich glaube, dass ich mal... Ja, da müssen wir ehrlich gesagt dann wirklich mit dem von deines, die sprechen, wie das dann war. Ja, eben. Weil dann wird das wirklich sehr teuer sonst. Ja, also da müssen wir uns einfach mal erkundigen. Jetzt bist du einfach ein Illegaler Untermieter, dann... Ja, gut, ich muss ja irgendwo gemeldet sein, ne? Ja, okay, dann bist du dir das... Ja, okay, das Haus hier müssen wir dann sowieso... Also Wohnung müssen wir sowieso dann abmelden. Ja, genau. Ja. Ich finde jetzt auch nichts, wo noch... Jetty Apartment, sind das nicht die... ...ähm, oben bei, ähm, bei diesem Highway? Ja, das sieht so aus. Äh, genau, die kosten 285 Dollar pro Tag. Muss man sich erkundigen. Wir erkundigen uns einfach, würde ich sagen. Ja. Also Jetty Camp würde ich auch in Frage. Äh, ja gut, müsst... Weil das ist Great Ocean Highway, nur da gibt's die. Ja, genau, genau. Aber hat sehr schönen Ausblick. Ja, extrem. Aber da würde ich halt erstmal gucken, wie viel es kombiniert kostet. Und wenn's am Ende ein Blockhaus wird, wird's am Ende ein Blockhaus. Ja, aber ich sag so, Blockhaus wäre dann... Warte mal, wenn ich jetzt wieder nachdenke drüber, Blockhaus ist dann wieder... 365. Wobei zwei Personen, 365. Genau. Ich glaub, du zahlst nur ein Drittel des Preises drauf. Ja, ja, stimmt schon. Ja, das wäre dann voll in Ordnung. Blockhaus ist wirklich super in Ordnung. Ja, siehst du, da können wir auch mal gucken. Also, ja. Wäre halt Outlands, aber... Wäre halt Outlands. Wieder Platz für den minimalistischen Typen. In dem Stil. Mehr Sofa, Mürbel, bequemes Bett, Wohnküche. Ja, ich hab halt keine Ahnung, wie viele Betten da drin sind. Ja. Eins wahrscheinlich nur, und dann musst du irgendwie auf dem Sessel oder so schlafen. Ist halt auch ungünstig. Ich bin's fast schon gewohnt. Wäre dann auch traurig. Ja, aber wir können ja einfach mal gucken. Also einfach mal beraten lassen. Am besten wäre es natürlich, wenn wir zusammen hinkommen, ne? Ja, klar. Ich schließe dann einfach für dich so, dass wir da einfach hinziehen. Wir ziehen da jetzt schon doof. Oder du dann einfach so sagst, ja, Villa, okay, 1000 Dollar. Ja, egal, es ist halt eben... Und zahlt Haru. Der hat genug. Der hat gesagt, ich soll nur 80 Dollar zahlen. Ja, okay. Wenn ich 1000 Dollar am Tag zahlen müsste, dann wird es tatsächlich auch sehr eng bei mir. Ja, das wird jo, 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 jo. Dann müsste ich wirklich jeden Tag arbeiten und dann hätte ich ein Problem, weil das kriege ich definitiv nicht hin. Ja, das glaube ich dir sofort. Es sei denn, du bist irgendwann ganz oben in der Nahrungskette. Ja, ja, dann kriege ich das hin. Aber so, wenn ich jetzt sowieso demnächst im Urlaub gehe, dann wird das sehr, sehr schwer knapp. Achso, wann bist du im Urlaub? Ich bin, äh, ja, im Monat frühestens, aber... Achso, weil ich bin vom 1.8., nee, 31.7. bis 9.8. weg. Okay, ja. Wer merkt schon. Oh. Oh, jetzt haben wir zwei Stunden durch. Jetzt haben wir zwei Stunden durch, perfekt. Haben wir es geschafft. Gut, dann. Okay. Also, ich wünsche dir eine sehr gute Nacht und träume noch nicht so ganz von deinem Date, weil noch ist es vielleicht schwierig. Noch ist es schwierig, ja, aber bald. Bald haben wir ihn hinter uns. Ja, ja, und dann werden wir sehen. Gut. Gut, also dann gute Nacht, ich schlafe gleich ein. Ja, gut. Bis dann, mein Lieber. Ja. Ciao, ciao. Ja, war doch mal ein gutes Gespräch, gerade mit Haru nochmal. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Es ist voll krasses Angebot, von dem zu sagen, ich gebe dir mal 2.000 und dann kannst du da und so, ne? Das ist krass, weil, also, wenn der 100 verdient, ne? Ohne Mist, wenn der 100 verdient. Pfff, alter. Dann müssen die, dann muss das ja extrem nach oben korrigiert werden für uns, weil, Leute, vergisst nicht, ne? Und wir können ja hier nochmal in den Vertrag schauen. Anpassung des Arbeitsvertrags? Nein. Äh, hier. Ich mach das ja echt gerne, aber, alter. 40 Dollar. Also höchstens 80. Ich verdiene 40 Dollar die Stunde. Ich verdiene 15 Dollar mehr. 35, wie viel verdiene ich dann? Das ist so, ach. Ja. Nicht so geil. Das gefällt mir gar nicht. Also das ist zu wenig. Und da juckt halt einen dann das MD. Wieder. Oder sei es auch, alter, sei es auch Meriwether oder sei es das PD oder, alter, jeder verdient mehr als wir. Wir sind das fucking Faith and Social Center. Wir, wir haben echt einen harten Job. Wir sind staatlich gefördert und dann gabbelt man mit 40 Dollar rum. Als Junior-Mitarbeiter, ne? Also das geht halt für mich gar nicht. Und da muss ich halt auch ehrlich sagen, das ist so, ich weiß nicht, warum das so schlecht bezahlt wird. Wirklich nicht. Aber ich bin froh, dass wir Hayley haben. Deswegen würde ich niemals gehen wollen. Weil, ähm, Hayley ist halt cool. Und man hat gutes AP. Ne? Aber das ist krass, das ist krass, das ist krass. Auf jeden Fall cool zu wissen. Jetzt haben wir uns mal so ein bisschen unterhalten, ausgetauscht. Alles bleibt hier. Nichts verlässt diesen Raum. Ihr habt es mitbekommen. Interner wurden ausgeplaudert von beiden Seiten. Ähm, bedeutet, wir müssen halt gucken, wenn wir eine schöne Wohnung kriegen. Ich meine 100 Dollar, wenn der 100 Dollar in der Stunde verdient. Der verdient bald 150 oder so. Und der ist halt sehr viel online. Und für mich ist es halt jetzt das Entscheidende. Ich will das Auto haben. Ähm, ich werde mir den, also ich werde den mir holen. Den Kollegen da. Den, ähm, Tatsächlich BMW-Verschnitt, ne? Der Oracle XS. Ähm, ich finde das Auto schübsch. Ich finde es wegen der Linie hier hübsch. Und wegen dem, wegen dem hier sehr hübsch. Also da würde ich mich schon sehr drüber freuen. Einen Tulip würde ich mir jetzt nicht holen. Das ist ein normaler Oracle. Ja. Mark Gray, okay. Ähm. Das ist ein normaler Oracle. Den würde ich mir nicht holen. Der ist mir zu rund. Gibt es nicht ein schöneres Bild gerade? Wir hätten davon eins. Ja, nicht ein schönes Bild. Ne. Ich kaufe Oracle XS. Ja, also der sieht halt schon okay. Hübsch aus. Ne? Das muss man halt einfach sagen. So ein Auto kann ich mir halt echt vorstellen. Ne? Das ist super. Weil ansonsten wüsste ich auch nicht, was ich noch... So, im Matschschwarz sieht ein super hübsches Auto aus. Kann man echt gut fahren. Ja. Würde ich so machen. Alles andere wäre mir jetzt auch zu blöd. Guti. Aber, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Vielen herzlichen Dank. Vielleicht sehen wir uns morgen wieder irgendwann nachmittags. Dann würde ich mit Gigi sprechen, damit wir den Autokauf über die Bühne bringen. Und dann hole ich mir den Oracle XS. Ja. Und ich freue mich übrigens auch hier wieder über das IP mit Haru. Das ist so krass. Was sich auf einmal getwistet hat, wo man super viel nochmal Potenzial hat. Guti. Da würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Und bis dann. Ciao, ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020